heute mittag habe ich mich auf der island eingeloggt und bin dann mit dem petri der los und dann dachte ich mir okay komm scheiß drauf jetzt holt sie dir halt so ein low level schwein im mittag habe ich mich auf der island eingeloggt und bin dann mit dem petri der los und da habe ich mir halt auf jeden fall so ein bittiges teil schwein in dem ein gehege was wir hatten reingeschmissen gezählt also getäubt gezähmt an ab geflogen mit dem und dann da hochgeladen und dann hier auf so los ein und runtergeladen und hier bei die tiere gestellt weißt du ungut ist damit ich nicht mehr mit dieser blöden taube da als ding den scheiß machen muss weißt du also ständig mit dabei sein dass die hier nicht verrecken weißt du wenn sie groß wenn sie groß wenn sie halt hops gehen gehen saltobs das war dann ist dann halt schicksal aber so muss ich nicht die ganze zeit dabei stehen und warten gucken dass die hier nicht weg verrecken weißt du nicht mit der eule dann da hochhalten muss da habe ich nämlich überhaupt keinen nerv drauf deswegen dass wir kommen jetzt scheiß drauf stellt es einfach so ein schwein daneben dran was einer von den zuschauern auch geschrieben hatte nachteil bei dem komischen schwein ist halt du musst den halt nahrung ohne ende geben also mit nahrung füttern halt meine schweine wollen viel essen ja ja das ist das ist jetzt los da klein mann 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 lieben vielen vielen dank für sauber angemann sie ist ja es tut sich langsam langsam aber sicher was das sind schon endlich leute hier die jetzt auch zocken das wäre schon mal nahe ich sehe wenn du dazu stößt bestimmt lustig die eier die lowpebs ich zerstör die was sind das für tiere ja gibt weiber level 90 das sind alles eier genau dann habe ich hier noch eine blitz wie wir mit level 45 level 9 was wollen wir machen um die zu zähmen also du brütest die am feuer oder was genau du machst einfach nur stellst fackeln auf sagen wir mal so zehn zwölf stück machst da halt holz rein so ein 300er stack und das brennt halt ewig also die fackeln werden wirklich ewig das lang um die zehnmal auszubrüten und dann steckst du halt die fackeln an und droppst die eier halt in den fackeln und dann steht dann auf einmal wenn jetzt geschlüpft sind sie dann fertig oder was die sind dann fertig die wachsen dann also das sind babys die muss du musst dann gucken dass sie halt geschützt sind irgendwie entweder eingemauert oder halt irgendwelche tiere außen rum damit die nicht angezogen werden weil die können sich ja nicht verteidigen aber musst du doch heilen oder weil die irgendwie live verlieren nee nee die musste erst nur dann heilen wenn die nahrung komplett unten ist dann verlieren sie erst leben wenn du mit f drauf drückst siehst du im stream ich habe laufen da siehst du die haben nahrung haben die jetzt der hat 1600 nahrung die kriege das heißt vor ob die nahrung leer laufen wird wird er schon erwachsen sein das heißt ich werde wahrscheinlich gar nicht heilen müssen wenn der jetzt die nahrung auf null ist dann läuft ja oben dieser gesundheitsstatus läuft dann rückwärts auch ab der zählt dann runter und dann kannst du den wieder mit der heute die ganze zeit hochfallen oder du machst es also dass sie so ein schwein dahin stellt und stoppst den einfach mit mit fleisch voll also das inventar und alles was in seinem radius ist halt dann automatisch die ganze zeit ich habe keinen schwein und auch keine eule ja die können wir besorgen gehen das ist easy schweine gibt es hier genug auf dem ding schweine kriegen wir hier irgendwo an den berg hängen die laufen oder im schneegebiet schweine sind auch sehr viel im schneegebiet angucken wie das tier aussieht weißt du vielleicht kann ich das leben weil ich glaube ich hab mal ein schwein gegrappt ausversehen ja du kannst du kannst du mit dem archie geht das ohne probleme mit dem archie kannst du dir einfach greppen das mache ich schon was so habe ich es ja nämlich auch gemacht gehabt also ein archie kannst du den grecken und ja das passt das schwein mal angucken was ich sehe wie das aussieht ja auch dass ein sattel das schwein und ist das ist dieses heilzeug noch nicht das schwein wenn es reiten wird auch ist ein sattel ja aber du kannst es einfach hinstellen und kannst dann passiv klicken heim machen und dann siehst du genau welche tiere wenn er die halt wie die leben dann hoch 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 schießen ich hätte ich wollte ich hätte jetzt meine wölfe alle von hand heilen müssen aber das dauert viel zu lange weißt du da muss ja jeden wolf ein rennen gucken ob der nahrung drin hat das war nicht zu stressig habe die putz jetzt dahin gestellt habe auf passiv heim gemacht und dann haltet ihr die ganze zeit muss halt nicht mehr wieder mal reingucken in das schwein wegen essen und dann stoppt das ding einfach mit vielleicht einen großen tier du weißt ja was 23 habs und hast eigentlich ruckzuck gleich am start also das geht auch relativ easy wenn ich jetzt vorher gewusst hätte ich das mit dem schwein wahrscheinlich auch gemacht und bei den high levels ist es ja auch kein problem die wirst du gar nicht so oft heilen müssen die eier die ich jetzt hier habe das sind ich habe jetzt einmal level 55 einstecken in level 90 und auch noch mal also blitz wie 45 habe ich als ein gift wie wir level 90 und noch mal gibt wie wir level 55 habe ich die kann ich dir alle geben also ich habe drei eier die ich gerne ja ich gebe dir die weil ich habe jetzt hier gerade vier stück in der mache aus einem ein das war halt echt strange kam jetzt hier drei stück 3gp werden aus einem aus einem jahr mann drillinge ja mann ich dachte auch ich sehe nicht richtig ich habe zwei eier ich so na nun was jetzt warum stehen auf einmal vier stück dann dachte ich erst das schütze legen welche tiere dabei gestellte sagt er nee nee das sind dann zwillinge oder drillinge und hat recht das sind tatsächlich drillinge ich habe drei mal gift und einmal feuer wo ich denke okay also ich würde dir die eier wenn du willst die stoppte die gerne jetzt kommen als wichtig immer die sauren gucken ja ich habe jetzt halt alles auf neutral gestellt außer diese kleinen fächer die muss ich vielleicht mal auf passiv stellen ja ich kann ja bei dir verbündet genau ja ja aber dass die kleinen nicht ab machen weil die kleinen dicken dann auch so wenn sie dann irgendwie was angreifen wollen dann sind die instant tot was haben wir die in irgendeinem fight gehen und hier fliegen genügend hier rum neutral passiv da wollte kann dann dafür nämlich tue ich bin den stress nämlich nur dann siehst den radius von dem schwein des heils ja mann hast es gesehen gesehen ja diese grüne genau 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 eigentlich nicht verkehrt an dann was hast du da drinnen in der base hast du die alle da reingestopft oder was was denn das nur flug hier drin das sind nur die vögel drin damit die mir nicht abhauen ich habe diesen anderen dort ist die kleinen flugtiere und okay irgendwas geht hier was jetzt der jagt irgendwas in der fach zurück der jagt irgendwas ja ich habe keine ahnung ich habe jetzt diesen den archie auf den drachen gefeift und den einen drachen auf dem auf dem wolf da unten weil der herrn der base steht damit die halt wenn die was in der luft angreifen auch wieder zurück kommen besser das fängt nämlich genau wieder dieselbe scheiße mit der sucherei an und dann sucht sie die tiere die ganze zeit ist mein bibel ist abhanden gekommen ich weiß nicht wo der ist ja dieser drecks raptor schleicht schon die ganze zeit hier rum der bibel ist entweder gemacht er der macht so rote dinge der ruft die roten punkte sind gefahren punkte das erkennt das ding genau wenn die als rot markiert wenn sie sind also dieses wie heißt die saurie der erkennt das doch da da auch so eine bestimmte range wenn irgendwie feinde in der nähe sind naja kannst hier landen die stock der die eier und das waren halt low level in den antwort das low level guck mal die sau sehen ja ich lege diese mal hin 80 was habe ich hier und man das ist ja ja man die sind groß sind halt drachen reich stück keine ahnung brüte aus ich werde das die werde ich später auch nur noch als flugabwehr bei mir hier nutzen kein ding ich fliege mit denen dann hier rum und dann dass ich die auch mir wäre ich hätte jetzt auch mal ich habe das problem das hat aus einem halt drei stück geschlüpft sind was will ich mit so vielen weißt was ich mein wenn die hier groß werden und groß dann stelle ich richtig und ist die sau dass die sau hier genau steht auch passiv feinung genau da halt dann auch alles auch deine tiere jetzt wenn die in der nähe sind und haben schaden wenn die passiv mit geil die gibt es halt im schneegebiet für die als oft ja den habe ich schon gesehen ich glaube ich habe sogar schon sein wir haben im art geht das ohne problem du musst noch was jetzt ein gehege wo ich habe sachen reinschmeißen das habe ich auch gemacht guck hier dieses eine was jetzt eben gerade dran vorbeigeflogen bist da habe ich mir jetzt gerade ein baut ja mach ich jetzt mal so ein ding und dann nicht groß unbedingt aber wo ich auch einschießen kann ja macht ja auf jeden fall fenster überall rein so lupen das halt überall rein mit der armbrust einschießen kannst das habe ich vorhin auch einfach wenn du und dann fenster jetzt die billigste art und schmeißt einfach rein dann kannst du aus dem fenster hier direkt auf die tiere schießen und gut ist ohne sich zerlegen man muss ich gar nicht das rausgehen kann das sogar von hier drin machen ja ich jetzt auch anbauen bei mir habe ich auch gemacht muss aber mal gucken ich wollte noch irgendwas ich brauche noch fundament also noch zwei ein paar müsste ich noch machen ja der steinklopfe erweist ist echt gute die zeit ich gedacht ja das kann ich habe gerade jetzt mal ich schwöre es dir seit ich jetzt online bin habe ich 30 stecks von den 36 steinen ja der hinter die ganze zeit rum und holt den stag cool wäre es halt wenn ich jetzt den bieber noch mal irgendwo an start begeben weil das hat mir vorhin die ganze zeit links gebracht na sag du es doch holz und so ein kram weißt du das war auch nicht verkehrt so musste ich jetzt eigentlich einfach fahren gehen sondern kommt dann einfach jeden graf immer nur das viel leer machen und dann weiter bauen einfach die eier ins lager in diese fachkern stand fackeln genau das ist die kunst genau das müssen mach aber ruhig so zehn zwölf stück weil vier fünf oder sechs reichen nicht das steht dann wenn du auf das ei guckst steht dann zu kalt und dann wenn du genügend fackeln hast steht dann irgendwann wenn du drüber guckst steht dann brüten drüber und dann tatsächlich dann brüte der die wirklich dann würde ich wenn es kommt ja später auch noch mal online und dann gucken wir doch mal dass er cryo kapsel vielleicht noch mal baut weil wenn du dann später keinen bock mehr hast weißt du kannst du die in die cryo kapsel stecken obwohl wenn es eigentlich ausgebrüht ist kannst du es wieder in den kühlschrank packen oder in diesen komischen räucherschrank und dann hält das er sieben tage oder was irgendwie sowas in dem dreh im ei zustand und ja in der cryo wenn sie dann wie war das gewesen in den kühl kapseln wenn sie noch so jugendlich sind das hat mir jetzt letztens das problem hatte ich ja kein bock gehabt die ganze zeit dabei zu sein also haben wir sind die cryo kapsel gesteckt und dann einfach in den schrank gepackt und dann kannst du später dann weiter großziehen ja ja das ist ja weil wenn dann kein bock hat ist man halt nicht gezwungen da weiterzumachen müssen da hatte ich noch kein bock drauf es wird dann das buch wird dann an arbeit aus und nehmen musste sein jetzt dass wir noch die restlichen fundamente setzt damit ich von dem fenster hier aus aufschließen kann und das war's schießen und kann von da schließen naja passt doch jetzt habe ich wenigstens so ein billig gehege hier wo ich die tiere einfach reinkommen kann aus der luft entweder mit einem drachen oder mannartig schmeiße es einfach rein und unten habe ich überall jetzt fenster drin das heißt dann kann ich von draußen gemütlich hier einschießen ja das passt schon ist jetzt noch ein fenster aber das land ich sehe den ganzen jetzt muss ich mal gucken dass ich wieder hier den bieber ich die anstatt bekommen klopfer ich weiß nicht wo die abgeblieben sind steinklopfer ist hier noch irgendwo unterwegs macht sein ding vielleicht habe ich auch noch genug glaubt das stoppen das schwein das halb ja noch passiv die ganze zeit dann kann ich jetzt mal so richtig voll und gut ist dann traurig hier nicht an der base als hocken bleiben ja aber der verbraucht schon gut ist jetzt sind gedacht ja er hat komplett meine tiere hochgehalten nice nice da hätte ich vorher drauf achten müssen man ich habe das komplett aus dem dick verloren hier kommt so ein drecks raptor und zerlegt hier zwei wölfe ich dachte ich bin nur als auch passiv gestellt wir haben und das geht wirklich schnell ich war einfach nur geschockt hat sich die meldung oben rot ist was ist denn da los ich höre zwar das gefällt habe mich jetzt davon wird sich beeindrucken das weiß ich habe mein ding gemacht und erst als dann die erste meldung kam hier die er wolle so und so viele levels 162 gestorben ist so nein was jetzt kaum konnte ich reagieren war der zweite auch und dann habe ich direkt alle auf neutral gefüllen damit zu denen halt auch lackieren ich weiß nicht warum die auf passiv standen also ich kann mir da kein rein drauf machen nachschmerzen ausstüge manchmal diese komische die gibt bühne werden vielleicht verhungern ist mir war egal jetzt gesagt ja das heilschwein steht jetzt hier ja ich muss halt gucken ob das reicht vom heilschwein ob der hinterher kommt weiß dass mein wenn ja ist dann dass ich das einfach laufen bis erwachsen sind und gut ist mit dem brauchen sie ich dann gleich noch mal los und holen noch mal gleich das ist echt nice man der macht 23 habs und dann hast du hier vielleicht ohne ende am start ist gut ja das wirklich praktisch aber mein art hier dass ich da weil das mir vorhin schon passiert der drache mit seinem strahl hat den anderen petri den ich heute habe habe ich ausversehen gekillt was macht das vieh ich feite und dieses blöde vieh fliegt natürlich mitten in den strahl rein ja vom drachen ist sowieso blöd kannst du nicht sein ohne scheiß und ich war mitten im kampf dann denke ich mal warum kriegt dieser blöde vogel ausgerechnet auf das tier greift wo ich drauf schieße fliegt einfach durch uns instant tot naja ist wirklich komisch ja also in zukunft wenn ich ja fliege nämlich entweder nur die dachen mit weil wir die anderen vögel sind zwar nice aber da kannst du doch was jetzt so viel dass das so schief gehen kann das ist ja kacke dann kann man den hier zurück halten wenn man zu mir kommt so schief gehen kann man landen Das ist das Kinn 3 oder was? Hat der Leben? Ja, 2000er fast. Dann fahre ich den Aschi auf den. Ja, kann der hier in der Base auch verweilen. Ja, geh nochmal bis hier. Das darf besorgen, dann passt das. Ja, bleib hier. Dann hebt er ab. So ein Drecksvogel, alter. So ein blöder Drecksvogel. Ja, super. Oh, es kloppt an der Tür. Dann machen wir gleich zurück. Ja. Oh. So. So. Aber bevor ich mit dem hier losziehe. Steinklopfer war doch hier, ah, da oben ist er doch. Der ist schon wieder voll. Glaubst du es? Alter, das gibt es nicht. Wie viel Stein der hier. Ich muss den mal hinter mir her fallen. Den muss ich leer machen. Oh, der läuft rein. Ich lasse ihn einfach laufen und dann suche ich ihn halt mal kurz. Und... Oh, das ist jetzt aktiv fahren. Weißt du was ich meine? Das ist echt krass, wie viel Staff der immer ran schafft. Wollen wir dann jetzt? Ist ein bisschen lahm, aber er kommt. Dank dem Vieh konnte ich jetzt hier schön und roh ausbauen. So muss ich wenigstens keine Steine fahren. Ja, jetzt findet man den Eingang hier im Dunkle. Und werfen Sie schon mal. Oh, das ist doch schon mal da. Sehr schön, was ich hier überhaupt nicht. Das ist doch, was ich hier. Oh... Oh... Oh, das ist doch. Oh, das ist doch. Oh, das ist doch... Oh, das ist doch. Oh... Oh. Ok, das hat sich nicht so gut angehört. Was oder wen? Er hat doch gefressen gerade. Dann lasse ich den gleich wieder hier loslaufen und gut isst, dann macht er wieder sein Ding. Ja und das war ein Low Level, also so ein Low Level, echt rentiert sich wirklich, Sandy. Hätte ich gedacht, also zum Farmen gehen, einfach so ein Low Level geschnappt und gezählt, Hauptsache macht seine Arbeit. Ich bin ein Bibe, das gleiche Spiel. Weißt du, ich mein? Das ist echt krass, also das müssen noch nicht mal High Level sein, sondern die machen ihr Ding. Ja genau, das ist ja kontinuierlich was reinkommt und so. Ich meine, ich gehe mit den Farben, aber dafür habe ich dann schnell kurz mal so viel. Ja. Da gibt es sicher zwei Möglichkeiten, aber wie gesagt, ist egal. Ich würde so meinen auch, du kannst ja auch irgendwo einen Stein stellen, absetzen und dann später wiederholen. Weißt du, da machen die auch ihr Ding, aber wie gesagt, der kann sich ja einrollen, im schlimmsten Fall, weißt du, wenn sie den versuchen irgendwie anzugreifen. Da brauche ich mir keine Gedanken machen. Das ist ein bisschen der Vorteil über den, ja. Ja, deswegen lasse ich den einfach wandern und gut ist, jetzt falle ich den wieder ab. So. Und dann kann er sein Ding machen. Dann kann er wieder losziehen. Echt krass. Komm mal, jo. Ähm, hm 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 hm. Naja, die fliegt der? Ja, passt schon. holen wir noch mal ein bisschen fleisch für die woods jetzt anscheinend verbraucht er noch nicht so viel weil er kaum heilen muss aber das ist egal ich mal mit dem drachen los hätte drachen ist echt krass also wenn du fleisch besorgen gehst mit dem das geht echt schnell wahnsinn man ist wirklich zwei drei tiere platt friste das so viel fleisch einstecken das ist wahnsinn einmal vollgestockt alles und gut ist dann kannst wieder ein ding machen ach das ist noch ich dachte ich hätte den kram abgesetzt ich bin ja dann heute rüber gereist gern auf dieser island mit dem drachen hatte ich auf einmal elf level zur verfügung allein nur weil ich diese reise gemacht habe ja das war krass weil ich von hier mit dem tier darüber gereist bin also das war krass dann habe ich dem gleich die punkte hier auf ausdauer was war das gewesen auf schaden und auf gesundheit noch mal gegeben und geschwindigkeit so war schon ziemlich neu das was ist denn das? ein Pferd? das geht doch gut gleich oh level 100 ein Zebra auch nicht schlecht o das geht doch Ach guck mal, warum das noch so ein Kandidat? Ok Ne, da hat nur Coil Die halten halt nicht so lang Ah, warte mal, der hat glaube ich falsch Ja, warte mal, der hat nicht so lang Ach, was ist denn mit den Köln? Da können wir doch keine Sau haben. Oh, mehr geht nur 3. Okay, die Butze ist voll. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. 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 Jetzt stecken wir den Mörser. Jetzt können wir jetzt so zerfallen, von daher. Okay. Okay. Oh, das spüren wir zum Winter. Okay. 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 das hört sich auch an p-rex an ziemlich close an der base von uns ja ich hör den das ist wahrscheinlich wieder so ein vieh irgendwo hier im gebälde ich weiß nicht die high level hier verirren sich trotzdem an den strand ja die fallen dann irgendwie runter hier dass er kein fangschaden haben noch einmal sind am strand recht wenn da kein auge drauf hast sind sie halt instant tot ich hab hier was umlaufen ich höre jetzt mal was sehen im 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2021 ganz so gehört hat das drachen gibt wozu unbedingt ein namen ja guckt das sind die eier die müssen wir doch erst schlüpfen lassen und dann kannst du den gegen und sieben ist groß also feuer und flamme aber ich ziehe jetzt gleich noch mal los bis sie vielleicht noch ob so und dann gucke ich mal nach ein reis liebe da habe ich noch überhaupt keine am start weder in eis und so was dann hätte ich nämlich alle vier sorten dann ja alles habe ich jetzt sei das würde ich auch noch mal gerne ausprobieren ich habe diese blöde höhle aber auch nicht mehr gewunden wir sind mit schützer keine ahnung wie auch daran vorbeigeflogen heute habe ich es auch vor der verkommen dass ich weiß es kann wenn wir auf die stein danke von mich hat man sich jetzt ein chance irgendwas kam da gerade alle dieser aff ist so okay schützer der ist einfach nur der macht riesen springe wie der halk alder mit dem vieh der hockt hin auf dem bobbis von dem äffchen das musste gesehen haben wir es endlich der kletterteam fels wendet auch wie spider-man als wäre das gar nichts weißt du was ich meine das ist echt strange ja und schnell ist er halt jetzt hast du gerade geleckt das habe ich gesehen sogar guck mal was der für springe macht ich dachte der hans kann weit springen aber der guckt auch mal was für riesen jumps ich drehe mich rum bin voll zusammengezogen guck mich ein dracher an hier gibt wie wer weiß das ist so war die noch bitte kostiger und fack da ist da einfach sagt mir die arsch von den star rote arsch wo waren die doch rote arsch vor allem partner look original gleiche ding an der kannst du den skin runter macht dann hat er den normalen helm auf also der hat jetzt praktisch durch den helm hat er zu 167 rüstung das ist krass das hat er vorderbar die affen ach bei dem hans oder eine kanzel rüstung an sich setz dich einmal drauf wenn er mit meine gedrückt hält dann kannst du den ganzen den ganzen bei jubeln du kannst von oben einfach runter springen hat kein fall schaden das ist gesagt hast du warte die granaten am start wenn du dem kacke und granaten in bauch du ist dann kann er damit werfen da hältst du x gedrückt dann zielt er und dann mit links klick püfft er dann ja wie krass ich bin auch so ein stein golem scharf aber ich kann keine also ich habe die materialien für die kanonen nicht ich brauche ein bisschen metal und damit ich mir so eine kanone kugel meckereffen kann das ist so eine kanone der da hochklettert kannst du die bäume hochklettern und von baum zu baum springen alter wie krass ich sehe es gerade der der gerade nochmal hoch steht so das sah eben gerade richtig krass aus an der video auf den auf den gipfel von dem baum wenn es egal wie hoch du fällst also es gibt kein fall schaden oder was ja 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 oh da kommt er an alter wie den da hoch speedet zack 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 krass dann bin ich ein kollege von mir uff guck doch mal guck dir das doch mal an crazy dicker crazy so wir dürfen aber keine zeit verlieren weil muss ein schwein besorgen heftig mann heftig ich würde mir gerne so ein steingohlem zulegen hast du was für eine kanone und eine kanone kugel ich muss halt so gucken ja weil ich ohne scheiß so ein steingohlem das reizt mich die ganze zeit weil mit einem drachen konnte ich gegen den gar nichts ausrichten absolut nichts ich habe hier bald eine viertelstunde auf den gefeuert hier mit blitz das hat nichts gemacht und dann ja als ich in nahkampf bin auf den gebissen alle da hat mir zwei drei schellen gegeben wie der unglaubliche halk da hatte ich nur noch half life vor meinem drachen dann bin ich abgezogen musst du halt farmen gehen guck mal das kostet halt die kanone allein 950 metallbarren barren ja ich habe keinen wie nennt sich das 300 zement und dann brauchst du noch die kugeln auch da kostet eine kugel 80 metallbarren uff uff 30 schießpulver brauchst 4 obsidian 20 zement also das ist nicht ohne uff also das heißt da habe ich dann etwas längeres vor ja ich habe den steingohlem gesehen das war dachte ich mir mega den musst du haben weißt du ob man die auch züchten kann die golems kreuzte doch mit dem drachen alle schade dass man die schade dass man die nicht untereinander nicht kreuzten kann ich dachte ja auch man kann die drachen irgendwie untereinander irgendwie kreuzten aber das funktioniert nicht anscheinend geht nur dieselbe sorte mit derselben sorte war eigentlich ich jetzt mal was soll ich vielleicht und ich dann brauche ich unbedingt so ein metall klopfer wie heißen die akrylo wie hießen die die metallfarm an külung an külung ok dann fange ich mal so ein und werfe den mal bei mir ins gehege und dann muss ich gucken wie ich den zehnt bekommen an külung mal jetzt wird es zeit für das vorhaben brauche ich auf jeden fall so ein vieh hast du die auch am gebirg sang oder brauchst du die her ja ja wahrscheinlich in der vulkan gegend ja eigentlich überall wo berge sind fast ok an külung na gut ich habe ja das das fern glas mit dabei und dann gucke ich jetzt gleich mal sau mobilisieren ich schwöre es dir da unten schwimmt die ganze zeit schon so ein riesenfetter heidegger holen die artiger das könnte man halt auch mal ich mann machen dass man hier endlich mal auf tauchgang gehen ja aber dafür brauchen wir das equipment schütze ja und und das kräftchen hier ist ein biebeer wir müssen uns unter wasser tiere zähmen nein dieser scheiß fucking drache jetzt schießt er auf diese tiere man 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 ich wollte er sollte nicht auf die schießen ich wollte gucken was sie für ein level haben eigentümer stamm von fett sie ja das sind die anderen da gewesen oh da hat level 145 der schwarze biebe nein nicht schießen oh er doch auf den du schießt doch nicht auf die armen kichermann so ein fuck jetzt hat er die verscheucht alle was denn das für die ebay stemmen die sind aber groß guck mal ob ich den gegrabt bekomme da hast du eine bieber stemme gefunden ne hier in diesem teich in diesem großen die spawnen immer an den gleichen orten die bieber demme die kannst du looten aber irgendeiner hat schon wieder die da oben gelootet und hat nur das zement raus und das andere zeug ne das ist scheiße da war ich noch gar nicht dran weiß nicht die spawnen dann ja dann ist da muss man ja dann alles alles raus werfen ne also ich tu immer den zement also alles aus das holz halt raus nehmen und das holz schmeiße ich dann mit o halt immer raus dass er kaputt geht man kann auch wieder ein neuer spawnen ja milf kannst du mir gleich die koordinaten geben von den bieber dämmen weil ich will da nämlich einen bieber holen später warte mal kann ich hier gleich sagen das ist hinter dem schloss hinter dem großen schloss soll ich dir mal die map schicken da gibt es da so eine map da kannst du ein da kannst du Haken rein machen wo die bieber dämme auf 40 auf 43 äh 27 ich poste es einfach mal da hier und mit dem general text kanäle mhm ok ich hab mir jetzt ein level 145 gegralt also dafür war das feiernglas echt gold wert und das andere ist der dododex den wir auch immer der ist auch immer ganz gut und so oben das tier eingeben dann wieviel pfeile aber jetzt level eingeben wieviel pfeile das er braucht und bla 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 und was er gerne isst wie lange das system dauert und bla 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 ok und ist er reingefallen er ist auf der mauer gelandet ach was für ein dreck alter anstatt dass er hapert mit der geschwindigkeit nein er fällt das ist blöd gemacht nehmt oh bitte jetzt greif mich meine tiere an wenn du jetzt meine tiere angreifst dann bist du instant tot ein piomia ist nicht das schwein ja das ist ein anderes wie heißt das schwein denn piomia ist ist auch ein schwein ja aber das heilschwein ist der eodon die schauen aus wie wildschweine so ähnlich was kann das eigentlich nicht viel außer dass das das einzige tier ist das du dazu bringen kannst mit steam bären das ist ganz viel kacke produziert auf einen riesen haufe scheiße dir dann ok ja ok ja dann kannst du ratzfatz dünger produzieren also ohne ich habe noch nie glaube ich ohne piomia gespielt weil wenn du nämlich anpflanzt dann brauchst du das ding einfach ja ja das kommt später das brauche ich jetzt erstmal nicht dann kann ich den ja hier den bieber betäub ich mit pfeilen gell und der frisst vielleicht ganz normal oder ja der bieber der frisst bären die lilan oder was ja lila ist immer immer die sind immer die besten ok dann gucken wir mal wie viel pfeile er verträgt der gute ich habe keine betäubung freunde mehr ist jetzt nicht dein ernst ja ah da sind noch die betäubungspfeile ja wunderbar alter was das aus macht er jetzt gerade mal guck mal ich habe jetzt zwei brontos und drei stegos die haben auf mir eingeballert habe ich jetzt zerlegt jetzt habe ich gerade mal nicht einmal 400 leben verloren vorhin da habe ich ratzfatz keine ahnung 4000 verloren ohne rüstung ne hast du auch eine eisenrüstung gemacht aber die ist schwer gell die nimmt ein bisschen gewicht gell genau ja hast du schon gedacht aber es geht noch es geht noch schlimmer ist dann die wäre dann die SWAT rüstung die riot rüstung mhm die wiegt extrem viel wuah what ok ah das müsste reichen So, dann gucken wir mal, ob das was wird. Gucken, wie viel Teile. Es ist auf jeden Fall neu, dass die Stegos einen festhalten können und dann auch noch vom Tier abmountain lassen. Oh, Alter, was hat denn der für eine Range, dieser Drecksbeber? Der macht meine Wand kaputt. Oh, Drache, jetzt mach keinen Scheiß. Hey, 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 stopp. Oh, jetzt greifen die Tiere vom IMS-FIA noch an. Glaubst du es? Unglaublich. Ja, so 10 Gehege sollte schon mindestens immer aus Stein sein, Mette. Am besten. Hab ich, ich muss halt weiter wegbleiben, damit er mich nicht trifft. Der hat voll die Range, dieser Drecksbeber. Oh, jetzt ist mein Bogen kaputtgegangen. Ach, klappt es? Ey, der teilt schon ordentlich Schaden aus. Er leckt mich am Arsch, ey. Das brauch ich nicht. Ja, das glaub ich. Das sieht doch hydraulisch aus, Digga. Der zerlichten Bondo. Ratz, fatz, ey. Alter, das ist krass, was der mit der Rüstung auf einmal aushält, ey. Wahnsinn. Krass, gell. Einfach mal 10 Mal weniger, sozusagen. Ach, das wird einfach nix. Kicken seine Tiere, alter. Das ist scheiße gerade. Die werden voll aggro. Ich hätte doch weiter wegbauen sollen. Komm, fall endlich um. Aha, jetzt flüchtet er. Alter, den T-Rex hat er zerlicht, ey. Gerade mal 200 Live verloren, ey. Passt. Das ist schon gut, gell. Oh, was das ist? Was das? Oh, was das? Oh, was das? Oh, was das? okay mein bogen ist wieder kaputt aber jetzt ist er endlich knockout mein lieber mann die lindern hast du gesagt ja man darf ich nicht genug von Jetzt stacke ich an den Tieren, ich guck mal, ich will noch ein paar Bären ans Start bekommen. Ne, aber jetzt bin ich von echt so weit, von so einem Huhnberg runtergejumpt, ne. Null Fallschaden, geil man. Naja, krass. Das ist gut, Alter. Ja. 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 Da. Ja. Das war alles, ja. ach so der andere war ja nur zum strauch fahren gut handarbeit angesagt na ja wenn du ganz viel ab holzt und dann halt das stroh immer raus schmeißt hat er dann auch bären am start irgendwas war da nämlich ich weiß dass das ist ja mit dem meinten mit dem affen oder ja 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 fasern kannst du auch ganz gut mit dem sammeln alter 90er alpha raptor habe ich jetzt gelüftet hat mir gerade mal 89 700 live abgezogen und er hat permanent auf mich ein also das ist krass gut jetzt ist halt die rüstung auch schon über halb unten aber ist ja wurscht jetzt rennt er wieder zurück so ein blödes vieh inventar was so schwer ist ach so hat er ist fast voll nur natürlich doch eingesammelt was wird er kein mensch braucht weg damit muss ich jetzt auch eine alpha naja das ist ein magnazaus krass zäger das ist so durch den urwald zu fetzen wie dem affen macht schon bock ey das ist geiles teil ey mal kurz Okay. Okay. Einfach nur zwei Alpharaptoren auf einmal gekillt, ey. Wahnsinn, das Ding, Mann. Mit dem Affen, oder was? Ja! Ich hab immer noch 5.500 live. Das ist heftig, Alter. Wo hast du die Sau, Herr Müll? Die heile Sau. Im Schneegebiet. Im Schneegebiet rennen ziemlich viele von denen rum. Manchmal laufen sie auch außerhalb rum, aber im Schneegebiet laufen ziemlich viele von denen. Jupp. 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 bin in die höhlen fliegt gucke ich dass ich die dann einfach zu viert hinter mir herziehung gut ist ja das überlegt gerade so in der luft beim weißen wird es vielleicht gefährlich am anfang wenn die noch nicht so viel gesundheit haben weiß das meint und schaden da muss dann glaube ich mal ein auge drauf haben dass sie sich nicht am falschen festweisen sonst ja mit den anderen zwei lobe ob es auch passiert diesen instant verreckt was war dann halt ärgerlich die bewusstlosigkeit nimmt schon wieder ab von dem komischen wie hier jetzt muss ich wieder los ziehen den bären besorgen das macht er gleich und ist nicht gesehen ein komm her hans müssen wir mal ausziehen ha 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 o todo a o o vo dost oh o ve das problem ist der ist aggressiv hat einer von euch ein leeres gehege gerade wo ich das so stehen können ich weiß nicht wo deine base schütze 25 38 am wasser direkt es ist direkt am wasser 25 38 also hinteren in den schneeberg da das bild aber auch noch aus bloß ich bin ein kleines stimmel rein im bruder hat man hier drin und ich brauche den stadt von dir wir nehmen ich gleich auf das kann ich bin hier das bau dann ist so stream gesehen die frage ist muss das gehege ist schon so ein ding heißt das hier wasserfall wo ich habe ich da jetzt schon noch zu weit oben bin ich sehe hier so eine burg oder so bist du ja genau das war den wasserfall runter wasserfall runter und dann ist da den linken wasserfall runter bei meinem schönen haus also dein haus sehe ich jetzt diese viereckige blöcke ja rechts ja geradeaus war den linken wasserfall darunter das siehst du dann schon ja da habe ich da habe ich mein schwein heute auch gezähmt aus nur in sohn natürlich wenn ich jetzt stehen lassen der beruhigt sich irgendwann die beruhigte muss ich nicht beruhigen den musst du einfach anschießen ich habe vergessen die pfeile mitzunehmen aber ich würde dann zurück und die pfeile holen das geht aber das ist kein problem oder ach so ja es soll immer wenn du die mal allein in so ein käfig lässt kann es halt sein dass sie die spornen aber warte ich kann die pfeile geben ja ja ich bin so wie viel narkosemittel ich habe hier habe ich 1500 narkosemittel und auf die island habe ich noch mal so viel noch mehr dass wir so einen bogen basteln halt ja kann ich hier eine palme fällen oder ist das nicht genau naja kann fällen kann zurückfällen bogen basteln ne komm mal her komm mal rein komm mal zu mir da hoch das hübsche haus da was nee in die in die in die burg du hast ein t-rex als ding alter als busch was darfst denn digga und ein brondo t-rex busch digga ich glaube ich bin oben am dach ja komm runter ja guck mal da in den von rechter guckt guck mal durch ob du was brauchst wenn du was nehmen willst nehmen und da ist auch da wäre auch besseres werkzeug zum beispiel ich bin ständig so sachen die ich habe ich habe auch eine lirne was ist von der wende wenn die alphas tötest kriegst du so gute sachen manchmal oder linde in den airdrops ja narkozeug was ist das ähm warte mal die ist ich kriegst du narko und hier hast du was brauchst du braucht der fleisch ja wahrscheinlich ja ne nur noch Fleisch hab ich der braucht voll viel fleisch ne ja ich hab so zwei dreihundert fleisch also ja könnte reichen was ja der frisst viel äh besser wärs wenn du dem ähm ähm Keulen reinsteckst ganz viele weil die Keulen die geben mehr mehr Nahrung und es geht halt auch schneller ja ich hab halt keine Keulen na die die besorgt man sich dann immer also beziehungsweise also entdecken oder was ähm 120 Fleisch hab ich gemacht also das einfachste wär ein Alpha oder ein Brondo oder Brondos ja aber Alpha würde ich jetzt nicht machen ne ne wenn jetzt hier guck mal nach links da ist doch so ein Berg Richtung blauen Obelisk jetzt rechts ne da ist ein Berg und hinter dem Berg da stehen da stehen aufm Berg also so am Abhang zwei Brondos ok dann bin ich aber leg den erst leg den ruhig erst flach dass er dass er betäubt ist und dann besorgst du das Fleisch die Zeit hab ich ja 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 die Zeit haste weil das verfällt ja ziemlich schnell die Keulen ne ja genau die verfallen schnell ja das ist der Nachteil mit den Dingern ja ich weiß noch nicht mal was Level der hat also zu Kopf gell na in so oh es ist schon ein geiles Teil aber ja das sind halt diese das sind halt diese Scheißwefern halt also die weil das sind jetzt andere Weaver weil da gab es noch einfach einfach nur Weaver weil das jetzt ein Feuerweaver Gift, wie blablabla. Es gab aber mal einfach nur einfach nur Wiebern. Die hießen einfach nur Wiebern. Und die haben auch Feuer gespuckt. Aber die waren, die sind viel besser. Okay. Oh, ja gut. Die haben ja nicht so viel Ausdauer verbraucht beim Spucken. Das ist echt Wahnsinn, was die Ausdauer verbrauchen. Also ist eigentlich das Ding auf Ausdauer zu Leveln gut. Ja, Ausdauer und wenn sie genug Schaden haben. Ausdauer. Gesundheit habe ich dann geguckt, wenn sie genug Gesundheit haben. Aber bei Lowbox, das hat das Problem mit der Gesundheit. Aber Level 90 musst du halt die Stats angucken. Ich habe gedacht, wieso? Jetzt kommt was gerade. Die sind unterschiedlich von den Stats. Ich dachte auch immer, High Level hat auch bessere Level. Das stimmt nicht. Also wegen Gesundheit. Weißt du, was ich meine? Die haben wirklich komplett durcheinander gemixte Stats. Ja, ja. Die haben schon. Je höher das Level, desto besser sind die Stats. Schon. Aber es kann schon mal sein, dass einer, wo 20 Level niedrig ist, ich einen Stat höher hat als der andere. Das kann schon sein. Das hatte ich eben gerade noch. Aber im Prinzip, je höher das Level, desto besser auch die Stats. Und das ist ja das, was das dann ausmacht beim Züchten. Dass du die Stats kombinierst praktisch beim Züchten. Weil das Baby nimmt immer die zwei besten Stats von den Eltern auf. Und dann irgendwann hast du halt mal ein Baby, wo überall die guten Stats hat. Weißt du? Ja, ja. Ja, also das ist halt echt scheiße. Irgendwie, keine Ahnung. Mit der normalen Wiebern, du bist. Du hast einfach so über den Fluss geflogen, hast geschossen, hast direkt ins Wasser geschossen. Hier musst du halt nach unten gucken und dann musst du halt praktisch anhalten, weil sonst fliegt er ja ins Wasser. Ja, das ist saublöd. Das ist total bescheuert. Und schon wieder kein Ausdruck. Ach, Herr Mehoffal, da. Aber wenigstens kann er noch fliegen ohne Ausdauer. Ja, das kann er. Der Harvard dann einfach nur noch. Also du kannst dann noch trotzdem fliegen. Normal im normalen Tempo. Das ist halt der einzige Vorteil. Also er muss nicht landen. Zum Ausdruck. Jetzt landet er. All dem Lack, wo sich dem drücken muss. Das ist echt nicht normal. Der Baby hier, der... Keine Ahnung, wie viel Ladung ich dem jetzt verpasst habe. Boah. Heftig. Habe ich jetzt nicht gedacht. Ich würde auch nicht rumfallen, Alter. Ja, Bruder. Das ist auch die Brauch. Auf jeden Fall immer darauf achten, dass du hinten magst, kriegst, ne? Ja, ja, ich hab... So ein paar hab ich verschossen, aber die beiden ist noch getroffen, Digga. Ja, wenn er keinen Hitmax kriegt, dann zählt's auch wirklich nicht. Ne, ne, der kriegt schon einen Eisergefallen. Ne, ne, das passt schon. Aber war schon, schieß mal daneben, ne? Wenn der da rumrennt. So, jetzt Fleisch holen gehen und dann führt er erst, ja? Ja. Ne, ne. Narkomittel reinmachen schon? Ne, brauchst du nicht. Der, der, der braucht kein Narkomittel. Der wird vorher fertig. Ja, wegen dem Fleisch. Ja, wegen dem Fleisch. Okay, also am besten immer mit gutem Fleisch. Ja, also bei... Also das macht da auch... Ist auch nicht schlimm, wenn du jetzt nur mit Fleisch machst, ne? Also das ist... Ich mach's halt lieber mit Keulen, weil es halt relativ leicht zu besorgen ist und... Ich geh jetzt schneller halt. Ja, und geht halt schneller. Und vor allem das... Oh, das ist ein 140er. Das ist ja kein Wunder, dass das so viel Fall war. Oh, da ist es so und so. Jetzt wohl grad sagen, bei so hohleveligem ist es umso besser mit Keulen, weil... Dann verliert er halt auch keine... 140 ist das, ne? 140, ja. Ich hab von vier Stück eingegrabbt, Digga. Random einfach, ja? Krass. Ja, und den levelst du... Den levelst du wirklich nur auf Nahrung. Okay. Nur auf Nahrung? Nur auf Nahrung. Nicht auf Ausdauer? Oder... Nee, nee. Also ich mein, klar, wenn du mehrere haben willst und wenn du jetzt mal so ein Schwein haben willst, mit dem du fighten gehst, kannst du auch anders leveln. Aber du nimmst die ja zum Heilen und beim Heilen brauchst du einfach Nahrung. Ohne Ende. Und je höher... Je höher... Mehr Nahrung, der hat umso mehr... Länger kannst du halt heilen. Ach so, okay. Ich hab den jetzt die ganze Zeit auf Ausdauer. Okay. Nee. Nur Nahrung. Okay. Das wusste ich natürlich nicht. Aber der hat Nahrung 4875, die sowas. Ja, das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Guck mal, den... Den... Den zeig schon. Den... Den Designer ist noch nicht gelevelt, der hat schon 8500. Meiner hat mittlerweile schon 17.000, weil ich ihn halt nur auf Nahrung level, ne? Und der ist noch nicht hochgelevelt. Also da... Echt, da kannst du rein. Ich weiß, ob du das schon mal gesehen hast, wenn du heilst, wie schnell die Nahrung runter geht. Setz dich mal drauf, mach mal Rechtsklick, und dann guckst du mal, wie schnell die Nahrung runter geht. Das ist echt heftig. Apropos Nahrung, was fristen hier diese... diese Parasaurier? Bären. Die Lilanen. Zum Zämen, ja. Ja, also im Endeffekt alle Bären, aber wie gesagt, Lilanen sind halt immer die Besten. Ah, der wäre mir nämlich beinahe verreckt. Das hab ich gar nicht mitbekommen. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Interessant, interessant. Und so viel Verdaubendes vielleicht. Ach so, beim Nicht-Gezähmten ist es scheißegal, irgendwelche Bären. Ja, beim Gezähmten grad. Ja, beim Gezähmten meine ich beim Gezähmten ist es scheißegal. Da... Oh, mit der Stamme hier. Oh, shit. Jetzt bin ich wieder überladen. Ich kann mal ein bisschen verteilen. Jetzt denke ich, das habe ich hier wieder. Ja, geh doch drauf. Mistvieh. Ja, also die sind bei Weiden nicht so gut wie die normale Bibern. Ach, das ist sogar ein Alpharab, du ja, nice. Gummäh. Was mit dem? Schieb. Ach, ich bin zu vorne. Uff, 21 Lippen. Schie, 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 schie. Alter, du hast ein ganzes Gebiet abgesteckt, schie, schie, schie. Du hast ja schon eine Base gemacht, du hast die Kopfhinsen geblüht. Ja, ja. Ja, komplett umgezäunt mit einer Mauer. Was? Ja, ja. Die geht komplett außenrum. Aber die spawnen doch da drin, oder? Leider ja. Habe ich festgestellt gerade, ja. Da muss ich gucken. Entweder muss ich da noch ein bisschen Fundamente setzen, bauen. Also normalerweise dürften die noch nicht spawnen, aber sie tun es tatsächlich. Ich habe mich ein bisschen irritiert, aber... Vielleicht, weil es kein geschlossener Kreis ist. Ich weiß es nicht. Finde ich voll geil hier oben, ey. Das sind immer Biberdämme, aber keine Biber, ey. Ja, nee, also... Keine Ahnung. Ich kann der Viva nix abverlangen. Vielleicht das... Abgewinn. Nee. Ist nicht meins. Oh, da greift was. Oh, ein Krokodil greift mein Ding an. Nein! Nein! Was? Du Mistviech! Verliert er jetzt Level. Drecksviech, Alter. Nee, mein Ding hat es angegriffen. Mein Vogel. Ach so. Mein Vogel. Oh, shit! Ich wollte das Krokodil grabben. Ah ja. Das kommt gerade auf mich zu. Äh, ja. Ja, der hat jetzt gar an dir den Ding schon angebissen, oder? Den anderen. Nee, den anderen hat er mich gebissen. Mein Vogel. Ach so. Ja, nur mein Vogel angebissen. Boah, Glück gehabt, weil guck... Ach so, 70 Level gehe ich nicht. Gut, 69 Level kriegt der dazu. Alter, könnte das Heilerhöhungslevel doch höher sein mit dem. Was denn? Der 140er bekommt 69 Level dazu. Boah, ich muss was reinlegen. Na, ich sag doch, also... Ja. Ja, jetzt musst du schnell essen. Essen musst du schnell reinlegen, ja. Oh Mann, Digga. Na, er muss keulen. Ja, ich hab hier... Ich hab hier gebratene. Immer als erstes die Keulen. Ja, die Keulen hab ich reingelegt, nur ich hatte jetzt nichts in meinem Inventar. Ach so. Ich hab hier schnell... Ja, ich hab hier schnell die Dinge gebatscht. Ja, ich hab hier gebratene Keulen schnell rein, das tut's auch. War noch besser als rohes Fleisch, aber... Echt? Ja. Ja, ich kann meine reinmachen. Warte, dann hast du die rausgeholt. Da frischst du aber nicht geschild. So. Nein, das sind alle Keulen, die ich hab. Ja, hab ich nicht. Ja, die werden nicht reichen, aber es ist wurscht, das beschleunigt's auf jeden Fall schon mal um einiges. Ja. Ich lass da halt mal die... Na, guck mal, ich... Ich hab halt nochmal gekochte Keulen mit rein. Fertig. Ich hab über 200 gekochte Keulen gerade einsteckt. Ja, ich mach dann, wenn ich die Alphas gemacht hab, dann geh ich zu meinem Grill und brate die durch. Hm. Weil die brauchst du für Rezepte, für Trockenfutter teilweise, oder halt kannst du halt auch im Notfall fürs Zämen halt auch nehmen, ne? Hm, okay. Sehr praktisch. Wenn du jetzt praktisch aus Versehen drauf haust, mit der Faust oder mit was auch immer, und dann greift dir irgendwas an und beißt rein, dann kriegst du immer weniger Prozent, dann verliert er praktisch immer mehr Level. Mhm. Guck, der kriegt jetzt 69 Level, wenn die Zähmung durch ist, kriegt der jetzt dazu. Je länger die Zähmung dauert, guck, die Effektivität geht jetzt praktisch runter. Die ist jetzt nur noch bei 99,6%. Wenn du den jetzt nur mit Fleisch fressen würdest, dann würde das so auf, keine Ahnung, vielleicht 97% runtergehen, dann würde er vielleicht so 2, 3 Level verlieren. Mhm. Na? Und... Ein 69? Was kriegt denn da ne 150? Was kriegt denn da ne 150 hier dazu? Wuff. Kommst ja doch fast auf Level 300, ey. Ja, das wär schon ziemlich nice. Naja, auf jeden Fall mit gezüchteten... Mit gezüchteten kommst du auf jeden Fall. Mhm. Schaffst du sie, ich meine, auf jeden Fall auf Level 300. Ja, ganz kurz, AFK, im Moment. Okay, also um mal schnell Kräueln zu besorgen, ist da wie man schon geil, muss ich sagen. Ja, der auch vielleicht, also ich besorgen mit dem die ganze Zeit vielleicht, weil das geht extrem schnell. Der kann halt ziemlich viel tragen. Ja gut, Fleisch kannst du ja rein theoretisch mit jedem schnell besorgen, ne? Aber... Ja, der... Keulen halt. Jede Fleisch, also diese... Ja, der macht einen Hubs und dann hat er keine Ahnung, dass das ganze Inventar voll ist. Das ist schon krass. Das ist praktisch ein T-Rex mit Flügeln, so kannst du sagen. Ja. Also mit dem war ich jetzt bisher die ganze Zeit Fleisch besorgen. Na. Was für einer 3,5,5? Oh, da ist er. Da ist er ruhig. Oh, ist das meine? Ja, aber... TCC im Gehege hat sich doch rentiert, nein, recht. Sieht zwar halt kacke aus, aber es muss zweckmäßig sein. Ja, überall Fenster drin, alles. Das sieht fast so aus, als bräuchte er doch mal eine große Mittel zwischendurch, der 140er, ey. Na ja, da gebe ich dir, ich habe ja noch 300er von dir einstecken. Ja, der kannst du direkt mal so 20 Stück drücken oder so. Alter, wenn die Drachen groß sind, geh, die passen, muss ich auf dem Platz her. Brauchst du für das Ding mindestens eine 6x6 oder 7x7. Das ist echt krass. Eine 4x4 ist definitiv das Klein. Warte mal, ich mach mal so zurück. Ja, eine 5x5 auch nicht. Also die muss mindestens, Minimum, 7x7 sein. Ja, damit du das wieder drin warten kannst. Oh, Mann. Das ist ein komisches Ding. Das ist heftig. Mein Vogel, Digga. Ist also behindert. Was macht der? Der Kleine hat den angegriffen, oder was? Normal nicht. Normal nicht. Der flüchtet. Hängt sich vielleicht fest, oder so, aber normal greift er das nicht. Sehr wenig. Obwohl, weiß nicht, vielleicht, nee, der mag Schettin, das ist ja Keratin, was der hat. 68 Level, noch 97%. Nee, der hat nicht angegriffen. Okay, ja, gut. Ja, was weiß ich, das ist vielleicht, weil der viel frisst, ist, dass das Level verliert, aber naja, gut. Das ist ja nicht schlimm, also, das ist doch top. Damit habe ich nicht gerechnet, mit 140 Level habe ich nicht gerechnet. Also, das habe ich nicht gerechnet. Vorzugt der jetzt die Keulen, oder? Beim Zähmen, ja. Ah, nice. Und wenn der praktisch alles, was er jemals fressen würde, alles reinlegen würde, bei den betäubten Tieren, die nehmen sich dann immer das Beste. Ah, sehr gut. Bei den, bei den, ähm, gezähmten, ist es genau andersrum. Mhm. Da nehmen sie dann immer das Schlechteste. Das ist ja praktisch, ja. Ja. Woher ist gerade angesprungen? Ich glaube, ihr hört das, oder? Mhm. Absolut. Das ist nichts gehört. Was ist schon mit der Nacht? Jetzt sehe ich wieder nichts. Was kann das Schwein noch, abgesehen von, äh, Ähm, heilen? Nix. Nix, okay. Man hat's geschafft, dass meine, äh, Ding hochzuhalten, wie heißt das hier, die, wiefern? Ja, wenn du den Levelst auf Nahrung, wie ich jetzt auch gemeint hab, dann locker. Was hat denn die für Level? Die sind, die sind noch nicht geschnüpft. Level 44, was war das mit? 90er und 100, ich weiß es gar nicht mehr, 175er irgendwie, keine Ahnung, muss noch mal auf die Eier gucken. Der Blitzweaver hatte, also da drei verschiedene, die haben alle, äh, unterschiedliche Level, da war auch ein High Level dabei, muss da noch mal gucken. Ich hab die jetzt abgegeben, weil, äh, du, da jetzt Drillinge aus einem Ei geschlüpft sind, man Drillinge, das ist doch nicht normal. Mhm. Und das wird mir dann doch zu viel. Ich weiß gar nicht, wohin wir den. Ich hab ja noch nicht mal einen Unterstellplatz für die Wasser. Ja, und sieben mal sieben nur, dass ich ein so ein Vieh packen kann, ist schon heftig, man. Jetzt bin ich echt los, ich muss gerade mal auf die Map schieren, ich hab mich gerade verfolgen, ich suche als diese Ankylo, Ankylo, was weiß ich, wie die heißen, diese Metallabbauer, damit ich so einen noch sehen kann. Wenn ich mir so Türme bauen und würde für jeden Drache einen Turm wünschen. Als Geschütz-Turhäut. Ja, aber hey, sieben mal sieben ist schon heftig, man. Ich hab, auf ne vier mal vier landet er nicht, ums Verrecken. Ich hab's probiert, er landet nicht. Er weigert sich einfach zu landen da drauf. Also sieben mal sieben muss es schon sein. Ist heftig. Ja, es ist wirklich heftig. Ja. Ich überlege, ey, Fundament, genau, was das für eine Fläche ist. Weißt du, nur damit du die dann wieder abstellen kannst. Sag mal, für eine Umzäunung, äh, brauche ich da unbedingt Fundamente? Nee, oder? Stütz-Turhäut. Äh, kommt drauf an, mit was willst du umzäunen? Keine Ahnung, gibt's hier nicht so was wie High Extent Ball? Weißt du, was ich mein, sowas in der Richtung? Kann man sowas hier craften? Für, für, für Wände brauchst du immer Fundament. Aber wenn ich jetzt kein... es gibt aber auch so, so, ähm, so längliche Fundamente. Zaun Fundament nennt sich das. Zaun Fundament, okay. Und da könnte ich dann, äh, mit nem Zaun Fundament? Ähm, du könntest natürlich auch mit Gates umranden, wenn du willst, ne? Oder Tore. Dann brauchst du keine Fundamente. Mhm. Weißt du noch, auf die Island hast du ja gesehen, dass ich hab da ringsrum, ich hab die komplette Base nur mit so Beomo Skates praktisch eingezäunt. Ja, richtig, richtig. Ja, und dann gibt's ja auch noch, je nachdem was du umzäunen willst, dann gibt's ja dann auch noch die kleinen Tore. Ne? Ja, damit könntest du das auch machen. Hm, ne, ja, ja, ich überleg grad halt. ja, also es geht halt, klar, du musst halt ein bisschen farmen, aber im Endeffekt, je nachdem wie hoch du magst, ob du jetzt da, äh, so ein Beomo Skate ist halt, äh, ich lass mich jetzt lüchen, äh, fünf Fundamente breit, sechs Fundamente breit, ne? Und sehr hoch und ob du da jetzt Fundamente und dann Einzelwände draufsetzt, ne? Ja. Oder magst du es direkt mit Gates oder Tore? Das kommt dann ziemlich aufs Gleiche raus. Ähm, und das Ding ist halt, du hast halt dann, du sparst halt dann auch wieder Strukturen, Performance halt, ne? Ja, aber wenn ich jetzt, äh, gibt's keine so großen Wände und das war eine riesig große Wand, weißt du, was ich meine, dass du das nicht aus kleinen Wänden zusammenbasteln müsst, sondern wirklich große Wände? Ja, gibt's schon, aber die müssen auch auf Fundamente. Ah, okay. Also, die Fundamente komm ich gar nicht, ja, okay. Also, wenn ich ohne Tore arbeite, dann muss ich, okay. Ja, muss ich weiter. Äh, mit diesem Marko-Mittel muss ich dem das jetzt dann geben, oder? Genau, du legst es rein in seinen Bauch und dann gehst du mit dem Maus drüber und drückst E. Hm. Also, zwangs für den wie im Krankenhaus, weißt du? Genau. Ich stelle. Und das wirkt immer ein bisschen nach, gell? Ja. Das war halt immer so ein bisschen, bis man das... Ja. Genau. Was, auf wie viel Geschwindigkeit hast du da wie werden gelevelt, mit dem? Och, den einzigen, den ich gelevelt hab, der ist auf... Den hab ich nicht seh grad, der hat nur 100% Bewegungsgeschwindigkeit. Ach so, du hast dich auf Geschwindigkeit gelevelt. Ja, ich hatte den... Hatte ich... Ich hatte den, glaub ich, zwei oder... Zwei oder drei Punkte gegeben, aber die scheine nicht verloren zu haben, weil ich auf die Island gereist bin. Also irgendwas stimmt dann. Dann hatte ich auf einmal elf Punkte, als ich auf die Island war und dann hab ich die auf Gesundheit und, äh... Was war das? Ausdauer und, äh... Was war das? Nachkampfschaden genau gegeben. Also irgendwas ist mit meiner Geschwindigkeit passiert. Der hatte auf einmal war der nur noch 100%. Ich weiß nicht, warum das so ist. Keine Ahnung. Das war halt echt strange, weil ich hab normalerweise auch schon dreimal, glaub ich, zweimal oder dreimal hab ich auf Geschwindigkeit gelebt. Ich hab mich nämlich ja gewundert auf der Island, was ist mit meinem Drachen los? Das ist irgendwie langsam. Weißt du, dass ich mein... Und hier hab ich das auch gemerkt. Der ist, äh... Er ist nicht mehr so schnell, wie ich, wie er mal am Anfang war. Der ist lahmer geworden. Also ich würde das spätestens beim nächsten Mal hin und her reisen, würde ich sehen, ob sich da wieder was tun, und ich war ja mit dem die ganze Zeit drüben und hab meine Tiere gesucht, weißt du, und hab ja dann leider gottes nichts mehr gefunden. Ich muss mal gucken, ob das so eine einmalige Geschichte ist, keine Ahnung. Aber was schon strange hier auf Island einfach mal mit deiner Blitzweaver darauf zu fliegen, ist schon ein ganz komisches Gefühl. Das ist wirklich ein komisches Gefühl. Und das... Das viel gibt's ja auf der Map normalerweise nicht, weißt du? Mhm. Das war strange. Ich lade den da runter und... Ja, dann fühlst du dich echt unbesiegbar. Und zerlegst alles, was dir irgendwie in die Käre kommt. Schon nice. Oh, wer hat denn hier gebaut? Ach, der stammt von Fetzi. Aha, aha, aha. Haikukamoto. Ja, ich mach halt echt chillig und langsamer. Ich hätte eigentlich schon... Ach, du heilige. Ich muss mal warten, bis das hell wird, ey. Obwohl man weiß, wie's geht, ne? Ja. Es ist kein Thema, Digga. Ja, ich mein bloß, äh, Ding, weil normalerweise... Ähm. Normalerweise zähmst du einfach, was du kriegst. Also, wenn du... Egal, was du siehst. Wenn Level 140, 150 ist, nimmst du es mit. Fertig. Mhm. Und dann fängst du ja normalerweise direkt schon das Züchten an. Ich mein, das wär für euch auch kein Problem. Ja. Aber man muss ja nur wissen, wie, ne? Das ist das Thema. Ja, es ist halt wirklich... Es ist halt komisch, weil man halt... Man weiß halt nicht mehr, wie's ist, ne? Was halt für mich so voll, äh, easy und normal ist, das wisst ihr noch gar nicht vielleicht. Oder müsst halt noch, ne? Reinkommen und so. Das ist... Das weißt du einfach nichts mehr, wie das... So genau wie das war am Anfang. Ja, ich hab sowieso die Hälfte eh verpeilt. Also, ich weiß noch so ansatzweise, wie die Sachen gehen, aber... Gerade wenn man lange spielt noch, weil da so viel... Es ist ja so umfangreich, dann kriegt gern mal was verloren, weißt du? Ja, ja. Echt so, ja. Okay, Bibe ist jetzt gesehen. Äh, ich hab auf jeden Fall schon mal ne Cave gefunden. Es gibt auf jeden Fall Caves hier auch. Ich hab auch eine gefunden. Direkt am Turm dort. Wenn du außen rum fliegst, dass die Spinnen, so kleine, die da passt gerade mal so ein... Ja, ein Petri kann sie reinlaufen. Aha. Wollte mal was. Die war halt nicht drin. Ich hab nur eine Spinne rausgeholt, sozusagen, hab mir dieses Zettine, das heißt der Götzettin. So, Bibe, dann waren der Level 217. Das waren 100... Das waren das 145er oder was? Ja, und der hat jetzt Level 217. Ich hab dem jetzt einmal auf Gewicht gelevelt. Ja, ja, der Bibe. Ja, der soll einfach mal anfangen. Jetzt bin ich mal gespannt, was der hier farmt, so. Das ist doch immer warm. Der Steinklopfer macht ja auch sein Ding ganz gut. War schon ziemlich nice. Krass, alles Vorbereitung, nur damit man dann hier mal endlich ein Ding am Start kriegt hier. Oh man. Naja. Wasserarbeitszeige schiebt. Hä? Der Milf, auf was der hin arbeitet. Ja, ich will eigentlich noch so ein... Ich hab jetzt den Bibe gezähmt. Nun, jetzt brauch ich noch so einen, der Metall fahren kann. Oh, okay. Worauf ich hinausarbeiten will, ist halt, dass ich die Kanonenkugeln und die Kanonen mit Schwarzpulver an den Start bekomme. So ein Steinklopfer. Das wär halt schon echt fett, man. Ah, du musst die gesehen haben. Also Sandwurm hab ich noch keinen gesehen. Da hat mich jetzt so ganz heiß drauf gemacht, aber ich hab noch keinen gesehen. Dich auch nicht. Ich bin jetzt auch extra durch die Wüste, aber... Ja. Leider noch nicht. Kannst du einmal halt was auf... Boah, weiß ich gar nicht. Kann man den Kill-Schütze? Was meinst du? Hm? Zähmen? Den Wurm kill... Ja, zähmen. Töten kannst du alles. Zähmen kannst du leider nicht. Wollte ich schon sagen. Da reizt du auf den Wurm durch die Wüste, weißt du? Ja, wie bei Dune auf der Wüstenplaner. Das wär schon fett. Das wär schon richtig. Ja, da gibt's bestimmt auch einen Mod, dass du den zähmen kannst. Aber es gibt hier kein Spice. Ich hab halt nur gesehen, wie sich so ein Sandhügel auftürmt und dann hab ich mich abgemacht. Was soll ich meinen? Dann ist der Sandhügel wieder im Boden versunken. Hätte ich ein bisschen länger gewartet, hätte ich noch gesehen. Ich glaub aber, das wär auch das Letzte, was ich dann gesehen hätte. Schade eigentlich. Schade. Aber im Steinkohle war ich einfach nur schockiert. Also so ein Felsbrocken verwandelt sich auf einmal und wird auf einmal lebendig. Ich denke, alle, was geht denn jetzt ab? Und dann wirft er mit Steinen nach mir. Und das macht richtig Schaden. Also richtig, aber dann dachte ich mir, okay, alles klar, so ein Muster haben. Ich wollte mal das gesehen, wie der kämpft. Also mega. Das schlägt auf dich ein, wie der unglaubliche Hulk. Das ist echt krass. So ein Riesenvieh, ey. Ich glaub, so ein Steingohlem kannst du ruhig auf so einen T-Rex, auf so einen Alpha hetzen. Ich glaub, der zerlegt so einen Alpha. Auf jeden Fall kann er viel einstecken. Ja, der stört, puh. Also ich hab keine Ahnung, eine Viertelstunde, nach einer Viertelstunde hab ich's aufgegeben. Mit Blitz und Bissen und Feuer. Aber dann für mich, boah, ich fiel faktor. Vielen Dank für's. Danke, ich fliege jetzt rein. Der wird jetzt halt die Muster. Weiß. Oh, ist gut. Die Pumba. Die Wildsau. War ja klar. Na ja. Hakuna Matada. Yes. Ich hab noch keinen gefunden. Hm. Machen sie sich jetzt rar. Also riechen sie, das ist die Jungs. Suche. Jetzt hab ich einen Punkt auf Geschwindigkeit gegeben, aber das hat jetzt nicht viel wirklich viel gebracht. Ein bisschen was. Ich muss mal gucken. Ich hab das Gefühl, der verliert anscheinend die Punkte, wenn er reißen tut, aber das wird sich rausstellen. Würde ich extra nochmal testen, damit ich jetzt noch ein Auge drauf haben. Oder war das eine von den Low-Bobs, wo du auf Geschwindigkeit gelevelt hast? Nein, 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 nein. Das war hier der. Der hatte 116 oder 117 hatte der schon und jetzt hat er nur noch 100. In der Wüste gibt's auch Heilschweine, siehst du. Also, ein Dreier-Team. Ja. Ja, im Team sind sie dann wahrscheinlich wieder stärker, gell? Es gibt ja dann wieder einen Buff. Naja, die heilen sich halt gegenseitig, ne? Wird's gerade hell oder wird's gerade dunkel? Ich bin gerade hier in der Schneegegend und es ist schon wieder, ja, richtig abtönen. und zieht halt nix. Okay, mit der Wiedmann kannst du auch gut Schettin farmen. What the fuck mit... Ich hab grad zwei... Ne, also... Doch, doch, das geht mit einem bis... Ey, drei... Drei so, ähm... Gottesanbieterinnen, ne? Gekillt. Wollen die Leichen am Boden gelegen. Ich beiß einmal zu. Zack, über 1400 Schettin. Allein deswegen lohnt es die Drachen schon, ne? Ja. Ja. Es ist ein gutes... Es ist ein gutes Farmtier. Zack, das tatsächlich eine Mantis-A741 Schettin. What the heck, Alter. Organic Polymer, Alter. Nein, nein, nein. Was ist das? 8, 9, 10. Fast 600 Organic Polymer. Ja, willst du mich verarschen? Schwer zu bekommen. Hä? Ist schwer zu bekommen, Organisches. Ne, aber... Also, naja, in der Menge, ja. Aber das, das verfällt halt mit der Zeit. Das ist im Endeffekt kannste das nutzen wie normales Polymer. Außer für Ghillie-Rüstung. Da geht nur, tatsächlich nur dieses Organische. Na? Aber wenn du halt jetzt mal viel Polymer brauchst und holst dir halt organisches Polymer zum Craften halt, dann ist das halt schon nice, wenn das so schnell geht. Also, wenn du weißt, wo du das farmen musst, dann ist es nicht schwer. Sag ich jetzt mal. Aber, inwiefern ist es halt... was war denn das jetzt? Alter. Entweder war das jetzt der Mantis mit seinem Sturzangriff oder das war der... der Tausendfüßler mit seinem Spucken. Ich bin Half... der Viva in das Half-Life. Ja, das ist das Gift. Da musst du aufpassen. Digger, das heißt, zwei Treffer und du bist... und das Ding ist tot. Wie viel Leben hat denn deine? 6000. Okay. Dann müsste ich schon eigentlich was abkönnen. War ich schon gelevelt? Ich bin jetzt... und da kannst du eine Ölpumpe draufsetzen. Das wäre natürlich nice. Alter. Meine... Nein. Meine ist wirklich langsam und ich bin fast tot. Nein. Die, Alter, die haben mich ausgebremst, man. Die können mich ausbremsen. mit dem Eis. Dann bin ich... Zeitlobe. Nein, die ficken meinen Drachen, Mann. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Nein, die haben mich... Die haben mich fast gekillt. So. Die Eisweaver... Alter, die tun Zeitlobe. Nee, ich schläge... Ich bin gleich tot. Die zerlegen mich. Meine... Nein, meine Weaver. Ich bin gleich tot. Alter, ich hab's mit halbem Leben überlebt, gell. Hab nur noch Half-Life. Ich hab eben grad zwei Drachen gekillt. Das war's. Und die hatten noch nicht mal so ein hohes Level wie mein... wie meins. Alter, die Eisdrachen... Du machst da gar nix. Die sprühen dich an. Da bist du wie eingefroren und dann beißen sie nicht rein. Hm. Ich hab nur noch halb... Die Hälfte der Leben. Das ist unglaublich, wie stark die Missviecher sind. Ich muss grad mal meine Leben regenerieren. Äh, regenerieren ist gut, ja. Ich muss grad mal landen. Alter, die sind stark. Die sind sehr, sehr stark. Du musst nicht, dass die so einen Schaden hier... So einen Schaden verursachen, die Jungs. Also Eis ist nicht zu unterschätzen. Du darfst denen echt nicht zu nahe kommen. Wenn du denen zu nahe kommst, hier... bist du fast tot. Was? Ja. Der Schuss darf dich auf jeden Fall nicht treffen. Wenn der Schuss dich trifft, ist vorbei. Dann bist du denen ausgeliefert. Also muss man ein Eis-Drachen eigentlich auf einer Kampffahrt trifft. Der hatte Level 180 dieses Eisvieh, was ich grad gekillt hab. Uff, uff, uff. Oh, oh, oh. Sandwurm. Nee. Ich hab's anwurken. 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 Weißt du ja, wie die aussehen? Ah, ich hätte... Ich würde sie gerne mal sehen. Ich hab's anwurken. Ich hab's anwurken. Hast du einen Stream an? Nee, gell? Nee. Aaaaaah. Dann schauen wir ihn dir halt an. Ja. Wo bist du denn? Wir haben immer die Koordinaten. 90, 55 ist er. Oah! 90, 55. Alter! 90. Uff. 90. Der hat mich grad gepackt, Alter. Mein Willi war nicht voll in den... Der hat mich voll festgehalten. 90, 55. Das ist der Haufen. Dann 55, also hier in die Richtung. Und dann 100, also schräg, gehe ich über. Weißt du, warum du den nicht gesehen hast, mir den? Ja. Weil wahrscheinlich bist du zu hoch geflogen oder so. Nee, ich hab auch schon... Ich bin extra auf dem Boden sogar rumgelaufen mit den Webern. Also wirklich, ich hab mich provokant hingehockt und bin dann rumgelaufen, um Krach zu machen, um damit ich halt auch steuern. Du erahntst es einfach nicht, ne? Du siehst die überhaupt gar nicht, wenn die im Boden sind, ne? Erst wenn du näher kommst, dann brodelt der Boden. Ja, ich bin abgehoben. Da hab ich mich direkt schon abgemacht, weil ich nicht wusste, was das ist. Ich wollte es auch gar nicht sehen. Ich wusste gar nicht zu dem Punkt, der Zeitpunkt der Sandwürmer gibt. Und da steht so gemeint, dass das Sandwürmer dann dachte ich mir, okay, das kann nur ein Sandwürmer gewesen sein. Ich sehe nur, wie sich so eine Sandbühne auftut. Und dann dachte ich mir, der kommt hoch mit einem Dingsbund, mit einem Drachen, bevor es nach dir schnappt. Nee, da war ich sogar noch mit Petry sogar noch unterwegs. Ja, genau. Ich stink nochmal mit Petry. Ah, ich bin auf dem Weg, steht so. Äh, 90, 55, gell? Ja. Diese Schweine ist jetzt so, essen die alles? Äh, äh. Ich glaub, die essen nur Schwein. Nur Fleisch. Fleisch. Nur schwach. Ja, mein Drache ist langsam, als ich es da für eine Range hat. Sobald ich mich da hinsetzt, kommt da. Krass. Ja, der ist lahm. Vorher ging der richtig ab. Krass. Alla, ich bin voll weit weg, aber sobald ich mich hinsetzt, fängt er an, sich zu mir zu graben, ey. Das muss ich sehen. Ehrlich, ich hab den noch nicht gesehen. Also ich hab die Steingolems gesehen, die waren echt beeindruckend. Da hab ich geschluckt. Ich so, uff. Aber einen Sandwurm hab ich noch nicht gesehen. Hieß du gleich. Das würd ich gern mal live sehen. Wirklich live. Was, dass der dich nicht frisst, Alter. Vor allem wird's jetzt schön hell. Das siehst du ja wenigstens was. Ja, ich bin gleich da. Gleich ist gut, ja. Äh, 90, 55. Also jetzt muss ich quasi hier genau am Arc vorbei und dann müsste ich genau auf dich treffen. Ah jo, tatsächlich. Aber ich hab nur haben, weil, also wie gesagt, ich heile den jetzt auch nicht voneinander. Das dauert zu lang. Da ständig den Button zu drücken, das ist ja. Boah. Das dauert ewig. Äh, der hat ja 8000 und ich hab den gelevelt bis, lass mich, ich will nicht lügen, was hat der jetzt? Der hat jetzt 10.227. Aber du hast es ja einfach. Du musst dich ja nur neben der Eule stellen und gib ihm. Ja, neben die Eule, ja. Oder neben das Heilschwein. Ja, Heilschwein dauert halt länger. Ja, Eule ist, das geht auch. Bist auch besser. Alter, der hat mich fast gehabt schon so, gell. Das ist so übel. Also, die haben mich wirklich gefreezt. Also wirklich, du fliegst dann nur noch in Zeitlobock. Du kommst nicht mehr weg. Ja, und dann beißen die nicht rein. Zu zweit. Ey. Ich dachte, alle war jetzt okay, jetzt ist mein Drache tot. Ich krieg den nicht mehr da raus. Ich hab versucht, da nur noch wegzukommen. Allo, ja, da gedacht. Ja. Na gut, was hab ich denn gekillt? Drei Stück jetzt von denen. Drei oder vier Drachen konnte ich killen und dann bin ich weg. Was? Ja. Ich hab mich dann immer rumgedreht. Das ist heftig, Mann. Heftig. Gehst du dein Ding, oder was? Du tötest die in den Höhlen und dann holst du das alles raus, oder was? Nee, ich wollte die töten, aber das hat nicht hingehauen. Und dann bin ich raus. Ich wollte in die Höhle, aber als die mich fast zerlegt haben, hab ich gesagt, okay, das mach ich nicht mehr. Ich bin so langsam. Ich weiß nicht, warum. Vorher bin ich denen entkommen, weil ich Punkte auf Geschwindigkeit hab. Dann bin ich auch einmal auf die Island gereist und wieder zurück. Dann hat sich ja vorhin mal elf Punkte zu übrig. Ich so, äh, okay. Die elf Punkte hab ich dann dem Drachen wieder gegeben. Was war das auf Gesundheit und Nahkampf? Schaden? Und auf, ich weiß nicht noch was. Und dann merke ich auf der Island irgendwie, irgendwas stimmt nicht. Der ist irgendwie langsamer drüben. Auf, so Lost Island war er noch ziemlich schnell. Jetzt pflege ich hier genau auch rüber und seh, okay, ich hab anscheinend die Punkte verloren auf die Geschwindigkeit. Ich muss das mal im Auge behalten, ob das nur so ein einmaliges Ding ist. Wenn du das erste Mal so eine Insel besuchst, dass er nicht overpowered da ankommt. Ich weiß es nicht. Wenn er jetzt beim nächsten Mal reisen die Punkte behält, ist gut. Wenn er sie wieder verliert, ist er halt der Kacke. Dann musst du halt die Punkte mehr auf das geben, was er hat angeben. Ja, so steht so. Ich bin jetzt in der Wüste. Dann mal, ich kann mal gucken. Ich bin jetzt bei 55, 90. Genau an den Koordinaten. Ich seh dich halt nicht, aber ich seh halt ziemlich viele Skelette hier auf dem Boden liegen. Siehst du einen grünen Strahl? Ja, ich seh hier eine kleine Oase. Ich seh einen lilanen Strahl. Der ist links von mir, ganz nah. Dann fliegt links. Zum lilanen Strah... Ne, warte mal, jetzt ist der lilanen Strahl weg. Nice. Der grüne Strahl wäre rechts von mir. Grüner Airdrop. Der kommt gerade runter. Ja, dann fliege ich mal geradeaus weiter. Also zu dem, ja? Oder zum Strahlen? Ne, geradeaus weiter. Du fliegst, glaube ich, genau auf mir zu. Wenn du geradeaus Richtung... Ja, ich seh... Bist du mit dem Feuerdrachen da? Ja, ja. Jetzt seh... Oh, ja. Ich seh's. Alter, sieht das Ding fett aus. Boah. Das sieht einfach nur fett aus, Schützo. Was für ein Ding hier. Guck dir mal die Färbung von dem W. Mann. Uff. Allein, das ist ein 190er, Mann. Mit dem kannst du auf jeden Fall was reißen. Es ist schade, dass man die nicht kreuzen kann. Okay. Oh, mein hat einen fetten Arsch. Da sieht man, dass es ein Weibchen ist. Hm, okay. Scheiße. Wo ist er dann? Hier war er. So, und wo ist er denn jetzt hin? Okay, zieht er unter, ihr das Schweine. Ich hab doch extra geguckt, ob sich was bewegt. Ich würd den gern mal sehen. Und dann, wenn ich sie übernommen hab, muss ich die irgendwie pflegen, abgesehen von diesem Heilen? Hm, nö. Also ab und zu mal vielleicht halt, wenn sie, du kannst, wenn sie kuscheln wollen oder so, also wenn sie alle 20 Minuten oder so wollen sie, dass die Prägung halt hoch geht, aber wenn sie wie wenn Milch wollen, dann hast du halt gelitten. Ja, das, ich hatte bei meinem Glück, das hat beim ersten Mal, also beim dritten Anlauf hat's geklappt, bei dem Heilen. Nicht alle 20 Minuten prägen, oder was? Vergessen. Nein, nein, das geht nur, es geht nur um den Baff, die Prägung ist nur dafür da, hat er gemeint, wenn du auf den, auf den Tieren sitzt und feines haben die nochmal 33% mehr als Schaden und Gesundheit, also das ist so wie im Baff im Endeffekt die Prägung, weißt du? Okay, verstehe, ja, alles klar. Sollte euch so viel Frage, ey, aber... Nee, nee, es geht mir ja genauso. Ich muss ja auch... Nase fragen, ja. Versteht du, wo bist du? Ich suche das Viech. Ich sehe hier keinen Sandwurm. Müsst du jetzt weg? Bist du gefressen worden, oder? Ich sehe dich auch nicht mehr, bald und bald kein Schild sozusagen. Nee, nee. Nee, ich flichere hier die Gegend zu ringsum ab. Also einmal war ich hier an dieser Oase, da hat sich dann vor mir was aufgetürmt und dann bin ich weg, direkt, instant. Hab das Viech leider noch gesehen. Hier ist natürlich auch ein geiler Bauplatz, guck dir das an. Hier ist ein Wasserloch, ihr könntest überall Generatoren aufstellen, dann könntest du hier anfangen. Aber mit dem Material besorgen, ist halt stressig. Ach man ey, jetzt warte ich da extra die ganze Zeit geköckt und hab auf dich gewartet, das ist direkt das Viech weg, ha? Ich hätte nicht doch noch weiter pullen sollen. Ich hätte nicht doch noch weiter pullen sollen. Ich hätte nicht vom Drachen runterziehen können, da musst du aufpassen. Man, ich wollte ihn jetzt, ich wollte jetzt gegen dich kämpfen. Vor allem wollte ich mal mit dem Fernglas gucken, wieviel Life das da hat. Vor allem wollte ich mal mit dem Fernglas gucken, wieviel Life das da hat. Hier, jetzt hab ich das Tankleicht dabei, jetzt kann ich ja mal nach diesem Steingrolem gucken. Ja, das war eigentlich so mein Ziel. Und wer so unbesiegbar ist. Ja, ich hab ja... Aber dann bin ich jetzt durch die Wüste und hab ein paar Viecher gekillt und dann auf einmal sehe ich den Sandwurm. Oh yeah! Schade, kein Sandwurm heute. Ich eigere mich jetzt. Weißt du noch ungefähr, wo du da warst? Nee, gah. Wie? Wo du da... also von den Koordinaten her meine ich. Ah ja, na da... Da wo man halt... Genau, genau hier war das. Achso, du bist grad vor... Andere Richtungen flogen. Ja, hier grad ein Stück weiter, weil hier die Golems sind. Habe ich grad gesagt, dass wir ne Fernglas. Da ist er! Genau da! Wo ich gewartet hab. Was? Doch, da wo ich gewartet hab, ist er noch. Okay, ich komm, ich komm. Dann pull den mal oder halt den mal wenigstens. Beschäftige den mal ein bisschen. Was ist bei dir in der Nähe? Farbentechnisch? Die Oase. Die Oase. Muss dann jetzt wieder hin. Muss dann jetzt wieder hin? Muss mich doch verarschen, oder? Links bin ich. Links hinter dir. Hm. Oder der kommt nicht immer raus. Das kann natürlich auch sein. Wenn wir hier laufen, machen wir ja Krach. Siehst du diese Verfärbung hier? Das sieht ganz danach aus. Weil ich da mehr hier... Nee, nee. Das siehst du nicht. Das siehst du nur, wenn er sich bewegt. Okay, dann will der. Dann kommt er vielleicht nicht immer einfach, dann... So. Hm. Bist du sitzen geblieben extra, oder hast du dich bewegt? Ja, ich bin halt so ein bisschen um eine rumgelaufen so, ne? Das wäre aber jetzt hier genau zwischen uns vorher gerade noch. Was für komisch, vorhin da hat er ewig, hab ich den ewig gepullt. Ja, wir müssen erstmal gucken, ob es da irgendwie einen Trick gibt. Ob es hier auch so was wie Plumser gibt, die man bauen muss und dann setzen muss. Hm. Okay, hier ist noch Arfe. Das Gehege von dem Schützer war krank, Digga. Einfach die geilste Idee mit diesen Schießscharten, damit wir den Türrahmen sozusagen. Mh. Legisch gute Idee, aber schon direkt abgeguckt bei dir, würde ich sagen. So. Das wünsche ich nicht. Next level shit, Digga. Ah, Juhu. Jesus. Geht's nochmal hier weg und dann fäh ich ihn nochmal dahin. Auf jeden Fall hat er gemeint, mit Fenster ist auch gut bestimmt. Hab ich auch ein anderes. Hab ich immer gemacht. Also, mir hat's geholfen. Es war easy halt. Das hatte ich am Anfang immer gemacht. Und dann eh ich mir gedacht, komm Scheiß, jetzt machst du dir direkt die Türrahmen. Und dann hast du wenigstens wirklich frei. Freies Schussfeld. Je nachdem, was für ein Dino du erzählst, ne? Ja. Kleinere zum Beispiel. Schwierig. 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 Ich glaub, die Schützer nimmt mich hier vom Arm. Es gibt keine Sample. Ich hab, ey ohne Scheiß, ich war die ganze Zeit drauf, dass das kommt. Ja, vielleicht gibt's da irgendeinen Trick. Wie gesagt. Ne, der ist halt einfach, der kommt halt nicht immer raus. Das ist halt... Vielleicht wäre er sonst zu OP vielleicht. Wie gesagt, ich hab das beim allerersten Mal gesehen gehabt. Da bin ich direkt ab. Ich hab nur so eine Sanddüne gesehen, wie sie sich bewegt und größer wird. Weißt du, ich so, okay, irgendwas kommt da. Und dann bin ich direkt abgezogen. Da kam halt aber nichts raus. Ich hab nur gesehen, wie sich die Sanddüne bewegt. Weißt du, also größer wird. Und als ich aufgestiegen bin, war nichts mehr zu sehen. Scheiß. Ich konnte dann weh, der muss super. Also die holen einen unerbundeten. Das heißt aber. Naja. So, das ist zu denen. Oh, zwei Stücke sind geschlüpft. Oh yes. Das ist eine Giftweife. Du hast Blitz, Feuer, also du hast glaube ich alle drei Eier. Mal gucken. Und ich weiß, einer war Level 175, der andere 40 und der andere 55, so rum. Du musst halt, wenn du mal auf die Nahrung gucken, wie schnell die Nahrung fällt. Kann ich das Licht ausmachen, ist diese scheiß Fackeln oder muss ich sie anlassen? Nee, die kannst du, wenn die alle drei geschlüpft sind, kannst du ruhig ausmachen. Brauchst ja damit mehr. So, mein Arsch. 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 das könnte auch so einer sein oder... ey wir sehen auch komisch aus diese steine so ist da ein finstergang auch nicht schlecht die stein golems die man muss halt ungefähr ein bisschen einprägen wie diese felsen aussehen wir haben so eine bestimmte form level 90 45 schon level 55 level was 45 55 der eine hat nur noch der eine war und ein fünftel von dem ding die haben alle ungefähr gleich viel nahrung voll wenig halt ich fliege da hin von der wüste dahin und sehe direkt so ein golem direkt am rand wo die steine hier losgeht steine element 25 level 20 25 1600 leben was das ist doch nicht dein ernst was 25.000 hat er live krank ja wie willst du den am siegen die kugel in der arsch jahre ich will jetzt wissen wie viele kugeln und dann brauchst du nur um ihn zu betäuben also kanonenkugeln weißt du was ich meinst ich wette das ist definitiv keine ja das ist ein teurer spaß ja da hat es 6900 tauber ja dann gucken ob du den wegen die schaden verursachen was kannst du befeuert der teilt aus er leckt mich am arsch ja ja der geht ab wie der unglaubliche halk da musst du aufpassen okay ich habe jetzt ein paar mal gebissen und hab ne grad noch 400 leben abgezogen der hatte ich wahrscheinlich ablauf kehr mit zwei drei also bei mir war es so da hat mir zwei drei dinge geben ich hatte nur die hälfte der reifen habe ich auch abgedreht dann noch jeder versuch mit schießen und schießen hat dem anscheinend gar nichts ausgemacht also ich habe das gefühl das hat den noch nicht mal gejuckt schießen hat mir gar nichts ausgemacht probiert er machten gar weißen bestimmt aber dann kommst du so nah dran dass er dich boxt und dann ist vorbei das geil ist wenn dann auf distanz geschmeißt damit stein nach ihr diese drecksau ich dachte ich wette mehr und weiß weiß dann irgendwelche bocken aus dem boot und würze schleudert so nach ihr das ist echt krass gibt's doch mit weder in steigen und gefunden hier weder sonst auch was was ist hier für krasse stellen hat steht so mann 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 das sieht abgefahren aus echt einfach nur abgefahren abgefahren aus abgefahren aus am abgefahren aus Wow, hier hat es eine Höhle, uff, 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 aber da trau ich mich nicht rein. Hier hat es ja eine Ex- ... Ey, das sieht ja krass aus, Mann. Soll ich, soll ich oder soll ich nicht? Ist halt die Frage, was lauert da auf mich? In den Grafen komme ich da auf jeden Fall nicht rein. Puh, ja, das sieht echt nice aus, Schützer. Ich habe da was gefunden, aber ich kann damit noch nichts so anfangen. Essen voll schnell runter, will ich ja? Ja, und wenn das Essen runter ist, musst du mal gucken, dann fangen an die Leben runter. Und dann brauchst du nämlich was zum Heilen. Das macht der jetzt schon nicht, Alter. Ich heide gerade und der springt von 480 auf 490. Von wieder runter und hoch die ganze Zeit. Alter, hier sind irgendwelche Kristalle, habe ich gefunden. Das ist ein Gott. Alter, hier gibt es ein richtiges Höhensystem. Schützer, das musst du sehen, das sieht abgefahren aus, Mann. Ich komme aus dem Staunen gerade noch raus hier, das sieht ja mega aus. Alter. Wie nice das ausschaut. Gut. Da sind tausend Füßler. Uff. Weg. Raus hier, raus hier. Majest du einfach raus. — А� colonies. Auf Wiedersehen. Über Zoom. ASSAG. агaMV. tja ich habe einfach kein glück weder in steinkohle weder in sandwurm ich muss noch mal auf die koordinaten auf der karte weiß wo ich welche gesehen hatte genau da haben das ist ja auch umgetrieben also das war da hinten irgendwo es sieht schon abgefahren aus sagt ist also wenn es ist er sehen das ist einfach wahnsinn wie kommt es aus bestaunen aber sonst wirklich nice sind kommen sieht halt echt aus ich da kannst du dich nicht sagen sehen was es waren und und jetzt auch steinklopfer da muss es ja auch ankylos geben oder die metallklopfer jetzt so bei dir sind bieber da wo du gebaut hast ja ich will da mal einen schnapp mehr ach so das sind nur bieber dämme normalerweise so sein aber nein da musste diese seele unten da von der schlucht gemmeln was meinst du diese eine sähe von der schlucht da sind die bieber genau der schlucht war so ein see und kleiner und da waren da waren aber ziemlich große dämme also wir hatten wir haben das so ein so große bieber dings hat da habe ich auch gar noch reingeguckt ich bin ich habe nur mit ferngeklass guckt dass ich einen so ein high level da krieg und auf den dann gleich mitgenommen 25 41 40 ja das ist so ein kleiner see sondern auch wenn du an dem an dem an der burg runter fliegt wo dann der schnee aufhört das ob er mal um so einen kleinen see sieht aus wie so ein teich etwas größerer und da sind die ok kein golem am starten so ich werde hier nicht mehr schlau aus der geschicht jetzt habe ich endlich dieses blöde fernklass dabei weißt du und jetzt hätte ich mir mal ein überblick verschaffen können wie viel leben die haben keine chance keine chance sein ist ärgerlich ja den sandbogen habe ich bisher auch noch und sehen wir würde ich auch mal gerne im stream würde ich den gerne mal live sehen hier passt du auf die leben ja leider nicht was wird deshalb im stream einfach mal sieht weißt du leicht wie das halt ausschaut weil ich habe es ja noch keinen einzigen sehen ich habe jetzt zwar einmal kurz aber da hatte ich kein stream abgesehen hier wie sich diese sandbühne da auftut weißt du und bin dann direkt weg weil ich bin peter unterwegs war da war ich auf erkundungstour und habe den hat leider nicht zu gesicht bekommen dachte ich mir schade mich interessieren wie viel leben die alt haben weil die frage was du dann halt verkriegst ob du da die kino ohne ende bekommst oder so was die trocken auf jeden fall denn erdwurm horn oder so wo das heißt so eine trophäe meinst du ja okay das gras wie schon gesagt dass wenn du wirklich auf der suche bist keine chance immer wieder neue stellen neue perspektiven halten oder denkst ja 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 und so wie gesagt ich bin jetzt die ganze seite aus dem staunen gar nicht rauskommen ist es mega also hier gibt es so extrem geile stellen wo du bauen könntest aber das ist halt an die frage mit dem staff wie du den dann halt hier heranschaft ich meine hier hat es zwei felsen und alles bäume ist nur die umstellung ist gerade noch mal auf die koordinaten gucken nämlich hat sogar eine verfolgt bis 100 am strand und dann hat er sich irgendwann wieder in so ein felsen verwandelt und gut war ich bin ja blöd nach hier f12 screenshots machen war ich so hopps was gibt es auch die heilschmeine der amok läuft hier wenn er irgendwelche insekten wenn er den stechen und der blutrausch kriegt ich finde ja keine chance schütze möglich ja schon aufgegeben der macht richtig groß der mädchen was war denn das hier eine bergkatze und mein drache blutet wie sau das ist eine säbe zu bekommen lebele ich mit einem 40er thüla was thüla was konnte ich nicht lösen gut baumkratze wahrscheinlich das könnte auch so was sein die sehen danach ach nee die sind doch flach ja jetzt ist doch keiner was das wieder zeit gekostet hat kein einzigen entdeckt zeit fliegt krass ihr habt sogar zebras mann wasser hin und bock da schießt er einmal ne ich habe jetzt schon so viele petris hier gesehen ne wo ich halt vorbei fliege und so ne und auf schöner weise fliegt mir gerade gegen hab ich gedacht jetzt schießt er einfach mal drauf mit dem feuer war es ein 150er ja der ist dann brennend abgestürzt gert das sieht eindrucksvoll aus die flügel fangen feuer ich habe nicht immer gedacht dass ich nicht getroffen habe ne und dann fliege ich so weiter anscheinend habe ich nicht doch getroffen weil er dann keine ahnung so fünf sekunden später war er tot verbrannt halt naja schade ich dreh jetzt noch mal ne runde wenn ich es jetzt hier nicht finde dann war es das weil ich finde dann fliege ich wieder zurück weil das ist ja witzlos ja deswegen wenn du sie nicht suchst wenn du sie nicht suchst ey zack stehen sie auf einmal vor dir genau wenn du dann nicht mit rechnest wundert mich ja also die die feuer wie wenn die fällt mir dann doch schon besser als die gifte auf jeden fall ist ja alles ganz was anderes aber es ist halt immer noch nicht die richtige wie wenn dies mal geben hat na also das ist himmelweiter unterschied die ist schon nicht schlecht ich glaube die richtige wie war muss man geben die sagt dies glaube ich auch noch ein stück grösser wie die hier ja die scheiße wo bin ich denn hin helde ich habe mir das sogar extra sogar noch auf der map gemerkt hier wo das war keine chance okay dann versuchen wir jetzt mal was anderes die waren ja meistens immer an immer an Stellen wo du gar nicht mit rechnest ah alle aber jetzt wo ich kenne da guck ich oh ein 130er alpharex alter ich fliege jetzt seit ewigkeiten rum und suche alphatiere jetzt hab ich gedacht so jetzt bin ich fast daheim jetzt fliege ich heim kommt ein 130 denk nicht mehr dran kommt ein 130er alpharex das ist echt wahnsinn mit dem verletzten mal ein 100er alpharex platt gemacht mit seinem komischen drachen da digger der strom warst du ja ja man ja der war krass digger das hat aber schon gedauert bisschen ne aber dafür hat er sich halt gut geröstet muss man schon sagen ja ohne punkte halt gab es halt gut dafür das war halt nice oh alter der hätte mich jetzt fast gekillt alter der rex der 130 rex der macht halt richtig autsch ne ja das darfst du nicht unterschätzen ich versuche immer abstand von denen zu halten weil wenn die beißen ist halt ja wenn sie live hat denn der zeig mal ah das gift verlangsamt die tiere krass ah was macht er denn macht schaden auch milf ja 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 da war und dann hat es die blöde wie waren oder was da gibt es doch gar nicht ey kann nur in dieser gegend sein ey echt so wie oft ich jetzt schon hier drüber geblogen bin weil er dann 80.000 leben was ah ja weil er dann bestimmt 50.000 den du hattest mindestens wir reden 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 wir von dem steingolem oder was ne von dem alpharex der hat nochmal fast fünfmal so viel viermal so viel ne der steingolem der 20er hat level er hat 20.000 äh 25.000 live gehabt 20.000 level am ende was hat denn da so ein 100er dicker 300.000 oder was krank wo ist denn der jetzt hin der blöde rex der würde halt level geben ohne ende ey wo ist er was ist denn los warum machen sich die steigende golems so rar das ist unglaublich das letzte mal hier drüben waren drei stück ja das ist unglaublich wie gesagt der eine ist mir sogar bis runter ans meer gefolgt das ist hm wie krass das ausschaut das ist scheiße ja die ausdauer war eines der ersten dinge die ich geskillt habe bei den drangen also die brauchst du auch ich hab das schon auf 3600 aber das ist keine ahnung warte mal was hast 3600 hm ich hab meinen 3786 hm und meiner meinung nach immer zu wenig noch zu wenig sagen wir es mal so ja der speed hat halt unter jetzt gelitten das fand ich halt schade ne ich gebe es auf ich finde anscheinend kein die sind noch nicht mal so groß diese felsen die verwandeln sich halt ziemlich schnell ja es klappt gerade an der tür ich guck gerade mal und 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 So, schau mir nur auf den Feuerstuhl, haio. Tja, der lässt sich ganz schön feiern hier, dieser Steingolem, naja gut, schade, wenn du suchst hier, dann findest du, naja. Sandwurm haben wir jetzt auch keiner gesehen, ach, hätte ich mir den Weg doch sparen können. Mal wieder für die Katz, warte mal gucken wo der Ark ist, guck mal hier landen, in welche Richtung ich da fliegen muss, das ist zum Kotzen, das heißt, naja gut. Ja, guck dir den an, das kann für den Bubis, mein Freund. So, äh, wo war'n das jetzt, äh, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ich muss ja komplett quer über die Map liegen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ah. Alter, was, was beißt denn mich jetzt? Bist du noch in der Wüste, oder bist du schon weitergegeben? Ne, ne, ich bin schon fast zu heim. Wie viele Punkte hast du denn jetzt auf Speed gegeben? 110. 110, warte mal, ich guck mal, ja, die hab ich leider nicht mehr, ich hab 102, das ist zum Kotzen, ich sag ja, die Punkte, die ich vorher auf Speed hatte, das war praktisch, da war ich ruckzuck, konnte ich hier zwischen diesen Locations hin und her blicken, das war schon ziemlich nice. Aber ich würde das nochmal testen, wenn jetzt, äh, beim nächsten Reisen, guck, beobachte ich das nochmal. Wenn dann die Punkte wieder da abgezogen werden, weißt du, wo die ich da auf Speed gegeben hab, das wär echt strange. Mal gucken, ob das dann irgendwie abschalten kann, warum das dann, wenn du zwischen den Inseln hin und her reist, warum dann hier die Geschwindigkeitsspeed von dem Vieh auf einmal weg ist, keine Ahnung. Kann sein, dass er auch vielleicht individuell angepasst wird an die Map wegen dem Level, weißt du? Ich weiß es nicht. Naja, das kann es sein, weil es auf die Island halt keine Viehwand gibt, ne, vielleicht, irgendwie. Aber normal darf es das auch nicht sein. Ja, ich mein, alles andere wird ja identisch 1 zu 1 übertragen, aber warum wird der Speed, das war halt genau das, ich dachte mir auch, warum ist der Drache auch mal so langsam. Ja, und wie gesagt, mir ist das dann aufgefallen ist, nachdem ich auch hier, hier auf der Map wieder mit dem Bruch geflogen, dachte ich mir, Alter, der ist langsamer. Da war vorher ein ganzes Stück schneller. Na gut, war halt nicht so intelligent, jetzt habe ich halt die Punkte auf, was war das gewesen, noch Gesundheit und Nahkampfschaden, ja. Ah, flieg doch man, flieg. Ja, man merkt es schon, der war vorher ein ganzes Stück schneller. Bist du echt so ein Arscher, aber? Nein. Das war ohne jemanden gebraucht. Ne, das ist immer sehr fun. Ja, Speed muss ich auf jeden Fall wieder leveln, das ist nix. Ich hab's gemerkt, als ich vorhin da in dieser Höhle war und die mich fast zerlegt haben, weißt du? So viel Speed wie ich hatte, das war echt krass, ich konnte denen ohne Probleme entkommen und jetzt hatte ich richtige Schwierigkeiten gehabt. Die haben mich fast zerlegt hier, weil ich nicht schnell genug wegkam. Ja, und die treffen dann halt auch besser. Waldo hat so ein schönes, langsames Ziel, das weißt du? Das ist halt ein gutes Ziel, ab durch die Geschwindigkeit, weil du dann langsam bist. Das gucken wir, dass ich dem wieder auf Speed level hier. Und dann kann ich auch wieder mit dem in die Höhlen fliegen. Ich hab noch keine Meldung im Block bekommen, dass die gestorben sind. Die anderen vier, die da geschlüpft sind. Die lasse ich dann aber auf Dings, na, die Geschwindigkeit lasse ich bei denen dann einfach und werd die gucken, dass ich mir die nur noch auf, wie sagt man, auf Schaden und Gesundheit drehen mir weiß dann. Und dann lasse ich die einfach in der MIR fliegen, dann passt das. Mein lieber Mann, ey, das zieht sich ganz schön. Hast du... Alter, ist es als... Naja, gut. Viel nützt das halt nicht, ne? Also im Folgemodus sind die halt nicht wirklich gut, ne? Weil die machen so... Weißt du, die fliegen dann immer so große Kreise. Und bis die einmal einen Hit machen, haben die schon zig Hits eingesteckt. Das... Haben sie vergessen. Meinst du? Na, das ist nix. Das ist schon mit der Agentarwiese, da geht es noch, weil die kleine Kreis haben, aber selbst die haben ja... Bis die immer hinten, das dauert halt immer, weil sie einen kleinen Kreis so ziehen, ne? Ja, ja. Dann treffen sie vielleicht nicht. Und bei den Viva ist es halt übelst total, also. Ja, aber die anderen zwei, die haben mich eben gerade fast instanz zerlegt. Also ich sag dir, das war echt knapp. Und bei den Eisdingen war es so, die haben mich halt durch diesen Eisstrahl... Ey, ich war wie in Zeitlupe bin ich geflogen. Und dann konnten die auf einmal ohne Probleme einfach nur mich reinbeißen. Mehrmals. Ja. Also ich sag dir, ich bin da echt mit einem blauen Auge davon gekommen. Normalerweise wäre das wie tot. Also ich hatte weniger als die Hälfte von dem Leben. Überleg mal. Hat ja 10.000 noch mehr bis, weißt du? Also ich hatte weniger als die Hälfte. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Guck, äh... Mein Vivern jetzt hoch zu heilen, ne? Hat mir jetzt... Hat er dem Schwein jetzt... 10.000 Nahrung gekostet. Ach du Scheiße, okay. Deswegen bin ich mal gespannt, was das jetzt da... Was das... Wie der Schwein ausschaut. Mit... Äh... Muss groß werden, bevor sie erst fressen müssen, weißt du? Mhm. Aber ich glaub da nicht so dran. Weil da waren ja... Ne, was mal 175. Ja, die hatten irgendwie von den Steps her. Einer hat irgendwie nur 4.000 Nahrung gehabt, andere sogar noch weniger. Also die Stats waren ganz strange. Obwohl sie das gleiche Level hatten, haben die verschiedene Stats gehabt. Ja, mal schauen. Okay, was war'n das? Oh, ja, ich seh' grad' das heilzeit noch wieder rüber. Oh, ja, das Schwein halt die anscheinend wirklich auch. Okay, mal gucken, was es verbraucht hat bisher. Ist Heinschwein da. Oh, ja, das hat schon gut verbraucht hier. Guck mal da. An Nahrung. Krass. Und was ist jetzt? Immer noch jugendlich oder ranwachsen schon? Oh, immer noch jugendlich. Der hat Nahrung nur noch 1.000. Was hat der? 1.000. Der hat nur noch 500. Okay, der Feuerweaver. Könnte knapp werden. Er hat nur noch 500. Okay, der Feuerweaver. 4.000. Der hat nur noch 4.000. Aber dafür haben die, na gut. Ich glaub' das heilen wirklich so hier bringt mit dem Heilschwein auch nix. Weil sie noch nicht wirklich drauf angewiesen sind. Es pendelt nämlich alles. Hm. Ach, was mir grad so auffällt, ich kann da in Stream nebenbei laufen lassen ohne das ruckelt. Ich muss mal die Quali mal hören. Okay, auf einmal geht's. Boah, Sandy ist muted. Das muss man zwischendurch mal sagen, dass er muted ist, sonst vergisst er das vielleicht wieder. Oder der ist kurz AFK. Ich glaube, der war kurz AFK, oder? Ah, ist ja okay. Aber manchmal kommt er halt dann wieder und merkt er, dass er muted ist. Nee, ich bin der Messmann. Alles gut. Ah, gut. Gut. Danke. Ein guter. Ah, der halt auch. Guck, was hat der? Dann regnet sich bloß wieder auf. Ah, scheiße, ey. Ey, game unit. Ah, da hat auch 7.000 im Leben, aber gut Nahrung. Muss das unerlauben. Aber das Schwein hat schon gut was verbraucht. Sehe ich grad. Ja. Er heilt es wieder an die. Aber das bringt den irgendwie nichts. Er heilt nicht wirklich. Ich glaube, dann nehme ich wieder extrem. Ich sollte es passiv mal ausstellen, erst wenn die, äh, wie war das? Ne, wenn die Nahrung unten ist, genau so rum. Nahrung haben die ja momentan noch genug hier. Ich glaube, das könnte funktionieren. Okay. Guck mal. Du schaust richtig. Ach, das sollte man in der Nähe verletzen. Ich muss mich nicht verletzen. Hab ich mich nicht auf. 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 Schlecht nicht schlecht du. Naja ich glaube dann gehe ich schon mal hier kurz eine tolle Fleisch besorge. Oder was mal hier in dem Futternack war doch noch. Ja. Schuss so oder so keiner hier von den Tieren. Von daher. Dann kommst du runter. Na jetzt steht das Vieh natürlich genau bei meinen Tieren. Als hätte es gerochen dass ich das Vieh zerlegen will. Alter was der für eine Weißrange hat der scheiß T-Rex. Was ist das? Oh. 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 Hau ab! Alter Na komm dann zerleben wir grad noch mal paar Tiere Dann haben wir gleich wieder Fleisch am Start 10 gegen haben wir ja jetzt Also zum Fleischfarmen und Chitinfarmen ist das schon ziemlich nice das Vieh Also mit einem 130er Alpharex kommt er nicht klar ey Oh beim Sandi blinkt macht und tut's Ah da ist anscheinend auch Heilschweine in der Dings stehen Ah jo Ah mit halb Ah ok das geht das sieht natürlich auch mal so aus Bibe da drin rumlaufen Der dreht sich wie bekloppt doch nur Sind das eine Mini-Hüte Ah hier haben wir doch was Alter Der ist einfach zu heftig der 130er Alpharex glaubst du das? Noch Hä Nix noch für die Vivern Kannst vergessen Dann pack ich sie nicht Dann verguckst du dich Schnell Auf einmal verguckst du dich Packst du in dem fest Und dann ist sie Ja du musst auf Distanz Ich hab also bei mir ging's auch Ich hab dann zwar ein bisschen gebraucht aber Das geht Geh nicht hin Der hat so ne weite Beiß Range Ich muss so nah ran Dass ich den mit dem Feuer treff Dass der mich auch trifft Das ist krass Da ist er Entschuldigung Das kommt mal hier rüber Zack So kannst du es hin hauen Na Na Die haben Dass man dann in den stecken bleibt Hier an denen ihren Schwanz Das ist echt unglaublich Und an den Flügeln Das ist immer ein extra großen Bogen um die rum brennen So Da haben wir gleich nachgelegt Ah da unten am Strand Guck mal da Nice Der Bodo ist wieder da Der Bodo? Der Bodo Der Bodo Dann steht da ein Holzfäller Das ist Bodo mit dem Bagger Und der Bagger hat noch Genau Bodo der Biber ist das Biber Saurier So Schee Schee Irgendwie habe ich schon zu März Schmold Schmold Ja Schmold Schmold Diese kleinen Was will der mit dem folgen Oder was? Kann der laufen? Der will spazieren gehen Wie kann man mit dem spazieren gehen Digga? Äh Auf folgen pfeifen Und dann Gib ihm Voll gesandt man Der bewegt sich nicht Der Einstellungsradio Stell es auf niedrigste Und dann Die Drachen haben eine größere Range Stell es auf niedrigste Und dann wenn du ein Stück weiter weg bist Merkst du auf einmal wie er dir raus Ich bin ja etwas schwerfällig 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 Aber wenn du ein Stück weiterverleid Ich bin ja etwas schwerfällig Ich bin ja etwas schwerfällig das recht wir denn immer die höhe mal raus hat dann geht es einigermaßen ja da oder bisserl aber ja aber mit denen also wie gesagt zum fleisch und gt waren für knochen so also ist schon ziemlich nice also wirklich hätte ich nicht gedacht wie gesagt damit ein zweimal los noch meine tour hier habe ich gleich ohne ende am start weiß das meint genauso auch wie budget und dings auch die schildkröten und so wenn er die zerlegt wie sie so da bist du ja blöd wenn du zu fuß das machen wollen wird es besser dass du mal eine rüstung oder so am start hast deswegen ich habe jetzt ein bibel noch am start den steinklopfer jetzt brauche ich nur noch so der der metall noch abfarmt und dann kann ich an schloss legen na warte mal apropos ich sehe gerade hier er schwirrt hier hinten rum ja das ist schon ziemlich nice gell wie viel licht das macht weil du hier am schießen bist warte mal der biebel müsste doch jetzt auch soweit sein warte mal den habe ich auch irgendwo hinten rum geistern sehen da war er doch glaube ich ja das ist ja hallo so richtig gut stein gefarmt der gute warte malin du bodo du bodo du bodo du bist eine lest stein alter meint ich treffe du noch mal den sound äh ich finde die tür im dunklen ah da ab du mal Oh ja, der ist auch hier. Nice. Und Gewicht. Ah, guck mal da, da trotzt für mich. Nice. Hä? Was hat mich jetzt? Der hält echt nicht viel aus, der Wibern. Das ist echt ein bisschen... Aber der teilt gut aus. Ach ja. Der teilt wirklich gut aus. Frage, ich hab gestern den ganzen Tag nur das Vieh gelevelt gehabt. Ja. Dann kannst du auch was damit anfangen. Also dann ist er brauchbar. Ab rein. Ich brauch es jetzt oder so zum Bau. Na, dann darfst du wieder loslaufen, mein Freund. So, was du denn jetzt? So, was du denn jetzt? So, was du denn jetzt? Boah, sind ja grad mal auf 50.000 live runter. Das Gerät, ey, äh, schade. Wenn du in der Nähe bist, sag mir mal Bescheid. Vielleicht kannst du mal Ikim seine Tiere, die stehen grad so ungünstig, vielleicht mal an seine Base rumstellen oder so, Schizo. Oder wegpfeifen. Aber nur, wenn du halt in der Nähe bist, weißt du? Hä? Wie denn? Äh, ach so, der ist... Kann der genauso wenig pfeifen wie du? Ach so, stimmt. Der ist ja nicht... Ah, okay. Der ist ja nicht bei dir. Okay. Hat sie erledigt. Die stehen echt ungünstig, die Viecher. So, der braucht gar nicht im Wasser schwimmen, weil... Das bringt nichts. Komm mal her. Der sammelt nämlich kein Holz, das weiß ich jetzt schon. Äh, äh, dieses Drecksvieh macht Schaden, das ist Wahnsinn. Ja, mach mal hier deinen Job. Und im Wasser nutzt du mir gar nichts. Da dreht er sich nur im Kreis und sammelt gefühlt absolut nichts. Boah! Okay, jetzt fliege ich aber heim. Das muss ich dann erstmal heilen, wieder, ey. Nach 600 live, man, wie wenn... Uff, das war knapp. Das blutet wie Schwein. Das hat dich gebissen, T-Rex, oder was? Na, der 130er Alpha T-Rex. Probier ich immer noch. Jetzt habe ich noch 45.000 runter von 80.000. Ach du Scheiße, hat er sich gleich an so einem High-Level probiert. Ja, ich habe mich erst langsam herangetastet. Mhm. Stück für Stück und dann bin ich irgendwann nur noch auf die Alphas, weil ich gesehen habe, die bringen halt die meisten Punkte. Ich habe jetzt kein Wort verstanden, leider, weil mein Internet gerade wieder abkackt. Ah, okay. Nein. Ich habe gar nichts gehört. Ich wandern auf... Nö. Hm. Ja, jetzt langsam, wenn du einen Dreh raus hast, ja, das stimmt schon. Das musst du erstmal... So ab 500, ab 500 Schaden, äh, dann kannst du mal gucken. Ab 400 macht es schon Bock. Also ich habe wie gesagt, ab 400, äh, 450 bin ich dann die ganze Zeit nur noch auf Alphas. Ab. Und das jetzt? Ah, du Krexboge. Okay. Ah, gut, mal schnell Kaffee. Ja, das mache ich jetzt auch gleich. Guck mal, meine ganze Tiere kacken wieder ab. Unglaublich. Und das Schlimmste ist jetzt die Mini Drachen. Die können ja noch nicht fliegen, aber sie laufen natürlich wie die Große hinterher. Was wollen die dann anrichten? Das ist ein schlechter Witz. Wo wollen die denn hin? Sind die dumm? Alter, egal. Ich gebe es auf. Die können noch nicht fliegen und nicht fighten, aber dann schon hin in den Kampf ziehen. Das ist unglaublich. Ja, ist so. Guck mal, jetzt sind sie verstreut. Jetzt darf ich sie zusammen suchen. Alter. Das ist doch unglaublich, ja. Guck mal, wo sie stehen. Am Arsch der Welt. Ah, ihr kommt immer mit ihr. Ich habe dir nichts zu suchen. Ein Vieh trifft auf euch. Das zerlegt euch instant. Ich glaube, ich pfeife die mal hier aufs Schwein. Besser ist das. Ich ziehe sie mal hier runter. Dann stehen sie halt hier in der Nähe vom Schwein. Dann passt das. Oh. Hm. Einer fehlt aber noch. Das waren vier, wie wenn. Jetzt sind es nur noch drei. Nein. Ah, der eine steht hier am Eck. Ayo. Dann zocken wir uns noch mal auf die Woods. Ne, wir können uns ja da drücken. Wo war'n das? Ah, dann kann ich den gar nicht drauf die Pfeife. Ah, dann pfeifen wir halt um Hans. Komm. Der Hans steht ja immer bei der Woods. Der Hans. Wie war das? Der Hans. So. Dann lassen wir den Hans laufen. Der rennt dann zurück. Und die folge dem. Wunderbar. 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 Hauptsache sie sind in der Range. Dann passt das. Wenn du den Kühlschrank nicht hast. Hast du den schon bauen? Kühlschrank. Ich glaub, links kann den schon. Müsst du mal gucken. Okay. Das steht so kann. Und bei mir weiß ich, bin ich mir nicht sicher, ob ich den. Was denn jetzt passiert. Ähm. Das ist der Kleidanzug. Das ist der Kleidanzug. Das ist der Kleidanzug. Die Schrift verwirrt mich. Wie haben wir jetzt? Eins, zwei, zwei, zwei. Ah das passt doch. So, da sind wir wieder. Ja. Wegen war der Geflügel. Ist das überhaupt mein Vogel? Ah, ich sehe das auch. Ah, da ist noch ein Vogel. Ah, gut passt. Und da? Ah, gut. Mit so einem Kühlschrank, ja? Hm. Der kommt erst später, gell? Ich bin jetzt das Level 67. Hm. Hm. Du musst halt, wenn du immer so eingibst. Du hast ja auch Kühlschrank. Ja, ja. Ab Level 60 kannst du den. Richtig. Richtig. Ich komme auch mal gerade mit dem Geflügel. Ich bin gleich wieder zu uns. Räucherkammer habe ich viel. Hier. Normale Schränke, Komposte. Kühlschrank, den kannst du nur im Fabrikator bauen. Ah, du musst also einen Fabrikator bauen. Ja. Ja. Okay, ich will check mal, ob das Fabrikator gebaut wird. Aber wenn ich den dann fast down habe mit... Äh, mit den zeige ich schon. Sandy. Dann müsstest du mit einem Tier vorbeikommen, das du leveln willst. Weil der gibt richtig fett Level. Wo bist du noch? Ah, das dauert noch. Aber ich bin bei... Äh, in der Bucht da bei 25, 52. 25, 52. Ja. Das dauert noch ein bisschen, bis der down ist, aber... Gesundheit. Ähm. Ja. Wann will ich denn hier leveln? Ja, das ist nun mal ARG-1000, da der nicht leveln will. Der Rest ist nicht mehr. Oh Scheiß. Der macht so Bösschaden. Na, das ist Wahnsinn. Ich bin... Ufff... Zweimal gebissen, tausend Leben weg, ey. Boah. Vielleicht mein Vogel, alter. Boah, mein Vogel hat nur 52 live, digger. Naja, das bin ich, alter, what the fuck. 2000, digger. Boah. 55... 50... Oh... Oh... 50... ... ... ... ... ... ... ... Es geht nur im vorbeifliegen. Puff, alter, jetzt kommt der da hoch. Glaubst du ja nicht? Das ist ein übeles Ding, man. Ich geh da nur, wenn du zusammen bist, gerne in... äh... in der Gruppe. Ich hab's beim Milf auch gemacht. Ich hab den einmal, zweimal gehackt, ne? Mhm. Oh, nichts bekommen. Mhm. Hm. ... ... ... ... ... schon schön aus wenn er da wieder fliegt aber da muss schon ein dicker base sein weißt du dass es so schick krank aussieht so ein richtiges aus der unterwelt zum schloss digga treff ich den jetzt irgendwie nix mehr oder was ist da los doch 33.000 live hat er noch ok geht er noch schneller als gedacht brennte ich irgendwie nix mehr was ist jetzt los so so Untertitelung des ZDF, 2020 Alter... Das ist doch nicht... Geht's ja nicht... Geht's ja nicht... Geht's ja nicht... Oh ja... Wasser, da kann er nix machen... Schön auf den Einten draufbeißen... Ja... Da muss ich doch jetzt mal fragen... Männer, seid ihr noch am Start? Ja... Eine Frage habe ich... Das habe ich mich vorhin schon gefragt, als ich mir Kaffee geholt habe... Sag mal, steht so... Gibt's für die Tiere auch... Mein Vibe... Mein 2 Rezept... Weißt du, dass du dann diese Grunddings wieder hast... Am Anfang... Bis anfangs letztes, dass du dann die Punkte neu geneigt hast... Ah shit... Das wäre nützlich haltbar... Verskilled das, weißt du... So wie du bei der Medica hast ja gesagt... Da kannst du ein Rezept machen und so... Genau... Das kannst du dann trinken kannst... Ich dachte vielleicht kann man sowas mixen und den Tieren halt verabreichen... Leider nicht... Weißt du, dann könnte man die... So wie du halt brauchst... Dann im Endeffekt... Einmal skillen... Und dann bist du halt hast... Wo du dann sagst... Okay... Die Tiere will ich so haben... Das wäre schon geil... Ja... Und die Idee kam... Ich dachte mir eben... Okay... Wenn man das mit seinem Char kann... Was sind das einen daran... Dass das bei den Tieren auch funktioniert... Weißt du... Hm... Das wäre schon natürlich nice... Dass wenn du halt dann irgendwie mal... Dich verskilled hast... Oder Mist gebaut hast... Vielleicht gibt's dir die Punkte halt neu... Und gut ist... Schade eigentlich... Ja... Hm... Naja... Kommt vielleicht irgendwann auch noch... Ich weiß dann halt nicht... Ob es dann zu einfach wäre... Oder nicht... Okay... 22.000 live oder noch... Ich bin mir sicher... Wenn das beim Char geht... Kann man das bestimmt irgendwie... Konfig lösen... Dass das auch bei den Tieren greift... Du verabreichst denen das Rezept... Und gut ist... Oder zwingst sie es zu trinken... Sagen wir es mal so... So... Was ist denn das jetzt... Status... Wo steht denn das... Okay... Achso... Stand das nicht irgendwo mit dabei... Ob das... Jugendliche... Warum sehe ich es im Status nicht... Ah... Okay... Die sind jugendlich... 48%... Ich dachte an meine 8.000... Hier bei der Blitz wie wir... Wäre schon viel... Aber... Und wenn man... Ich glaube ich... Deaktiviertes mal... Weil momentan... Brauche ich es ja nicht... Brauche ich es ja wirklich hier... Nur wenn wir... Ja... Diese... Passivfeilung... Irgendwie... Das ärgert mich gerade... Weil... Hör mal... Wie waren das jetzt... Gewesen... Weil es bringt ja nicht wirklich was... Ich tue nicht mehr so... Als wir zu hochheilen... Aber da passiert... Absolut nix... Es schnallt nur kurz hoch... Dann schnallt es wieder runter... Es pendelt hat die ganze Zeit... So... Wie bei der Taube auch... Es muss wirklich warten... Es die Nahrung unten ist... Also pass mal auf... Ich muss gerade mal gucken... Wie man das hier... Deaktivieren kann... Passivfeilung... Deaktivieren... Weil momentan... Es ist useless... Der blutet wie Schwein... Aber hat halt noch 16.000 Live... Das ist schon krass... Was... Ist dieser blöde Biwär... Schon wieder im Wasser... Alter... Ah... Mann... Ich wette... Da ist nichts drin... Äh... Okay... Hat Holz gesammelt... Im Wasser... Hm... Okay... Ja... Man muss halt immer anfliegen... Im Vorbeifliegen... Ansprühen... Dann geht das schon... Ah... Ansprühen... Bist du mir noch an dem... An dem... Alphatier dran... Ja... Den Alphatier noch zu knacken... Oh man... Das ist heftig... Du bist du... In der Wüste... Oder bist du hier in der Gegend... Hier in der Gegend... Also... Äh... 25... 52... In der Bucht... Jetzt ist ein Fluchtmodus... Schon krass... Ja... Wir könnten den ja attackieren... Und dann gibst du ihm den... Coup de la Grasse... 13... 13.000... Ah... Jetzt kannst du langsam... Glaube ich kommen... Sandy... Ja... Okay... Ich komm hin... Und das ist nochmal... Äh... Das war die Bucht... 2... 48... 25... 52... Also links... 25... 52... 25... Boah... Der hell ist das... Okay... Und links... U5B spiel ich... Na... Otsch... 25... 35... Hast du gesagt... Geh... 25... 52... 52... 52... Okay... Aber... Wenn du reinhackst... Bringt es nix mehr... Das haben wir es bei dir probiert... Hat nicht geklappt... Ja... Ja... Dann krieg ich jetzt nur das... das ende die punkte leider ist nicht schlimm ich guck zu auch die punkte also der ist ja schon der die weiber ist ja schon genug gelevelt als mit rein habe ich glaube wenn wir wenn es leben auch wieder dann dreht durch was habt ihr denn vor ihr wollt den jetzt runter der menschen bis natürlich einfach das gibt was meinst du was das für level boost gibt ja die ganze verteilung gut da müssen wir nur ohne schießen einer muss das halt damit fernklass beobachtung gut ist kurz behauptet muss dann halt entweder senden oder du je nachdem wer die punkte braucht einmal zu picken zu haben muss und einfach nur einmal hätten so genau 7000 live noch sieben acht im scheiß dazu viel wie mein weiber wie mein weiber 8 wie man es auch nennt das mist in der bucht ok also ich bin gleich habe jetzt bei 40 ungefähr perfekt da müsste ich ja gleich sehen hier 6000 live bist du ohne in dem in der in der in der bucht an diesem in der bucht ja was da gibt es wasserfälle sehe ich gerade drei stück also zwei stück der drei drei ebenen wo bist du vielleicht auch wo bist du aber ich sehe es da unten fliegt dann tragen okay gucken wir uns spektakel machen was schizo da abzieht oh ja ja ich sehe es er hat vorher gefangen nice schizo nice da ist halt schwierig mit dem lkw naja wir müssen mal raus hat soll ich nicht naja gut dann gucken wir jetzt noch 2600 live auf ja ja ich warte noch jetzt mit er hätte es was gekippt ich glaube mit der blitzwürde werde schon dreimal tot darfst du mich halt nur das abfackeln ich habe dann ich kann das ja so machen dass wir den triggern dass er halt auf mich fixiert ist dann kannst du den ruhig beschießen wenn ich kurz über dem hopper oder über seinem kopf naja jetzt ist ja gleich gleich da muss ich noch zwei dreimal ansprüche dann ist vorbei woher es geht denn in die hose jetzt sehen wir das als nächster näher an da unter mir ist er guck ihn dir an jetzt rennt er natürlich in die folgen der ist auf dich irgendwie fixiert kann das ein schizo nöder ist gott so flucht mäßig da guida blutet ja ich sehe gerade dem hast du richtig gut zugesetzt meine liebe waren hier der gibt jetzt einen schönen boost ja ich habe jetzt 2000 leute das heißt du kannst ihn jetzt noch zwei dreimal anschließend ich sehe die bucht wo ihr seid wo ist er denn der guckmann oh nein oh ich gebe dir mal einen hit jungen ja ich gebe dir mal an ja der frisst mich jetzt noch so ja aber er muss ihm doch den todesstoß geben oder den letzten hit damit er alle punkte kriegt oder wie war das nee nee ja muss er jetzt noch mal an noch mal ein bisserl hitten zwei drei hits gegeben habe ich wasser ja er versucht gerade nach dem ja ja nein er blutet sich aber richtig jetzt gibt er wieder gas ja jetzt wird es schwierig gehen zu treffen das problem hatte ich nämlich ausschützung ja wenn die am abkacken sind da wird es echt schwierig die ja zu hitten wie man so vielleicht hat er denn noch hast du das ding dabei mit den ja warte mal 500 nee das war was anderes nee was ich zeig dir jetzt mal nicht äh 1359 hat er noch ja ja also ist nicht mehr viel ja hat man noch jetzt yes boah wie viele levels 13 punkte uff warte mal das war nice 13 punkte hat sich gelohnt ne ja so alphas und deiner und deiner war er und musst jetzt dazu bedenkt denn seiner war jetzt schon ein bisschen gelevelt auch ne dann wurde eigentlich schwerer an punkte kommt na ja ich stelle mal vor du hast jetzt ein ganz frischen beste direkt sagt keine ahnung 40 40 punkte oder so vergeben können ich habe es ich habe es nur noch jetzt noch vier level gericht auf die waren immerhin ja vier levels sind vier level man das macht viel aus bei den fischern aber ich mache das jetzt auf ausdauer 5000 ausdauer ich habe weniger sogar 3786 aber ja 5000 ausdauer ist gut das wird unsere tasche musst du irgendwo noch liegen ja noch scheiße geworden der jetzt gelegen da liegt seine tasche ich mal gespannt der müsste jetzt was richtig für das hier ist noch ein alpha wenn ich das richtig sehe wenn du hier hoch fliegst an der bucht entlang zwei alpha tyrannosaurus zahn okay die bucht lang fliegst du genau richtung land einwärts da geht es so ein bisschen hoch und da oben bin ich ich glaube der war hier im ding gewesen im wald ja ja das ist ein roter auch ich habe jetzt nicht und jetzt hier die bucht hochkommst genau land einwärts da geht es die ding hoch ja du siehst mich schon und hier hinten im wald ist er da wo ich hinfliege in meine richtung ohne vorne unten gleich 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 was ist das denn hier alpha kanon der mich jetzt tötet alter war das knapp wie die festpackerei immer in diesem game nach das sieht nur weit aus aber die range hast du geht es ja das war auch das wo wir gestern versagt hat es auch gebacken nein nein diese missgeburt alter muss ich mal kurz heilen 1400 live noch Alter wie viel land hat denn der 5000 oder was Gucken wir zwei t-rex da noch Alter digga jetzt fighten mit dem riesen ding ist schwierig ja du willst du noch abgehen und ist hier in der fall net schau mich schlägt mal rum hä wo ist der hin da unten am Wasser ist er da unten am Wasser da wie viel grobe titel hier sind das so eine power das ding Ah, die Alphas sind heftig. Naja, das hat ich bald gemerkt. Live hat er noch. Oh, gleich ist er down. Kannst du doch mal hitteln, vielleicht kannst du ihn sogar töten. 400 Live hat er noch. Ich weiß nicht, ich sehe ihn schlecht. Nämlich halt einmal, zweimal hittet, ne? Nicht down. Ah, da ist er. Oh, ich weiß nicht, ob ich dich töte oder nicht. Trenne. Ah, scheiße. Wie gesagt, ich habe schon drei Tiere von mir, gute Tiere aus Versehen gekämpft. Ich glaube, ich weiß nicht. 168. Problem war noch nicht mal ich, sondern die sind einfach in diesen Strahl reingeflogen, diese blöden Vögel. Du musst die dann anscheinend auch passiv stellen, weil wenn... Mit dem Unterschied an die Größe. Das daneben ist ein normales Kanu. Also Alphas sind halt auch viel größer. Yes. Nein, sag bitte. Sag jetzt bitte nicht, jetzt war ich gerade aus der Range, genau in dem Moment. Was? Nein, ein Level gemacht. Nein, passt. Passt. Auch nur eins, ja. Aber egal, eins zu eins. Ja. Abschneiden. Und rein theoretisch, könntest du jetzt sogar was einstecken gehabt haben? Ich habe irgendwas eingesammelt, ja. Also, als ich das angegriffen hatte. Weich. Zahn, aber der Zahn ist normal. Ne, das ist nicht zähne, das Ding. Gleich habe ich. Und... Ich habe halt andere Sachen noch reingesammelt. So, was ist das denn? Alpha-Kanut... Alpha-Kanut... Kanutaurus. Arm. Ich habe einen Arm von dem. Guck mal, ich glaube, das hat Natascha getroppt. Ne, das ist Agentavis. Ja, ich habe so ein Arm. Ist das arg komisch. Ein Arm, ja gut. Und Kai, Werkzeug oder Waffe oder sowas? Rüstung? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich die noch einstecken hatte hier im Ding. Ich habe eine blaue Arm, also ich weiß nicht, ob die von dir ist. Weißt du? Ne, von dir hatte ich keine blaue genommen. Ich hatte eine blaue zu Hause, so. Und ich weiß nicht, ob das die ist. Die habe ich gefunden. Aber die habe ich vor langer Zeit gefunden. Deswegen weiß ich nicht, ob das von dem ist, vielleicht. Die hat nur 138 Stink. Was ist das? Damage. Und er hat dieselbe Stats, wie die ich gefunden habe. Na jo. Nice. Voll aus hier los. Ich denke, ich muss hingehen. Aber halt. Knochen-Helm-Skin. Ja. Das ist wirklich schwer. Das habe ich geholt. Das wollte ich ja eigentlich machen. Heranwachsend. Oh, guck mal da. Jetzt sind sie heranwachsend. Jetzt schauen wir mal. Das ist schon, ob sie schon verhungern. Benommenheit. Ne, der verhungert. Schon weit weg hier. Der verhungert so nid. Der auch nid. Aber der, das Problem kennt hier. Ne, auch nid. Du hast eine schöne Gegend. Was ist denn mit dem Vieh? Ja, sieht doch gut aus. Ich muss das Halschwein also in 100 Einsätze. Ah ja, gut. Ich bin schon Level 88. Nice. Jetzt komme ich nicht ins Haus rein, weil die ganzen... Ich bin schon nicht. Level 68 bin ich jetzt. Mhm. Oh, ist gut. Ist gut, ja. Ich kann jetzt Schutzanzug machen. Ja. Zwei Endpenschter. Also aushalten du dir echt nicht viel, ey. Das ist echt. Also wenn du willst, ihr die 155er Feuerwied, kannst du dir schnappen, ne? Möchtest du mich? Ja. Äh, das ist ein Eier, oder was? Ne, ne. Fertig. Kannst du losfliegen mit. Ja, ich habe ja die drei jetzt erstmal. Ich gucke mal, wie die sind und so. Ob das was wird und so. Also die Feuern macht definitiv Spaß, muss ich sagen. Also nicht so wie die blöden Giftwevern. Ja. Ja, das habe ich mir gedacht. Also wenn du gegen sowas kämpfst, ist das nice. Aber krass ist, wenn du jetzt ein Ding dir so sagst, zum Beispiel, du hast einen Angriffsschlagsmonstre, gell? Was weiß ich was, oder mit Beißen zum Beispiel, ne? Und einer nimmt eine Giftwever mit, der andere nimmt eine Feuer und der andere Ding, dann ist kein Spaß, weil du bremst ja den aus und vergiftest den. Und dann kannst du den Beißen und kannst den anbrennen und was weiß ich viel. Ja, da kannst du ja schon viel reinbrechen, weißt du? Ja. Das ist schon nice eigentlich. Also in Kombination mit anderen, wenn du in Gruppen spielst, ist es nice, das mit dem Ding, mit dem Gift. Also, was heißt nice, ist es okay, ja. Ja. Alleine ist schwer, ja. Da müsstest du die eigentlich auf Bisskraft trainieren. Damit du alleine halt das machen kannst, weißt du? Giften und Bisskraft. Weißt du? Irgendwie so, keine Ahnung. Morgen fahren wir die Wohnung aus dem bisschen, Digga. Entspannt. Jawohl. Ja, Mann, das ist gut. Kann mir nicht mal nachzureißen. Mhm. Hier wird schon gesehen, das war auch gefühlt. Siehst du, vor lauter, lauter habe ich vergessen. Ich wollte den, so ein, so ein Metallfarbige Vieh, Vieh noch, äh, grabben und säben. Mhm. Ja, so, ich denke auch, äh. Also, ich habe hier noch ein umgeschlüpftes 170er Feuerwebern-Ei. Aber das tue ich mir heute nicht mehr an. Also, mit dem Brüten. Da mache ich auf jeden Fall noch einmal. Ja, das nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch, ne? Ja. Ich bin froh, wenn die jetzt hier... Wenn ich es schaffe, dass die heute auswachsen, ist gut. Wenn nicht, dann tue ich es einfach in die Kryo-Kapsel und tue es einfach wegsperren. Ich bin jetzt schade, um die. Dreimal 175 Gift und einmal, was war das gewesen hier? Einmal 170 Feuer. Hm. Feuer ist halt geil, ne? Ja. Und nochmal so ein 170er habe ich auch nochmal im Schrank. Also Feuer, als Ei. Weißt du, was ich meine? Das könntest du theoretisch auch haben, weil ich brauche es im Endeffekt nicht. Hast du was für eins? Ein 170er Feuer. Also ein Ei. So, nee. Ich hoffe, ich spiele auch. Ich finde nochmal die Zucht, weil ich kann jetzt die vergeigen. Es ist nicht so wild. Ich hätte schon die gerne, dass die laufen. Aber im Notfall, wenn ich die jetzt verkacke, ist es nicht so wild, weil... Kann ich mir immer noch welche holen, weißt du? Aber wie gesagt, das ist der Gedanke dahinter eigentlich. Ich will ja nicht mal unbedingt einen krassen Drachen jetzt haben schon. Ich will den selber auch klauen, hast du? Ja, das wird echt. Ich kann es mit meinem Drachen jetzt nicht mehr bringen, weil der irgendwie seine Geschwindigkeitspunkte verloren hat. Durch dieses, wie gesagt, das muss ich beobachten. Also ich habe jetzt nochmal Punkte vergeben gehabt. Also einen Punkt oder zwei sogar. Auf Geschwindigkeit, meine ich. Müsste ich gerade nochmal nachschauen. Ich werde das Test deshalb jetzt nochmal in dem Arkt testen. Einfach mal reisen, um zu sehen, was passiert. Aber vorher durch den ganzen Stuff. Ich sehe gerade, der hat noch ziemlich... So, und jetzt habe ich den Kopf, den Skelettkopf von dem Alpha-T-Rex, habe ich jetzt hier über mein Tor gehängt. Als Trophäe. Das ist geil. Ich habe die ganzen Dinger gedroppt. Aber das ist schon klein. Was ist denn da so klein? Das ist ja kleiner wie ein normaler T-Rex-Kopf, ey. Was ist da los? Kleiner wie ein normaler? Was ist das denn? Ich bin größer in Erinnerung. Aus Schettin und Stein konnte ich Zement herstellen, oder? Ja. Okay. Sehr gut. Sehr nice. Gut zu wissen. Machen wir das doch mal. Na jetzt, wo wir wissen, wo wir und wie wir schnell Schettin fahren, ist das jetzt kein Problem mehr. Ja, weil ich habe im Mörser habe ich gesehen, ging das. Ja, Zement herstellen. Das kommt noch ein paar Teile da. Komm, da stecke ich hier noch mal ein bisschen Dings rein. Oh ja, Piscine ist ja genug da, von daher. Ich habe ja schon ziemlich viel mitgebracht gehabt. Was ist das Ding gerade immer, wenn er muss? Doch, doch. Ach, Artifax. Oh, noch Klauselmittel habe ich auch noch. Ja, klar. Hm. Oh. Oh. Man sieht das Rott. ja passt doch naja zermint werde ich ja noch brauchen hast du gesagt dann kann das schon mal laufen ja ich glaub das ist der einzige lober von den nahrungstechnisch und leveltechnisch naja vielleicht kann ich da was raus holen 53 prozent hat er schon okay und die hier 52 ich glaube ich noch eine tour in die wüste besitzt ihn und gleich und dann schauen wir mal weiter stopp ich brauche erstmal diesen metall klopfer ohne metall komme ich hier kann ich nichts machen am berg an den bergern hast du gesagt geschieht so dass du da hast du deinen herr oder wie sieht denn der aus ist das so eine schildkröte mit stacheln oben drauf okay davon habe ich viel im schneegebiet gesehen am rand auf den wegen so ein bräuchte ich noch und mit beziehen kann ich den auch ganz normal betäubung schütze ja also ganz normal mit pfeilen und so und dann dann falsch werden okay das werden das habe ich dabei gut aus wo wir sind diese lava magma keine ahnung in der wüste habe ich von den ziemlich viele gesehen die leuchten die ja die die haben so ganz komische färben die sehen aus wie eine gepanzerte eidechse aber halt total robust in der wüste habe ich ziemlich viele von denen gesehen die schießen mit stacheln ja okay wie geko sona da aber die sehen schon da kam er mir sicher sehen ziemlich strange aus also vor nie trecken ist auch drachen praktisch ich habe die taucher ausküsten grad freigeschaltet okay im end irgendwas bei level 81 okay nutzt mir nix ich habe wahrscheinlich den kram noch nicht mal da um den scheiß herzustellen so schneegebiet gucken wir mal alter das kotzt mich so an dass meine bieber an 11 verloren hat gell an der geschwindigkeit alter hier gibt es ja eine höhle unter dem ark was ist dann das ist das ein dungeon oder was unter dem ark eine höhle unter dem lilan so jetzt muss ich mich mal kurz töten boah sieht das abgefahren aus man ich muss mich töten das sieht abgefahren aus man da essen wir jetzt einfach ein bisschen gammelfleisch dann stirbst du das vergiftet so musst du dich killen das habe ich jetzt nicht ganz verstanden dauert aber ach du scheiße gerade mal 50 leben verloren was okay dann machen wir das anders ja weil ich was machen will ich will jetzt praktisch meine eigene haut abbauen ja eine trophäe von mir ah ja die sind damit wo du anziehen kannst das ist das ding nee gell wie da gibt es so ein ding das kannst du irgendwie anziehen so eine statue oder so ja wer ist das ach keine ahnung kann sein dass ich mich verzei mache hm wo sind denn die viecher oh da unten feite dringend was okay das sieht nice aus ich sollte in das geschehen eingreifen vielleicht kann ich ja noch einen punkt aufgreifen der beruf ist denn eine ganze herde fängt ja schon gut an na wenn es schon so los geht da muss bei uns ein ding kommen digger in den tribe um da kannst du auch etwas leveln das müssen wir mal machen ja das ist jetzt das wenn du dinos leveln willst das ist dem tribe das besseres geht ne ja vor allem wenn die verloren gehen und so ist dann auch gut ja dann merkst du schon ja wenn du zu dritt zu fett unterwegs bist und jeder killt einfach was was noch vor dem wild hinbekommen du levelst so schnell das ist die tiere halt ne ja ja was ist denn der grüne kreis mit so einem ring wie ein timer wie ein effekt auf dich ah ok vielleicht vergiftet kann es sein ich weiß nicht die tiere schreien und irgendwie keine ahnung was da jetzt passiert ist ich treff gar nichts rein ja so ein park vom du tyranus und was ist das ja die mammuts haben das irgendwie auch seht warte warte mal wenn wir schon hier sind dann können wir auch gleich Fleisch mitnehmen so manches dauert aber wenn wir sterben will das dauert es immer noch ich hänge hier fest irgendwas hat mich da gerade gehittet du dreck ich wollte auch dabei nur das Fleisch gucken was die geben Keulen geben oder Fleisch ah Keulen naja jetzt bin ich natürlich voll ausgerechnet jetzt kommt er natürlich schon nach an ich wollte kein Dings auf Keulen und Pelz ok nein nicht übertragen trocken ok nein gut weg damit doch steht so beim level 88 lederhaut abgebaut zack wohl eigentlich nur das Fleisch er hat auch wieder Keulen gegeben das ist natürlich kacke ähm so musste auch in Lister gehen das da rüber versorgen und dann hier alles fallen lassen und das wieder rüber naja das mach ich dann gleich ich denk mir die ganze Zeit warum hab ich nicht so wenig Skins jetzt weiß jetzt weiß jetzt bin ich ehrlich drauf kommen warum weil ich ja jetzt die anderen DLCs nix mehr installiert hab die hatte ich ja sonst immer installiert achso dann musst du die extra drauf bauen ok ja ja krass schade schade aber wenn ich jetzt nur wegen den Skins die kompletten anderen DLCs installieren muss dann leg mich am Arsch oder oh hier fliege ich lieber nicht rein ich bin viel zu langsam ah hier fliegen über die Eiswebern rum oh und sogar zwei stück boah es sind beide Eiswebern die zerlegen mich jetzt vielleicht kann ich nur einen von denen ziehen um einen von denen zu killen das wär echt nice oh ja ich hab grad eine von denen gehittet hab ich grad gesehen ah komm ich will doch nur einer von euch erst mal killen das gibt doch bestimmt Punkte weil die noch ein hohes Level haben boah der sieht die geil aus weiß mit blauen Streifen das sieht ja fett aus ich könnte eine Kryo-Kammer bauen jetzt ab Level 88 weißt du kannst sie da lagern oder was? genau da kannst du die Kryo-Kapseln drin lagern und die halten da drin ewig boah Level 165 hatte die gehabt nice das gehört mir den was meinst du? ich kann eine jetzt eine Kryo-Kammer craften da halten die Kryo-Kapseln ewig drin ah ok und dann kannst du die einfach reinhauen und gut ist ja ich hab Schwefel aufgehoben seh ich grad Nachtsichtbrillen gibt's zwar übrigens auch ne kann ich auch craften aber da bräuchte man viel das Substrat und Anglergel ach du scheiße na oh ich seh krass die Dings geben auch äh Keulen hab ich grad gesehen ja das ist damit nix so das muss ich anders dann machen das Fleisch hier wieder übertragen und dann alles droppen saublöd schwebel pein und schwebel irgend die erste gemeint braucht schwebel gell ah was ist denn warum da ist ja ja der Magmasaurier da hier hä ist war das ne Mod oder gibt's die hier gar nicht das die Dinger wo ich da hier meine Haut reinhauen kann oder was ist da los ach scheiß drauf weg damit ey viel zu viel rotz da ach so dann hier das wieder rüber und gut ist die Keulen nehmen extrem viel Platz weg Toll für was hab ich jetzt mal Haut abgebaut wenn es die scheiß Dinger gar nicht gibt also zwei Eisweevent konnte ich zerlegen nice Hm 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 Ah ok die Nester sind leer hm Death heißt das Ding Schade, ich dachte hier gibt es Neste, aber die sind leer. Oh, da ist irgendwas hinter mir. Ist schlecht. Ich fliege auch echt gerade, auch wenn ich mit Vollspeed fliege, das fühlt sich an wie Zeitlupe gerade. So geil, ne? Jetzt steht hier tatsächlich halt eine Trophäe, die sieht halt genauso aus wie ich. Die kann ich jetzt auch anziehen, wie ich will. Da kann man auch die Pose ändern. Ziemlich krass, das habe ich gesehen in dem Crafting-Menü. Ja, das muss ich mir mal angucken. Verstehe ich nicht. 180er, nice. Auch down. Sehr schön. Es gibt Level. Ich glaube, ich kill jetzt paar von denen, damit ich hier endlich wieder auf Geschwindigkeit skillen kann. diese Punkte, man merkt das echt. Oh, da unten war noch was Giftmäßiges. Oh, der zielt auch schon in meine Richtung. Das war auch eine Eis. Nice. Gucken wir mal. Ja, 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 das ist echt krass. Ah, jetzt dreh doch nicht wieder ab. Wenn ich die killen kann, wäre schon ziemlich nice. Weil das gibt ja dann doch wieder Punkte. Wieder einen gekillt. Nice. Da kommt wieder was geflogen. Na komm. Die dürfen mich halt nur nicht zu zweit in die Zange nehmen, weil dann ist es vorbei. Guck mal, der hockt da unten drin. Boah, da gibt es den Seitenarm von der Höhle, da muss ich rein. Da sind wir, glaube ich, mit dem Schützer einmal durchgeflogen. So ein, so ein, ne, kristallblau. Wollen wir mal warten, bis der hier näher dran ist. Boah. Ja, ich bin tatsächlich langsam. Krass. Mit dem Werkzeug da praktisch, das ist das Präparationswerkzeug. Sieht aus wie so ein Meisel, ne? Damit kannst du zum Beispiel, wenn jetzt ein gutes Tier von dir gestorben ist, könntest du damit auch die Haut von deinem Tier praktisch abernten und das auf so ein Podest stellen. Das sieht dann haargenau so aus wie dein Tier halt, ne? Krass. Na dann, das ist schon heiß, ja. Gibt es hier keine Nester? Da bin ich klargekommen auf diese Busch, der aussieht wie den T-Rex. So, dann muss das Stück. Jetzt findet man den Ausgang. Ah, hier. So, jetzt brauchen wir da nur noch ein paar gute Mods und dann ist es gut, ne? Das ist schon, ne, also ich bin da echt zufrieden, wie das eigentlich still ist, muss ich sagen. Das ist nicht zu leicht, auch nicht zu schwer. Ah, Herausforderung soll ja schon sein. Das nutzt ja nichts, wenn es dann einfach zu einfach wird, weißt du? Oh, sie ist gut. Übrigens gibt es, ähm, das Bücherregal zum Beispiel, da gehen nur Blaupausen rein, sonst nichts. Da habe ich gemerkt schon, ja, als ich das gebaut habe. Na? Ich habe es gebaut und denke, wieso geht das nicht? Ja. Das nutze ich zum Beispiel, wenn ich jetzt viele Blaupausen einstecken habe oder umräume oder eh was. Dann gehst du nämlich an den, an den Bücherregal, drückst nämlich alles, auch die zwei Pfeile, alles übertragen und dann überträgt er halt nur die Blaupausen rüber, ne? Und manchmal ist es schwer zu unterscheiden, wenn du jetzt viele Waffen und Werkzeuge Rüstung einstecken hast, wenn du so umräumst. Ist das jetzt eine Blaupause oder ist das jetzt, ne, das fertige Teil, ist dann immer so eine Sache. Ja, spart ich gerade noch in die Werkbank rein. Ich sehe hier keinen Klopfer, gell? Keinen Metallklopfer. Irgendwie machen die sich gerade voll rar. Man muss nur heulen. Glaubst du es? Nein. Ich muss gerade mal gucken, was die für ein Level haben. Oh, jetzt kommen auch schon Welfer an. Glaubst du es? Mann, 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 was ist denn los mit denen? Ja, das ist das nächste. Ich habe Schiss, dass ich dann die anderen zwei da unten rüste. Ich wollte gerade gucken, was die für ein Level haben. Dass ich mir dann irgendeinen grab, der dann, ja, muss ja nur bis sie farmen. Jetzt greifen die Wölfe natürlich die an. Sehr geil. Sehr geil. Genau die Viecher, die ich die ganze Zeit suche, die bin jetzt angegriffen. Ja, machen wir hier mal auf. Ja, aber die haben den einen schon gekillt, diese Dreckswölfe. Ja, und ich habe sie auch gekillt. Da waren 435 dabei. Nice. Alle Tiere, die da auf dem Haufen gestanden haben. Super. Ich habe heute einfach keinen Bock zum Streaming, glaubst du das? Ah, halb so viel. Ich lasse es einfach nebenher laufen. Was wäre, habe ich auch die Cam aus? Nee, das ist halt das bei mir, wenn das Stream läuft, dann. Kannst du dich auch geben? Nee, dann bist du halt wieder so auf dem Chat fixiert, ne? Dann kommen die Leute wieder und dann musst du halt wieder drauf eingehen. Also, so mache ich es halt dann automatisch, ne? Ja, ich, wie gesagt, ich vergesse es meistens wieder im Chat. Und dann bist du nicht mehr so richtig beim Spiel und das ist dann immer so was Sache, wenn ich da, wenn ich jetzt Arc spielen will, dann will ich Arc spielen. Jetzt habe ich diese Dings gefunden, diese Metallkopfe. Ja, ja, tot. Falt ärgerlich jetzt. Ich da und, naja. Boah, noch so viel zu tun, ne? Oh, krass. Die Vögel fressen hier die Viecher, die ich gekillt habe. Das ist aber ziemlich modig hier, du komischer Vogel. Das ist der Ausrüstungsmanikon. Heißt das so? Ausrüstungsmanikon. Der Bergpunch. Der mit der Figur. Der Bergpunch. Keine Ahnung, was hier drin ist. Oder was ist das? Wo ist das? Ich habe das nicht geordnet. Das ist so ein Mannequin, das kannst du halt, äh, wer ist das? Ausrüsten. Mit deiner Rüstung, die Stars und so weiter. Das dachte ich, dass du da gestört hast, weil du dich selbst ausgestopft hattest. Ausdustung können. Ach, das. Das ist auch nice. Das ist sowas wie im Rust-Kleiderschrank. Da kannst du praktisch, du weißt schon, dass du per Knopfdruck dein ganzes Equipment zack zack. Das ist nice. Das habe ich tatsächlich erst einmal benutzt. Das ist aber geil. Jetzt finden wir wieder so einen Stahl. Ah, da unten. Da unten sind wieder welche. Nice, nice, nice. Komm, lande mal hier. Die Elefanten stören mich gerade. So, könnte man das Fernglau so was packen. Wo sind das vier jetzt? Da. Da hat Level 90. Was hat der andere? Da war doch noch irgendwo einer. Ah, da vor mir. Okay. Der hat 55. Ach, jetzt. Der hat 90. Oh ja. Nein, 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 nein. Nicht auf den schießen. Alter, dieser Drache. Kann ich den nicht grappen einfach. Ja, durch den Wenderadius ist das echt voll die Krankheit. Ach, dann lande doch. Du musst wie, wenn du dich schon so ätzend steuern lässt. Der ist so geil, er kann. Zack, bist du nackig. Musst du mal aufstellen zur Ding. Jetzt mal ausprobieren. Das ist so geil. Wie du halt dann auch direkt oben alles siehst und so. Das ist echt fett. Ach, das war jetzt eine gute Idee, das ist jetzt. Das ist, ach, herrlich. Das ist taktisch, dass du das hast, weißt du. Kannst du nämlich schön. Ah, jetzt pass auf, jetzt geh ich farmen. Zack, die Ausrüstung. Ah, jetzt geh ich zähmen. Zack, die Ausrüstung. Geil. Ja, eigentlich ja, ne. Müsst du mal verschiedene Ausrüstungen haben. Mhm. Ich krieg's nicht hin, den zu grappen, glaubst du's? Vielleicht geht's nicht. Doch, doch, aber irgendwie tut es sich grad schwer. Der Flugabstand ist einfach zu. Jetzt hab ich ne. Mann, Mann, Mann. Was für ne Geburt. Ach, da kannst du auch die Pose ändern. Nice. Was für ne Geburt. Charakter scannen? Nein. Was ist das? Nein, das wusste ich auch noch nicht. Was denn? Man kann an dem Ding sein Charakter scannen, dann stehst du selber da. Nee. Ich mach mich jetzt nicht weich, ich steck so. Hologramm-mäßig was. Geil, hä? Ist das ein Hologramm, oder was? Ne, das steht halt einfach nicht so da. Also... Alter, wie geil ist denn das bitte? Das hab ich ja auch noch nicht gewusst. Dass du dich selber scannst mit der Cam, oder was? Ne, also mein... Und hast du deinen Charakter? Mein Charakter, den ich spiele, der steht halt jetzt dort. Der Char... Das heißt, man zwei Charakter scannen. Man tut halt dann seinen Charakter halt scannen und dann steht der halt als Puppe da. Ach so, meinst du das? Als Aufstellfigur? Ja. Cycle-Use, Action-Behaviour, was? Inventar-Info gelegen. Ey, da kannst du ja voll die Einstellungen vornehmen, ob du jetzt nur die Schnellleiste wechseln willst oder nur das Inventar, oder... Das ist natürlich auch geil, ne? Da geht er jetzt das ganze Inventar mit rein? Tatsächlich? Ha, er läuft natürlich wieder aus. Kann ich hier mit dem Arch? Ne, jetzt schnapp dich mit dem Archie. Ich hab langsam die wachsendicke hier. Ich komme da echt verarscht vor. Oh, krass. Jetzt verpisst er sich natürlich zwischen meine Tiere, ja? Das ist unglaublich. So. Oh, er ist zu geil. Das ist echt zu geiles Teil. Ich wusste es viel jetzt. Da läuft er. Oh, komm her. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Kann man dann so störig sein? So, rein mit dir. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja. Ähm... So, den muss ich mit Betäubungs... äh... muss erst herstellen. Wie schauen denn hier die Leben jetzt aus? Von denen hier. Ist er schon am Verhungern? Ne, noch nicht. Okay, wie Prozent hat er? 58. Der hier? 57. 57. Hm. Ah, könnte hin und dass er wachsen werden, ohne dass er einmal füttern muss. Das wäre jetzt echt heiß. Naja, gut. Das wäre nice. So, und dann... So Menes, das war's für mich. Ajo. Schöner Event. Ja, wünsche ich dich auf jeden Fall auch, Sandy. Sagen wir das. Wir hören uns, gell? Ajo, bist denn eh. Alles klar, Sandy. Mach's gut, mein Lieber. Jo. So. So. Na, was kann den Bogen wir noch nicht erstellen? Los. Stroh, Holz, Leder, Feuerstein oder was? Das Ding hat nicht so viele Tragen. Ach, leck mich doch am Arsch. Jetzt muss ich nochmal nachschauen. Holz und Fasern. Holz und Fasern. Ach, Fasern ist zu wenig. Oder... Oder... Da... Pfff... Pfeile brauche ich. Holz, Feuer, Stein und was war das? Stein oder was? Ah, um die Pfeile herzustellen. Ich glaube, ich habe keine Steinpfeile mehr. Ach, Fasern auch. Feuerstein, Stroh und Fasern. Okay. 100 Stück müssen doch reichen, gell? Ja, 100 Pfeile. Für was? Für diesen Low-Level-Bob. Ich muss gucken, ob es Level 90 war oder Level 55. Für diesen Metallklopfer. Ja. Jetzt kann ich nur noch die Betäubungspfeile herstellen und dann passt das. Na, aber dann nehmen wir mal die Armbrust. Ja. Gift haben wir ja auch noch. Das sieht gut aus. Genau. Dann nehmen wir nochmal eine Pfeile. Ich sehe hier wieder nichts. Das ist so zum Kotzen. Ich glaube, ich sollte hier rundherum um die Base Fackeln aufstellen. Das ist so kacke. Das ist natürlich ein Handicap. Hm. Gehe. lot laufen. Sex Gehe. Hawken. owed für die darts brauchst du wahrscheinlich metall oder metall waren und schießpulver deswegen habe ich nicht gebaut war nämlich am belegen irgendwas hat mich hinter die dinger zu bauen Feuer, Stein, Puff, Stein das kann ich wieder von dem Zündbulver herstellen damit wir das ganze Fleisch und der ganze Kram hier nicht kaputt geht ich sehe gerade der Kühlschrank verbraucht ja doch schon einiges hier und Zündpulver der Kühlschrank, der Räucherschank meint ja, so hält auch das verdorbene Fleisch ja, zwei Stunden, naja gut, geht eigentlich das Ei, naja gut, das Ei hält schon die anderen passen schon naja, was soll er machen, das kann sich hinbümpeln bevor ich aufgeben muss es nur noch mal in den komischen in den Räucherschrank rein machen, wenn gut ist mit den Viechern 59% naja, das passt auch noch zeig ja, wenn ich Glück habe, muss ich die jetzt nicht einmal hoch rein, weil so wie es aussieht, langt die Nahrung anscheinend bis sie erwachsen werden, sieht fast so aus bei den Giften, äh, wie wenn auf jeden Fall 761 Nahrung haben die und der ist jetzt schon bei ja, 59,4 hm, mal schauen ja, feuerdings können sie sich nachbänden, da hat nur 300 306 ah jo die Wildsau ist immer noch voller Leben, oder? naja, klar die Wildsau ist immer noch voller Leben, oder? so, könnte es jetzt endlich mal wieder her gewinnen wenn ich hier das Vieh betäuben kann auf j j j Das war's. Okay, das ging aber schnell, mein lieber Mann. Das ging echt schnell jetzt. Krass. Bären hast du gesagt, ja? Okay, dann fülle ich mir die mit Bären. Mal sehen, was das Narkose bitte sagt. Oh, der hat Level 90. Ah, okay. Kann sein. Oh ja, das geht doch schon schnell. Ich muss mal gucken, dass ich hier gleich dem noch ein paar Bären reinbrücke oder so. Dass er noch ein bisschen schläft. Wo sind unsere Auber? So, komm mal mit, Hans. Oh, jetzt laufen die natürlich alleine her. Ah ja. Oh. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Du Mistgeburt, du Verschisser. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Those mal gucken. ." Wir sehen uns beim nächsten Mal. Pricot. Ä charterst du dich mit bloomern. sachen rein okay und in den safe kannst du ja auch bloß über inventar rein das ist ja nicht so dass der safe aufgeht und du da einfach was rein stellen kannst ist auch nur wie ein schrank diese träxigen spätiger als rum in dem augenblick wurden darauf achtest greift er wahrscheinlich anscheinend hier ran okay alles klar und dann holen wir noch mal das holz aus dem bieber das lästliche mal schauen ob er dann hier weiter farmt im wasser immer noch das fleisch im körper vom drachen hält sich wahrscheinlich länger wie bei mir im inventar das ist allgemein also jedes tier ist schon mal wie ein kühlschrank ungefähr da also halt nicht so gut wie die räucherkammer aber besser als bei dir die räucherkammer ist dann also die tiere nützt man am anfang bevor man räucherkammer hat praktisch als kühlschrank sozusagen das ist zum zwischenlagern im endeffekt damit er kam nicht kaputt geht macht sind ich habe gerade die eine hälfte aus dem drachen ausgenommen haben bei mir fällt da geht es ja fast dreimal so schnell kaputt wie in dem vieh kann man ja mit mein freund gehen wir mal auslade gerade noch mal die steinen bunkern ist ja doch einiges jetzt wieder zusammengekommen mal gehen auf mal gehen auf mal gehen auf mal gehen auf Ist ja ein blöder Stankdopper jetzt hin. Er ist weg. So, ah da. Hm, was hältst du noch mal, wenn wir uns mal endlich mal Unterwassertiere holen und machen? Unterwassertiere hab ich bis dato noch überhaupt keine gehabt. Null. Ah. Was schwebt dir denn vor? So ein Frosch? Was? Nein! Erstmal so ein Hai oder so. Ein Hai? Okay. Ein Hai, ne? Okay. Und dann später bessere Sachen. Ein Hai. Okay. Und wir wollen mir die 10, weil ich habe jede 10 Versuch, den ich bisher mal unternommen hab mit einem Hai, wurde von irgendwelchen anderen Tieren einfach direkt instant zerlegt. Also wirklich instant im Wasser. Da hatte ich so das Gefühl, dass es unter Wasser sogar fast schwieriger ist, die Tiere zu zähmen wie an dem Land. Weil da immer irgendwelche Piranhas oder sowas, Haie oder irgendwelche Vieche vorbeikommen, die einfach das Vieh an nagen. Weißt du? An knappen. Und ja. Und ja. Ja, nice. Also ich muss sagen, der kleine Mann hier macht hier echt, leistet gute Dienste. Wandert, holt mir hier Stein, wenn ich dann unterwegs irgendwann mal finde, dann hole ich mir den Stein nachher wieder aus dem Raus. Weißt du, Schwein? Schon ziemlich nice. Besser wie jetzt selber losgerannt und zu farmen. Mit dem Biber momentan das gleiche Spiel mit Holz. Eigentlich schon ziemlich, ziemlich praktisch. Also ist schon gut. Ja. Noch eine Tour und dann ist das Vieh leer und dann kann ich wieder loslaufen lassen. Nice. Tja. Durch die Stetil und Stein kann ich jetzt die ganze Zeit auch Zement herstellen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. Ah, das ist der Dank dafür, oder was? Komm. Mach weiter. Dann kannst du wieder losziehen. So. Das läuft nur an. Dreckshygiene. Ah, ich hab seine Türe, haben das die in die Flucht geschlagen. Ah jo. So, gerade noch mal den Biber checken. Okay. Feuerweber macht mir ein bisschen Gedanken. Da muss ich immer wieder mal auf die Leben schauen. Alter. Ich laufe doch jetzt nicht hier außen rum. Ich glaube es geht los hier. 200. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Hans, komm mal her. Hm. Ja. 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 Es ist ja. Oh ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das mit dem Drachen ist echt schon ein bisschen overpowered. Das ist doch ziemlich groß. Das war's für heute. Oh, ich habe da noch eine Kübe drin. Oh, ich habe da noch eine Kübe drin. Hier packen wir da auch. Jetzt wieder die Hyäne. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Eule war da auf Passiv gestellt. Warum ist die Eule wieder... Oh, ich check's not. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich muss mir da irgendwas einfallen lassen. Das geht mir so auf die Eier. Dass die alle ineinander stacken. Das war's für heute. So, mit in. Jo. Okay. Unterwasserausrüstung ist ready für uns. Ja, ich muss mir hier noch was mit diesen Viechern einfallen lassen, weil das geht mir so auf die Eier, dass die hier alles stacken. Wenn ich sie alle auf passiv stelle, habe ich Schiss, dass sie mir dann zerlegt, wenn wir mal nicht da sind. Jetzt muss die irgendwie mal hier wegziehen und dann irgendwo hinstellen und auf passiv, damit die hier sich kein Meter bewegen. Muss mal gucken, vielleicht kriege ich das irgendwie hin. So, ich schmeiße jetzt den Stream doch nochmal an, wenn wir jetzt unter Wasser einen Angriff nehmen. Alter, brauchen wir Armbrust und Betäubungspfeile. Armbrust und Betäubungspfeile. Okay. Äh, Verhalten. Ich stelle den mal auf passiv. Ja, nehme ich mal ein paar Kryo-Kapseln mit. Eins, zwei, drei, vier. Dann dürfen die halt nichts machen. Vier sollten reichen. Hoffe ich doch. Na, komm jetzt. So, die Poulos brauche ich jetzt nicht. Na, komm noch ein Stück vor. So, dann bleib hier stehen. So. Ordentlich Pfeile. Ich fahre. Weil die stacken mir da alle fest. Das ist halt, kriege ich die Grise hier. Awesome. Wehrstein. Dornet Stein. Verhalten. Passiv. Das leuchtet nie schon wieder rum. Dreck-Siener. Mhm. Komm mal mit. Pssch. Wahnsinn. Ach, komm. Komm mal hier hin. Dann pack mal hier stehen. So, halt. Den sollte man vielleicht auch auf passiv stellen. Damit hier kein Dumpfug passiert. So. Dann stehe ich noch einen Tick hier rüber. Dann stelle ich die Schweine einfach in die Mitte. Ah, bleibt hier stehen. Verhalten. Passiv. Passt. Das müsste, die Range müsste doch gut sein. Ah, jetzt bin ich mir mein Gipfel glüht. Jetzt kann ich den Vogel irgendwie auf die Wutz stellen. Dann stellen wir die Wutz halt auch passiv. Und dass ich hier auf diesen Dingspumpf den Vogel um die Wutz rumschwirren. Dann müsste das doch reichen. Ja, was denn los? Wutz. Option. Oh, wo war das? Verhalten. Auch auf passiv. Verhalten. Nein, kriegst du. Dann komm mal mit. Kommst du jetzt? Alter, fuck mich das ab. Jetzt stack die Wutz da fest. Und der steht natürlich auch richtig gut im Weg. Oh, Mann. Die Sau bewegt sich keinen Meter. Glaubst du es? Was ist da mit dem Pi los, ey? Was ist da mit dem Vogel grappen? Mist, Sau. Blöde. Oh, stelle mir dich hier hin. So, reiten kann ich den ja nicht. Er bewegt sich halt keinen Meter. Ah ja, scheiß drauf. Oh. Ich fahre, deswegen stelle ich zur Bewahrung rein. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ich fahre, ich fahre, ich fahre, ich fahre. Oh, 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 oh. Ah komm, ich schweife mir auch mal auf den Wolf hier. Alter, what the fuck, Rechtsvogel hier. Guck dir das an. Ich will mich mal ein eigener Vogel blockieren. Ich stelle mir den auch auf Passiv. Na, halt mal hier. Okay. Passiv. Und, äh, wie war das? Da ist jetzt auch niemand mitbefiffen, oder? Ja. Guck mal, ob der mit der eingestellt ist. Ach, leck mich doch du. Na ja. Leider. Wie sind die eingestellt? Wie ist das? 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 hier sehen kann damit die nicht zerlegt werden wenn die hier ja damit die hier nicht bereit jetzt hier vor ich kräfte hier gerade so ich habe ausrüstung schon gekräftet auch ausrüstung ich habe er kräfte gerade jede menge betäubungspfeile haben wir kür kapseln abend brüste was hast du für armbrüste so eine blaue und normalen pfeil und bogen ist nicht gut unter wasser blaue armbrust habe ich auf jeden fall am start dann hätte ich gesagt kommen wir nehmen mal die grünen mit unter wasser will ich die guten jetzt nicht mitnehmen blaue noch immer mit so dann kriegst du von mir noch so grüne armbrust dass jeder zwei jahre brüste hat das hat die verhaltbarkeit 249 291 209 das ist gut ist dass wir den strainer recht was gemacht hier da hat der ein ganz schönes stück hochgehalten und er zerlegt auch schon direkt was sie in die näher und die vier kommen wieder zurück ich habe die jetzt auf einen bestimmten vogel gewöhnen also dann brauchen wir noch megalodon sattel megalodon megalo äh wozu was ach so in der hand kam er den griffen fosern lieder zement haben wir alles da sehr schön ich könnte doch jetzt alles was hier so steht die sind ja jetzt auch ein tier gefiffen wenn ich das sehe könnte ich eigentlich umstellen auch aggressiv weiß wenn sich hier der base was nähert können wir die doch alles verteidigen ich glaube das mache ich auch der 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 da habe ich mir wenigstens hier keine gedanken du warst du warst du schon mal nicht auch tauchen oder so schnöcheln oder nicht mehr noch gar nicht ach nee genau das soll ich das musst du unbedingt mal machen das musst du unbedingt mal machen mit ihnen das muss in deinem leben einfach mal gemacht haben ehrlich auf der fallschirm gesprungen bin ich schon das mega geil ja ja das habe ich noch nicht gemacht das ist ich sag dir das ist besser als alles was es gibt nichts ab damals ich habe damals im kumpel gehabt der war fallschirm jäger ja und den habe ich ab und zu gesehen und hat er immer gesagt er muss noch so und so viele sprünge machen dass er einen mitnehmen darf genau das scheinen muss den scheinen muss da machen genau und keine ahnung da hat er noch ich glaube 40 sprünge oder so vor sich gehabt irgendwie sowas nach und kann das alles jetzt lüge ich weiß es nicht ich will springen wenn man da braucht 100 150 ich weiß es nicht keine ahnung na und hat er halt gesagt wenn er halt die hat dann nimmt er mich mal mit aber leider haben wir uns dann nie mehr gesehen aus den augen verloren und alles ist schon es gibt nichts geileres also ich kann es wie gesagt jeder das musste einfach mal gemacht haben also ja ich sag mal wenn du probleme mit arterie hast und so einmal gesprungen da ist alles frei allein durch diesen adrenalin schub den du da hast da hast du keine art erfüllung weg aufs wird das ist so ein boost echt ich habe das ja auch damals auf youtube hochgeladen aber ich komme wie gesagt das ist zwar noch auf youtube drauf im netz aber ich komme nicht mehr an mein account egal was ich gemacht habe ich konnte das passwort wieder zurücksetzen ich komme nicht mehr dran und das konto warum auch immer ok es ist halt kacke aber die videos existieren alle noch dann habe ich auch die umgekürzte also wirklich da siehst du halt wirklich von start bis ende siehst du dann uff es ist schon heftig man heftig ja das glaube ich ich glaube mal so der schlimmste moment ist wenn du den fuß raus setzt und dann erstmal spürst was da draußen eigentlich abgeht was da für ein zug und das krasseste war ja ich lasse los und sehe dann nur noch zwischen meinen beinen den flieger wir haben ja so so kopfüber sind wir runter weißt du und dann dachte okay jetzt ist vorbei jetzt stirbst du ja und das schlimme daran ist du beschleunigst kontinuierlich du denkst das hört nicht mehr auf und irgendwann merkst du dann so wenn der luftwiderstand hoch genug ist wie die luft dich trägt naja das ist schon wahnsinn das ist wahnsinn ich sag dir das ist ein feeling das kannst du gar nicht beschreiben steht so musst du einmal gemacht haben ich sag dir ich habe wenn ich die möglichkeit hätte ich würde es jederzeit wieder machen da wollen wir mit der freundin springen das war echt der burner also wenn du da einmal blut geleckt hast das machst du immer wieder das ist wahnsinn einfach wahnsinn krass man glaubt gar nicht wie schnell das dann geht je wie du dann siehst wie die erde als näher kommt freier fall also war es ist schon geil mann ist schon geil da siehst du wie die ohrlöpfche vom milf wackele hier und das komplette gesicht sich verzieht ihr durchschnitt durch den druck durch die geschwindigkeit hier und rast als auf die erde zu er ist es schon war schon extrem nice allein darfst du nicht springen wie du schon gesagt hast du musst dann extra einen schein absolvieren da musst du keine ahnung die springe nachweisen bevor das allein springen darfst du bist dann dann ist dann immer noch jemand mit dir dabei wenn du die springen hat macht tust das hat keine komplikationen gibt in der luft weißt du was ich meine damit die eingreifen können ja ist schon ein geiles feeling ist schon ein geiles feeling ja da bin ich damals auch über ein fluglehrer ein freund den ich von der arbeit noch bekannt habe da hat mir das halt empfohlen und dann sind wir dahin war ziemlich nice und der gut auch leute ausbilden da kannst du auch für dreieinhalb kannst du hier deinen deinen dings machen beim flug scheinen da brauchst du mit gestern aufliegen mit 80 ps in zwei sitze ja und wenn du dann das ist krass und früher haben sie mir den käse zählt das war früher mal so weißt du dass du was weiß ich was machen muss alles blödsinn da hat auch gesagt du brauchst nur das nötige kleingeld im endeffekt besser ich mein so und das ist wie wenn du ein grün halt nur sehr sehr viel viel umfangreicher das ist halt bist du mal so mal gesagt schon aus als hätte ich nichts zu tun weiß ich habe jetzt gerade vorbereitet hier die sachen hier gekräftet alles ja dann geht es gleich los wenn der mitte dann soweit ist dann können wir hier holen und dann ab in die unterwasserwelt ja sorry dass ich jetzt unterbrochen habe war nicht so schlimm ja was ich damit sagen will ist das kann es eigentlich jeder machen also ist nicht wie früher dass es dann immer hieß weil manche leute haben dir irgendeinen müll erzählt du brauchst dies du brauchst das das ist völliger blödsinn wenn wir das nötige kleingeld dafür haben also ab dreieinhalb geht es aufwärts dreieinhalb für zwei sitze im endeffekt dann darfst du so ein flugzeug fliehen das geld dafür hat natürlich keine zu kaufen aber jetzt halte ich fest das wusste ich auch nicht der fluglehrer dann gelacht hat gemeint ihr meinst du ich am flugzeug sagte der sagt auch wenn er in urlaub fliegen will oder so dann schadet er sich das ding und kostet das ding am tag 80 euro so wenn ich aus alle wolken gefahren sage ich ja wie dann sagt er ja das was halt beachten muss ist hier du musst natürlich flugziel vom start das musste alles abklären angeben weißt du und wenn du halt die grenze über querst musst du erstmal lande und dann wird auch das flugzeug erstmal im kopf gestellt da gucke dir nicht dass sie irgendwie waren hin und her schmuggelt weißt du was ich meine kann ja sein irgendwas illegal ins land einführst musst du als allererst dass man den flugab ansteuern da landen und dann nachdem alles gecheckt das ganze haben weiter fliegen weil es ist krass ja jetzt will ich habe ich klar der reiz war schon groß dachte ich mir alle jetzt stelle mir vor du machst den lappe hier und für als chartersaison so nicht erst nach und fließt einfach in urlaub der gedanke allein ob ich jedes mal so fix und alles denke ich mir aber es mich halt reiz des hubschrauber sage ich dir ganz ehrlich fliege ist zwar schön ach so du kannst ja noch das geile ist das baut ja aufeinander auf wenn du den steigen dann gemacht hast dann kannst du sagen wenn du irgendwann sagst okay du willst irgendwann mal im transport wesentlich sein wirst du ich mein kannst du den schein dann halt erweitern das baut dann auf den führerschein auf ist halt nur eine frage das geld ist was ich mein ja ist schon geil aber das war schon immer dass das was mich so richtig gereizt hat so normale fliege naja ja es ist schon schon witzig klar du musst dafür natürlich auch prüfen und lernen also so ist es nicht so dass ich mein und ich habe ja welche gesehen ich war ja in meinem bau da war mal auf dem flugplatz das war schon krass hast du gesehen aber ein ultraleichtige alle die kannst du mit einer hand einfach schnappen und hinterher ziehen auf reden das ist echt krass ohne scheiß die wiegen dann so 300 kilo aber das max halt und die sind so leicht die kannst du halt wirklich jeder die herziehen schieben sie die daraus noch so weit drin dann bilden sie sich eine dinge aus und fliegen die mit dem ich dachte ich will hier es ist schon geil man ist schon geil das ist wirklich nice alles muss halt mal gesehen haben ja ein bula da war mal falsch im springen das war schon geil man hast du die autorasse die taucher aus dem show am start ich habe alles am start unter 10 betäubung feine ok also ich gucke jetzt hier gerade noch mal hin dass sie gut aus diesen jetzt schon bei 68 prozent und tatsächlich das heilschwein halt die wirklich hoch obwohl die nahrung hier das ist noch genug drin jetzt habe ich das passiv gestellt und nur die anderen tiere die hier rumstehen verteidige das hat wenn es wirklich war kritisch mehr so solange die nahrung haben brauchst du das heilschwein ja noch nicht mehr ja es war mir ganz sicher also wie gesagt ich habe das jetzt eingestellt soll ruhig sein die diese leben die gehen ja als hoch so lange die nahrung haben die leben fange erst an runter zu gehen wenn die nahrung weg ist ich habe eben gerade aber festgestellt es gab eben gerade ein boost auf leben also der zähler ist schon mit ein ganz stück weit nach oben gehüpft ja ja ich die wachsen natürlich durchs wachsen die die gesundheit ja immer weiter hoch ich habe hier bei dem feuer drachen der hat nur noch 203 nahrung sind level 125 114 mit der proxik heilschwein der schafft es nicht der feuer drache der 170er der faktor sind da viel zu wenig nahrung ich sage er ist jetzt im unterschieden wird man sogar mein 155 hat es geschafft was hatten wir noch an nahrung gucken wir noch rein zwei und zwei hundert reingucken 200 was hat er hier der hat 223 das langt niemals wie weit ist er er ist jetzt bei 68 prozent schafft er es bin ich lass das lieber so schafft er locker mit dem glaubt mir das meine hat noch meine hat bei 80 prozent noch 90 nahrung gehabt wir haben wir sind schon zu viele verreckt so das wäre das risiko gehe ich nicht ein aber das ist kein risiko das schafft er locker das schafft er locker mit dem glaubt mir das ist kein risiko machen wir folgendes ich pfeife den hier auch mal kurz auf den an ich mache das anders ich stelle den auf aggressiv und dann stelle ich ein dass er hier dem ding hinterher schwebt dem und sind so zu zweit und dann können wir los ist das hier gerade nochmal einstelle verhalte aggressiv ja fast dann soll ich da freue ich noch ein auf dem archie und dann fasst das ich habe ja was für dich waren wir ganz kurz ich bin gerade noch hier an pfeifen und dann können wir los ich will nur hier dass da kein scheiß passiert wenn wir weg sind fertig jetzt jetzt weiß ich dass das jetzt was obacht mal langsam 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 habe ich alles eingesammelt ja oder so wissen jetzt dann klemm ich mal auf was soll ich aufklären zwei armbrüste musste ausgerüstet haben die betäubungspfeile drauf ziehen und das atemanzug erst anziehen also erst anziehen das atemanzugzeug das atemgerät wenn wir wenn wir tauchen gehen sonst dass das nicht unnötig verbrauchst und das droht warte ich muss gerade mal jetzt hast du halt jetzt hast du halt kein gescheites tier sona für ja für unterwasser habe ich kein tier ne ich will jetzt ich will jetzt haie holen für unterwasser ja aber du könntest jetzt zum beispiel ein flieger nehmen petri oder so habe ich und so weiter und am strand ein bisschen abfliegen ob du irgendwo ein heiß ist ach du scheiße sind das einigem seine autos eine parisaurier ist von mir ja die sind die strengen kreuz und quer weil die irgendwie ich weiß nicht die waren auf neutral gestellt irgendwie die lungen hier überall rum deswegen bevor die da einander stacken habe ich jetzt alle darüber gezogen wohnen gut ist ach du scheiße dass der base aufgelassen wieder zur base auf wo siehst du das ach du scheiße wie die basis auf das basis aufzug so wenn es in der villa kann den komplett looten da kann er komplett lehrer macht die tür und oben und oben und die wände ich meine da hat er alles offen gelassen okay da hat er rage wird gemacht vor der rate wird gemacht hundertprozentig meinst du naja weil zwei petri halt auch in der luft steht also ja oder der wusste nicht dass man da hier ja ich weiß nicht kann im moment jetzt alles ja wenn er die tür zu macht dann ist ja gut und oben zu macht besser ich meine es kommt ja keiner rein in die base wenn die türen zu sind doch nein wenn er jetzt die decke zu hat und die tür zu hat konnte kann da keiner rein die hat man ja hat aber ja nicht die scheiße kannst du jetzt überall darauf zugreifen auf allen ja das ist scheiße das ist scheiße ja was machen eigentlich können wir gar nichts machen da können wir nichts machen hoffen dass keiner kommt ja ich hoffe mal dass da keiner da rein spaziert und das wäre jetzt schon recht bitte doch ein mir ein was könnte man machen wir könnten da jetzt irgendein tier reinsetzen und auf aggressiv stellen das geht ja auch nicht dieser pv im fragen red bull einen wunderschönen was geht das nütze nix von pv natürlich alles aufgelassen dass das schlecht oder hat wieder gesagt was richtig gemacht aber das kann ich mir vorstellen ich meine dass ich das extra geholt das game ja pass auf taucheranzug und so habe ich gesehen habe ich jetzt alles im inventar und die flasche und man wusste die flasche tank sauerstoff gefüllt okay alles klar habe ich ja das ist ich sage jetzt mal das ist mit main surfer mit so den betreibt jemand anders aber ich habe hier voller kontrolle primate sagen allerdings allerdings komplett ohne admin rechte also ich habe auch noch nicht einmal admin ich im berg also war bisher halt nicht nötig kann man mitspielen kannst du mit drauf ja da kannst du mit auf old man's club heißt er ist jeder herzlich eingeladen hier ja das mache ich jetzt mit würde ich jetzt machen weil gesagt dass dir warum schon ein petri und suchen uns so frei wie ich so frei aus der luft meint jetzt ja ja wir brauchen die sind ja oft so ein strand nähe ich habe jetzt muss ich echt bevor ich hier lüge warte mal lass mich mal gucken ich habe für die kleine eingefangen gehabt das wird nichts mit der eule dann muss ich die eule nehmen da ist schon der erste was hat er von level 20 der ist schon mal nichts und hier habe ich zwar ein petri aber da habe ich kein sattel für ein fernglas nicht vergessen und da gehst du dann auf favoriten favoriten hinzufügen und da gibst du dann diese ip ein moment so weg weg wir haben einen cluster na also man kann auch auf die island reisen von hier aus der island wird wahrscheinlich noch pv pvp müssen wir gucken werden ja so wo bist du jetzt mit dem ich bin kurz in der base ich muss erstmal hier mich paar sachen entledigen damit dass die alles so passt schuhe brauchen wir keine gar das heißt ich kann mir die klamotten schon mal anziehen ja ich brauche jetzt dings gleich wie war das jetzt seit er die schuhe angezogen die brille wollte ich aber jetzt sondern anziehen und die schuhe ist ja extrem langsam damit suchen zwanziger augen jetzt in ihr lauter zwanziger heilig doch sind irgendwas wollte ich ja ich brauche ein sattel mit petri ich habe irgendwo bestimmt noch einigen was ist das da ist er doch den habe ich gesucht soll der petri von der kleinen jetzt muss ich gucken dass ich den auch wieder halt zurück mitbringen dass der mail direkt das wäre natürlich scheiße alter willst du mich verarschen der dritte high und wieder und auch nur in zwanziger so bei nummer 4 145 ja nice der weiße raptor satteln was will ich denn mit dem raptor satteln ich habe den jetzt in den sattel perfekte ich habe in 145 mit den hier den müssen wir uns jetzt holen hast du einen gefunden weil dann kannst du es erledigt dass ich hier den vogel ausrüstet die ganze zeit verzweifelt nach und petri satteln wir brauchen ja dann noch ein ja du hast du total den bischen wo stehen mit zattel oder netten ja der ist verreckt das ist das ja und die anderen die verstehen sind vom micro nicht meine wögel ja ja dann brauchen wir das er hat seine auch genannt ich habe sie wenigstens nummeriert gehabt aber die sind alle tot von denen lebt keiner mehr das müsste das sein oder ja man 145 ist das gibt es doch mal drin wo habe ich den hink steckt ich habe keinen sattel am start warte mal so ein kräften wie war das brauche ich dafür kreativen lede fasern wie nannte sich der das ist der sattel einmal einen wunderschönen guten hallo terrychen grüße oh der braucht ein paar pfeilchen so oh sauerstoff so sattel habe ich jetzt am start so 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 Das ist sehr schön. das takte tatsächlich hier an der eule fest wird wahnsinnig ich kann den nicht bewegen ist das problem ist der so überladen oder was der vogel ich bin zu schwer für den vogel ist nicht dein ernst oder mit der ausrüstung bin ich jetzt zu schwer mit den pfeilen 300 pfeile auch ist nicht dein ernst bin zu schwer für den vogel was mit der eule die euler ein bisschen mehr 140 ist dauernd kommen die über den 20 immer schnell hin kommt noch einer das ist der nächste den europa und euler habe ich am start dann müssen wir los so wie war jetzt der plan ja hoffentlich überlebt jetzt hier der betäubte high bist du schon in der wasser oder was ja ja der eine liegt der 145 er liegt schon was kommt da für einer ist noch ein 20 alle sind nur 20 reichen wie wahnsinn du bist jetzt haben sie dann braucht man eigentlich nicht dann aber da machen wir jetzt mal steinpfeile drauf wo ist denn der jetzt hin oh ich ist auf ich ist auf ich ist auf nein so auf meine ausdauer achten fällt mir gerade so ein wir müssen jetzt noch einen einen anständigen rei müssen wir noch finden wo bist du sag mir doch gerade mal die koordinatische zu mehr guckst rechts rechts entlang nach nach dem felsdurchgang da ach du scheiße da greift ein raptor unsere base an und hat ihm auch mau getötet die liegt in in der hütte what the heck wo siehst du das ach die ist online gib mal taucherflossen her glaubst du nicht jetzt hat er mal atemgeräte auch noch geklaut die drecksau diese mistfiecher ich hasse sie welches welches mistfiecher meinst du die kleinen die nach hinten gucken wenn sie dann wegrennen oder was ich bin jetzt hier am strand hinter dem felsdurchgang bin ich durch ja ja da bin ich jetzt links und hier im wasser gerade links von mir im wasser hier liegt auf jeden fall eine tasche auf dem boden die mau ist gestorben kaum ist sie da direkt gestorben unglaublich das heißt jetzt muss ich mir hier den staff anziehen ja das gibt jetzt nur fisch für den auch so nicht unbedingt eigentlich braucht erstmal nur die taucherflossen davon ist der betäubte weiß gar nicht wie sind das jetzt mit fisch braucht er ist ist mein chicken gestorben ja bin gestorben mein chicken war ja nicht mehr da jeder chicken steht oben an der an der holz space zwischen den zwischen den wasser fällen ich glaube wir müssen mal disco wechseln ja gibt mir noch mal kurz hier woran sich in den sauerstoffzustand rechts oben die die dieser flasche ok ich krieg hier nichts angezeigt also ich krieg hier unten rechts krieg ich was angezeigt gelbe flasche aber ich sehe den den status nicht ok naja die flasche die blinken und es nimmt immer ab es nimmt immer mehr ab da sehe ich das nicht wegen der brille warte mal ich ziehe gerade mal die brille aus ich sehe halt momentan da sehe ich halt auch nichts aufpassen dass man nicht so weit raus hoffentlich bitte kommen die nicht die dürfen nicht kommen das sind qualen also die brille brauchen wir nicht unbedingt sehe ich gerade kann das sein steht so ja naja das ist dann später ich glaube immer tiefer sind ist es schon ist es schon heiß wenn man die hat ich gehe nicht so weit raus mit in der kommen qualen dass sie denn ja ich sehe es gerade ja ich sehe es gerade die ausdauer tatsächlich aber du bist aber ziemlich schnell mit denen das heißt ich muss dann normal schwimmen damit zu gucken bin mit schillox im chat den ich alles gut nur kurz sagt bleibt ruhig alles klar jetzt was auch ich muss es mal kurz ins todex gucken wie das ist mit dem fisch bei den megalodon ok die wollen auch lieber fleisch anstatt fisch ich glaube sie nicht die wollen auch lieber fleisch ok naja gut jetzt habe ich kein jetzt habe ich kein tier mitgenommen nach im in der krüge ach ich trolle jetzt habe ich nur den mewig ich habe hier krüge oder bei moment machen so was sei jetzt das sind die 20 jahr lobobs hast du stein pfeile einstecken nur die betäubungswegegeben hast ok weil die slow bobs hier der könnte jetzt mit den stein pfeilen nämlich kaputt machen hallo hatte du bist du schwimmst unter wasser genauso schnell wie meine taube fliegt what the fuck die wollen mich raus locken zu den qualen glaubst du das musst du jetzt ja das recht von dir sehe ich ein hai ja die musik ist wie die was müssen wir jetzt machen um den karrot zu machen ich mache ich macht also ich mache jetzt mit stein pfeile beschiss ich den grad ich habe gerade in der luft aber ich sehe nicht mehr hat man seitlich oh ja ich sehe ihn was hat der für ein level die beide da und sehr schön ach du hast ihn schon gekillt ja alle 22 20er sind jetzt gekillt warte mal bevor ich jetzt raus schwimmen ich könnte es doch eigentlich auch so machen jetzt haben wir das schnabend hier kann auch schwimmen ja klar ich glaube es ja wohl und da ist ja extrem schnell das extrem schnell aber so ich sehe es gerade so fleisch wird zwar besser aber wir haben jetzt nur fisch also kriegt der fisch ich hab ne hab ich nicht naja ok da ist noch ein hai was hat denn der für ein level 135 da ist unser nächster geil ich muss dich finden und dann können wir gleich los lehnen oh das ist ein alpha fuck das ist ein 135er alpha der darf jetzt nicht herkommen sonst ist vorbei oh nein jetzt kommt er oder scheiße den muss ich weglocken nicht dass der noch hier blödsinn macht vorsicht die sind schnell die alphas sind naja der schnabelt jetzt schnabelt hier schneller alter ich bin schnabelt hier mein pc kommt nicht nach so müssen wir abgehängt haben so der hai müsste eigentlich fertig sein oder so gut wie der eine war 50 mal gucken wie weiter ist 58 prozent guck grad mal wo du bist das sieht gut aus ok das dauert noch ein bisschen wir hätten da doch fleisch schneiden müssen aber ist jetzt wurscht mir jetzt egal die hast du gekillt was ist denn das was da hier mit der füße zappelt ach das ist das schnabeltier ok 45 auf jeden fall noch entscheiden geht die ausdauer auch flöten hier bin ich ganz normal schwimmen ja ok glaube ich kein schnell schnell schwimmen kannst nur schwimmen schwimmen ach mit schnabeltier ich sehe es gerade ja ja wo ist meine eule jetzt komm mal her ok dann müssen wir weiter gucken noch wo noch haie sind oh hab ich jetzt erschrocken alter bin genau runtergetaucht und wo die leiche liegt genau auf mir zu ich bin voll aufs maul zug schwimmen wow 65 72,7 ok da ist fast fertig das ist natürlich nice wofür nimmst du dann den high oder wofür nehmen wir den dann so rum zum tauchgang willst du da willst du dem vier im sattel verpassen oder was no weil ich kann mir da jetzt noch nichts drunter vorstellen wenn du sagst zum tauchgang ja wie na sattel drauf und dann los geht's ok dann erkunden wir die wasserwelt ich habe jetzt mein eigenes spiel erstmal pausiert habe einen bug im spiel den ich einfach nicht gefixt bekommen ach schade schade terrorischen was hat er pausiert sein game was er wo er dran codet oder was hm wo jetzt hat er die ganze zeit an ein spiel gebastelt ja schon ewig lange und das pausiert er jetzt na gut die fehler sucht ist meistens das schlimmste eigentlich wenn du irgendwo in irgendeiner zeile ich kenne es nicht so gut frisst er jetzt normales oder was sind da noch normales drin ne der hat noch viel d drin und so gut was ist er weg irgendwas schreibt herröchen was für eine sprache weiß ich jetzt gar nicht weiß ich ja wo der fehler drei tag darin rumgebastelt und nicht besser geworden ich weiß ja wo der fehler ist bekommen wir es nicht gefixt scheiden leister mit der eule bist du da ja ja c plus plus c plus plus okay ja man dennoch fliegt man da entlang du hast du fanglas dabei oder ja aber ich habe schon ein stück guck mal 800 kommt ewas hinter dir gerade gleich was dieses dreck wie guckt er das an guckt jaja der bi 135 oh mein gott kann ... in köpste noch machen fr BRAND oh ich konnte ihn sogar free nein jetzt steigt er auf ich idiot die taucher ausrüstung ich habe zu konzern anlegen komm her komm komm eule komm hol mich tatsächlich guck doch mal wie hartnäckig ich habe das viel im rat gefriest für einen kurzen augenblick da hätte ich ja nicht abfragen können und ich auch gekommen was für ein sorry wenn ich das sage hartnäckiger bastard tut mir leid ich das so sagt das darf ja wohl nicht wahr sein so mist wie man da abends nichts böses hier stehst ganz ganz geschild am strand dann kommt sowas hier aus dem hinterhalt level 135 der macht auch bei den der macht aus wenn du das sehr böse das ding nicht dass der erziehung sind den fisch stadt zerlegt den haien den dauern sehen was siehst du das ich finde den server nicht habe alles versucht es ist komisch ich nie also normalerweise wenn du das über den server und ip macht normalerweise muss das funktionieren ja wenn du den namen nicht findet dann muss halt über die ip gehen ja ja auch mal über ip gemacht da muss es gehen normalerweise das gibt es auch gar nicht einfach nur bei über die ip zu favoriten hinzufügen das wieder beenden und dann ganz normal ab starten dann ist automatisch den favoriten drin hast du denn such mal such mal hi ja von hier von oben sie ist halt so gut wie gar nichts ach der steht auf dem felsvorsprung guck dir dieses mist wie doch mal an glaubst du doch mal hier so ein mist fies tada level 215 ist er geworden na komm so dann packen wir den mal in die krio also das fiert mich geht glaubst du es war doch mal der kriegt aber gleichen sattel ja ja die maus schon wieder tot was ist denn da wusste ich dachte ich kann den so weit raus laufen wir sind gleich die haie zerlegen und wir sind ja unterwegs schwimmen kann er ja anscheinend wie es aussieht der schwimmt das ist unglaublich vielleicht werden wir dann auch hier irgendwo ein haus du musst also du meinst du in arg also über steam nur noch mal du hast gesagt du weißt das habe ich sag es nur trotzdem noch mal falls nicht dass ich mir ein missverständnis aufkommt in steam selber oben auf ansicht surfer dann auf favoriten und dazu server hinzufügen die ip eintragen ja richtig genau und dann alles dann kannst du aber auch und da zeigt sie in dem fenster zeigt ihn dir nicht an das ist dann komisch ich glaube einfach auf der metro mit nicht wirklich was an also okay also gut dann suchen wir mal den nächsten genau das ist komisch da war doch war dann nicht gestern schon mal jemand der das gesagt hat ja wir hatten dann später grunden da hat dann nur an der schreibweise gehabt weil sie nicht gefunden haben was geschrieben haben war dann mal dann ja was man auch dann zeigt dann blende mal das fenster ein wie das macht über steam so wie du so wie du vor gehst so genau favoriten hinzufügen muss der ip reinpasten und dann zack hast du direkt ja der weiß sich also die arg spieler wissen das normal die arg spieler kennen das weil es halt oft nicht funktioniert dann gehen viele immer über dieses über steam meinst du ja ja das ist das pass auf dann gibt es der halter mal dann probiere einfach mal über steam den namen einzugeben ob das ob es dann findet ich dachte das fieber tot das lebt ja immer noch jetzt steigt er wieder ab alter was ist dann hier los warum maute dann jedes mal ab als gleich die alte getötet ihr vor dem doppelpunkt muss ein leerzeichen vor dem doppelpunkt muss ein leerzeichen sagt schlux probiert es mal aus nach der alp meint oder was in der ip in der ip darf kein doppelpunkt die werden immer nur mit punkte gedreht er meint vielleicht wenn du die ip komplett ausgeschrieben hast musst du am ende wenn du die wenn du direkt über den port doppel punkten antwort aber das braucht man normalerweise nicht ja das ist hier jetzt dabei also ohne doppelpunkt 777 meinst du brauchst keine 777 du brauchst du dann lass das doppelpunkt mal weg brauchst du machst einfach alles weg nur die reine ip dahin schreiben mit punkte ganz normal und dann auf server hinzufügen dann alle fenster schließen problem dann ist das das problem vielleicht ja also gut so dann suchen wir mal weiter die wollten quasi hinten den game port noch angeben doppel punkten dann den game port aber das post normalerweise nicht steam erkennt das dann automatisch anhand der ip welche ports offen sind und welche games dann da drauf laufen also welches game server jetzt schon jetzt geht es also wirklich an armen ist verwundert wenn ich das falsch rein post ist doch nichts geht ich habe das ich habe das jetzt sind gelesen was du da gemacht hast im endeffekt 60er brauchst immer nur die die vier oktette im endeffekt mit den punkten das ist alles also nach jedem oktett ein oktett sind ja mehr diese drei zahlen weißt du und dann ein punkt gut ist war da jetzt einer jetzt wird es natürlich dunkel das ist natürlich doof ja echt sicher ist auch ein bisschen low ich sehe also jetzt gerade hier auf dem wasser ist ich hab nichts mit der eule ja kannst du vergessen also ist das komplett ekelgrün im text was sieht aber auch strange aus was sollen das sein bundeswehr grün ok geht es immer ein bisschen weit draußen das wurde ich eigentlich nicht aber hier ist alles so flach ja ich halte mich jetzt noch mal zurück muss kurz noch mal ein auge kurz auf die viecher haben gucken was da passiert oder was darf ich habe kapseln dabei von daher ist es nicht schlimm ach so das heißt du kannst du auch unter wasser dann in die kapseln sperren oder wie ich habe mein hei schon dabei das heißt du kannst den heilern bei die im teich aussetzen sich das richtig das ist nicht dein ernst hei becken hier vor der haustiere hahaha das ist natürlich geil da ist das aber nicht so flach das gewässer achso nee das könnte sogar gehen das muss ich mir gleich anschauen das könnte sogar gehen gerade mal hier nach dem rechten schauen was hier am bach ist jawohl da ist noch 135 aber das sind auch qualen haut bloß ab jawohl der 135er beißt an sehr schön mitkommen nice perfekt oder ich bastel weiter am spiel und ignoriert diesen blöden pack bis er sich von alleine auflöst wäre zu schön um wahr zu sein das wäre wirklich zu schön kommen wir darauf an wie krass der pack ist ne ja ok die nacht hat nur noch 170 an nahrung und er hat jetzt 74,5 prozent könnte vielleicht die nahrung schiebt so bei den wie werden muss ich jetzt kann noch mal gucken bei den gefühl werden die haben noch 600 642 was hat der hier 623 ok die könnten das mit ach und krach schaffen ohne probleme aber ja wenn es hell wäre das wäre mir jetzt echt lieber naja wasser unter und wasser ins dunkel ist das ist ekelhaft das fleisch verbraucht sich scheiße dass ich von dem ding aus nicht schießen kann von dem schabeltier ja ich mache hier wieder fest so also jetzt gucken wir gerade mal irgendwie fehlt ein tier hier wo ist die feuer wie wenn das ist die doch und er zieht sie gerne hat nur 168 die schrift ausblenden seid ihr bei beach ich habe keine ahnung also das oberste einfach das obere in der anfangs gegend haben wir gesprochen du bist ja schon ein stück weiter gezogen aber das ist ja auch gerade in der nähe muss man gerade mal eine flasche wasser holen schütze ich bin gleich wieder zurück ja so welcher bist du das ist der 95er dann brauchen wir eigentlich nicht den da hier wollen wir doch der noh mit dem riffs hier und so noch zwar gefährlich keinen platz auf der alter wie dunkel ist es denn jetzt wieder bitte es kommt einer von der seite ich hab's gewusst so ich hab's ausschützer ja bin grad an dem nächsten dran es wird langsam hell oder bist du mir bist du mir noch in dieser bucht ein bisschen weiter halt es kommt jetzt noch für alter schnell mal ausdauer lässt gleich noch wie viel hat er denn auch da braucht schon noch ein bisschen was bist du es für einen 95er und der anna wo ist der jetzt 3.20 jetzt brauche ich erstmal ausdauer also ich könnte dich mit der heute zur not hochhalten muss ich jetzt mal austesten aber ich habe keine ahnung wo mein schnabelt hier ist noch ach das kriegt dann auch leben wenn ich hier fließt ich kann sogar wilde tiere damit heilen ich dachte hier ach du scheiß jetzt verreck ich bin zu weit draußen und ich weiß nicht wo mein schnabelt hier ist ich verreck ich kann dich doch grappen gleich mit der mit der euro oder nicht alter man sieht ja sogar mit der eule kann man sogar die haie unter wasser alter ok das wäre natürlich das wusste ich nicht dass ich wieder heute hier sogar in diesem komischen modus die die tiere unter wasser sehen kann steht so wenn wir dann ja klar ich glaube es ja wohl jetzt nicht oder das knapp alle wussten jetzt mein tier was meinst du man kann sogar mit der eule übers wasser haubert und in diesen komischen nachtsicht modus geht siehst du die tiere das ist ja krass oh man ja da hätte man unsere sucherei gerade ersparen können ja 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 oh man ich weiß nicht wo mein ding mein tier ist und das finden wir gleich oh shit moin momfred der momfred auch was ich raten ihr beißt doch gerade auf mein auf mein ding rum oder hinter der hinter der steinbucht bist du gerne hast du gesagt bin ich bin jetzt da raus junge wo ist der oh man mein schnabeltier haben wir gleich haben wir gleich also hier ist ein hai in der bucht jetzt muss ich nur kurz gucken ob ich da irgendwas angepasst bei mir hier sind gerade vier haie hier aber ich finde mein schnabeltier nicht scheiße so das ist der wasserfall okay da bin ich jetzt vorbei alles mit sicherheit irgendwo hier in der nähe vier haie jagen mich gerade mit also normalerweise kannst du mich mit einem blick gar nicht übersehen ja deswegen ich habe den gerade an ich komme jetzt gerade in eine richtung ich muss halt nur gucken wo du genau bist also hier in dem flachen gewässer ist ein haie sehe ich gerade heute mal ich bin hier ziemlich flach ja da ist eine das direkt hier auch drüber sind rochen da ist mir den haie jetzt gerade mal gucke wo du bist oh alter hitmark danke oh ja hier sind rochen ohne ende jetzt die frage du müsstest ja auch irgendwo sein okay hier wimmelt es gerade nur von haien da habe ich den eingepackt nee geht es jetzt sagen mich gerade nur zwei ich bin jetzt allerdings ist es halt ziemlich ja es ist schon ein stückchen draußen also weiß ziemlich lang flaches gewässer okay ich finde ich finde mein ding nicht das finden wir gleich erklären scheiße das finden wir gleich ja wenn es jetzt nicht irgendwas killt oder mal ausdauer ist gleich schon wieder futsch okay ich sehe da was rumtauchen warte mal da sind eins zwei drei vier fünf sechs haie sehe ich gerade boah da wärst du schon längst im arsch und endlich auch ein ohne ende jetzt gucken wir gerade mal also hier bist du nicht da würde ich dich direkt sehen sag mir doch mal bitte die koordinaten gerade auf der karte ja wenn ich äh 52 also kurz also neben der bucht unten 52 unten 52 okay naja gut dann bin ich schon zu weit rausge- 52 okay muss ich in die richtung fliegen 52 deswegen hab ich dich nicht gefunden wo ist mein schnabeltier 52 dann müsstest du ja hier gleich irgendwo in der gegend sein warte mal was haben wir gleich so der müsste jetzt aber gleich liegen und jetzt müsste er sich legen oder zack jawohl da liegt er sehr schön jetzt brauche ich nur noch mein schnabeltier aber was wollt ihr jetzt alle von mir so level 25 20 22 oder 95 ja so jetzt da bist du ja in der nähe vom vulkan ey das ist ja krass da sind die vulkanen ziemlich nah ja von den vulkanen dann schon noch ein stück jetzt muss ich ja schon mal gucken wo mein schnabeltier ist alter boah ist das so weit draußen im tiefen vielleicht wo es ein bisschen tiefer war ich glaube schon da ich muss die map schielen ja das müsste hier irgendwo sein ok also die richtung passt muss man die gegend absuchen du bist ziemlich weit draußen ja bin ich bin ich find mein schnabeltier nicht oh nein das sind wir aus da auch gleich futsch jetzt verreck ich das schaffe ich nicht mehr zurück dann versuch wenigstens hoch hoch in die oberfläche zu kommen ach du scheiße das schaffe ich nicht ich könnte hier so eine dings wenn ich wenn ich die unter wasser sehen wird könnte ich hier so ein taucher dings das nützt ja nix wenn man aus dauer futsch ist da vorne ist mein tierchen oh ich hab mein tier perfekt ich hab alles oh gott sei dank jetzt müssen wir mal gucken wo der ist wo war denn jetzt wo hab ich denn den jetzt betäubt da liegt er ok jetzt bin ich wieder am strand am strand ok ich bin praktisch genau da wenn du vom vulkan am strand entlang gehst ja da danach noch nach dem grünen strahl ja da kommt dann noch mal ein berg der der ist mit so einem mit so einem zipfel obendran der richtung mehr zeigt da bin ich am strand ok ich sehe es schon da unten ist ein alpha rap durch 6 grad und dann danach komme ich alpha rap durch 130 uff na gut das ist aber schon das ist ja schon 60 hier ja 62 63 bist du dann oder was ich bin jetzt 20 50 bin ich 20 50 20 da bin ich längst an dir vorbei da bin ich schon längst an dir vorbei gesaust das kann doch nicht sein ey 20 50 strange wo sind jetzt jetzt bist du da oben ich fiege gerade jetzt genau in richtung zipfel oder wo du gesagt hast Na die Ausdauer ist jetzt gleich futsch von der Öle, aber das ist nicht schlimm. Ah, da bist du. Ich muss kurz auf Ausdauer tanken. Wo bist du jetzt hin? Ah, da oben. Die Haie hast du jetzt im Start oder was? Der eine, der liegt gerade, der muss jetzt noch Fleisch rein tun, also am besten wäre jetzt natürlich, ja. Ich kann dir hier aus der Luft Dings geben, das wäre schon, passt schon. Was? Achso. Ja, gucken, dass da nichts angeschissen kommt. Ich muss halt nur sehen, wo du hinschwimmst, genau. So, da, ja, da kommt schon was angeschissen. Oh ja, da sind mehrere, das sind hier 1, 2... Muss ich jetzt mal weglocken. Ja, zwei Haie sind da. Ach, der eine, der sich nicht bewegt, das ist der betäubt oder was? Ja. Okay. Ja, der sieht aber relativ safe aus. Also hier ist jetzt weit und breit nichts mehr. Gut, da hinten ist noch was, aber der ist auch ein ganz Stück weiter weg. Ja. Guck, das ist jetzt im Endeffekt auch ein Wallhack, ne? Aber das ist halt was, was das Spiel halt einfach hergibt, ne? Ah, das ist aber schon ziemlich nice, weil in diesem, in diesem Blick, das ist echt krass. Alter, was macht denn der jetzt? Schwimmt der wieder zurück zu dem Betäubten oder was? Ist der blöd oder so? Ja, der kommt genau, der steuert genau drauf zu, steht so, der muss irgendwie triggern. Achtung, der ist gleich hier. Mir kommt sofort, beschützt der den, ey. Ne, der wird wahrscheinlich zerlegen. Ne, ne, zerlegen sich nicht gegenseitig. Sicher? Ja, ja. Wenn man nicht irgendwie so ein Fisch oder irgendwas am Start hat oder was größeres, dann kam ein Hai und haben das dann zerlegt, instant. Ja, dann war es aber kein Hai. Ein Hai greift einen betäubten Hai nicht an. Alter, der kommt, der schwimmt jedes Mal zurück. Willst du mich verarschen? Dann lass die drei doch hier hin schwimmen, wenn sie die, wenn sie den nicht angreifen, ist doch in Ordnung. Ne, ich will, ich muss Fleisch reinlegen. Ach so, das darf ja erst Zeit. Jetzt kannst du machen. Jetzt hast du Luft. Hinter dir ist auch noch einer. Muss ich halt jetzt ran halten, weil der ist gleich bei dir. In, ja, 20 Sekunden. Spring auf, spring auf, da ist er hinter dir, hinter dir. Machen Abgang, jetzt greift er dich an. Oh, du bist aber schnell, mein lieber Mann. Ja, jetzt jagen, kommen zwei Stück auf dich, gell? Ach, drei, drei Hai jagen dich. Du ziehst sie gerade weg. Gut, der Hai ist aber, das ist gut. Ja, der puttert. Da kommt noch einer. Jetzt sind sie insgesamt vier. Gibt es doch, dann bekommen die jetzt auf einmal her. Boah, da kommt noch ein 130er. Nice. Okay, jetzt haben sie abgelassen von dir. Ey, ich zähle jetzt, warte mal ganz kurz, das ist jetzt fünf Stück. Eins, zwei. Alter, das sind jetzt fünf Stück, die hier rumschwirren. Vorsicht. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Tatsächlich. Der betäubte Schatten scheint hier andere Hai anzuziehen. Krass. Ich bin ja auch blöd, ne? Für was habe ich denn schon ein Hai? Willst du den auf die anderen hetzen, oder was? Oh, habe ich den zu flachen rausgelassen? Ist das der, der mit der Schwanzflosse hinten rausguckt? Aus dem Bohr? Äh, ja. Aus dem Wasser? Ja. Ja, jetzt komme ich ja nicht. Ich krieg die Krise schon wieder. So. Oh, der ganze Haufen schwimmt auf den Grad. Uff. Hast du den gerade auf Angriff gestellt? Ich, ich bin das. Ich reite den mit den. Ach so, hast du einen Sattel für das Vieh schon am Start? Na, freilich. Ja, Vorsicht. Das sind jetzt fünf Stück, gell? Ich halte die Frage, wie schnell du das schaffst, den zu zerlegen. Also. Okay. Boah, das ist auch neu, dass das Blut so spritzt unter Wasser, ey. Okay. Ja, ja. Okay, einer down. Oh, die geben dir aber auch ganz schön gut, ja. Zwei down. Nice. Oh, jetzt bin ich zu schwer. Oh nein. Nein. Äh. Der ist genau hinter dir. So. Jetzt machen wir direkt nur hier, ähm, Nahkampf. Bam, 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 bam. Okay. Und jetzt gib ihm. Oh, der gibt dir aber auch richtig gut vor. Naja, das sind 135er oder was? Der gibt mir jetzt erst mal ein bisschen, ja. Okay, das ist aber auch down. Okay. So habe ich jetzt keine Anzeige bekommen, was der für ein Level hatte. Ich ging der Kiel jetzt nicht auf mich. Warum auch immer. Doch. Mein Level. Wow. Jetzt kannst du ja das, jetzt kannst du ja das Fleisch hier in den anderen stecken. Der liegt da ja noch ganz gechillt. Da kommen aber schon wieder zwei weitere da hinten. Gucken wir den. Ah, jetzt sehe ich auch den Sattel, ja. Guck mal, äh. Äh, geradeaus links sind nochmal zwei Stück. Die steuern auf dich zu. Da wurde ein beteiligt da, ähm, High ist. Von dem hier, komm mal. Hier auf der linken Seite hier in der Richtung. Genau da, wo ich drauf zu fliegt, sind nochmal zwei Stück. Weißt du, was sie können Level haben, aber die kommen mit Sicherheit auch gleich. Und keine Ahnung. Jetzt sind es drei. Achtung. Ja. 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 hier immer ich fliege mal über den habe einfach mal siehst du mich ja oder genau da ist hier vorne ich bleibe einfach mal hier stehen genau hier ohne mir wer ist gleich fertig na gut weit und breit nichts mehr zu sehen 135 also super die kannst du jetzt auch in die grüe warst du gesagt gehen die kapsel einsperren und mit ja na gut das ist natürlich nice so drei level dann kriegt er jetzt mal ich würde mal sagen 1 auf gewicht das ist ein bisschen mehr ist 1 auf leben zack braucht man bewegungsgeschwindigkeit auf jeden fall ausdauer wäre dann auch nicht verkehrt ja mal gucken wir müssen jetzt natürlich erst so ein bisschen level so im flachen gewässer kannst du mich kannst du mich fließen wenn du an den strand blickst ja das geht ziemlich schnell sogar mann lieber man das unterwegs genauso schnell wie die fahrer ja das sieht gut aus probieren muss man aber ich zeigte ab dieser kommen her haben wir ganz kurz kannst du kommst du noch näher an den strand mit dem viele was machen gucken ob das hier funktioniert jetzt stelle ich mal hier auf den kannst du hier auf den jassen drauf kommen wir hier näher ran das passt schon so jetzt steigt der wieder ab das geht aber auf jeden fall so warte mal jetzt müsste es genau jetzt wissen der range was du kaufen felsen zu gehen mit dieser drecks vogel hier das reicht nicht mal sowieso doch eben gerade war perfekt so wie die gestanden ist kommen noch mal zurück hier vorne hin hier war perfekt da ist perfekt was kostet es dir jetzt nahrung oder ausdauer beides also hauptsächlich ausdauer so ok reicht ja ja das ist natürlich neu jetzt eigentlich müssten wir so viel mehr mitnehmen wenn man alpha machen weißt du das ja dass eine immer drüber haubert und menschen kritisch wird dass er dann kurz runter kommt weißt du fließt im endeffekt dann wieder so wo war der jetzt der fräger da ist schön schon wieder erinnerung ja ich habe keine nahrung mehr naja nicht schlimm der will 55 da hinten ist noch einer ja 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 doch gegrillt ist vielleicht frisst du das wird da unten springt mannigen rum mit dem f auf der schulter hat gefahren ich sehe keinen namen ich sehe keinen namen der red bull ist ja perfekt weil er ist der sie am strand ach der ist fertig ja nice 201 sehr gut ja jetzt könnte es dann rein theoretisch dann losgehen dann musst du den dings im moment ich muss jetzt erstmal nach meine trage gucke manfred steht hier am strand dann hole doch gerade in 3 oder keine ahnung wie der drauf ist du kennst du kennst du kennst du kennst du kennst du kennst du kannst du kennen ja ist ein zuschauer halt ich dachte das wäre eine von früher von den abspielern nein sagt es doch okay jetzt wird der fort jetzt hast du vergrault was machst du an mir jetzt rennt der fort hat aber schon schulterheffig am start einmal auf ding der wird gerade gejagt von dem raptor das sieht gut aus das sieht absolut gar nicht gut aus ich versuche die gerade mal wegzuziehen kann es dann losgehen ja nice alle alle jetzt kommt was kommt ich versuche die weg zu sehen was ich bin im wasser schneller als die holen ja noch meinen schnabelt hier warum lassen wir nicht ab von dir warte mal und wechseln ich bin schon weg ich bin jetzt wieder gehittert ich fliege zu deiner base alter einbiss die sind brutal alter wie sie ich dachte ich ziehe die hier vielleicht in richtung strand wo die wo der raptor darum rennt aber die greife sicher nicht das glaube ich doch jetzt nicht oder was für eine range hatten diese drecks raptor da im wasser um das ist doch jetzt in deinem ernst der hat mich fast zerlegt ja aber ab von den vier ich muss ja meine taube ist gerade im klicken zeitlobe gerade ruf ich muss mich gerade mal heile ich muss hier weg fliegt zu deiner base ja da ohne rente manfred ich kann aber auch nicht greifen der die eule kann tatsächlich da weg geholt aber die vier jahren schnurstracks in unsere richtung war das ist natürlich kacke das gibt jetzt chaos alle ich vorgleich den drachen und dann zerlege ich die hat mal kurz landen und dann noch mal hoch ein alle ganz schön weit weg von von deiner base gekommen so jetzt bin ich bei deiner base habe ich schaue es lebenstechnisch bei dem aus hat man ich guck mal vielleicht kann ich den auch ein sieht aus als wäre mitgenommen aber gucken ach so das geht nur bei allianz oder was oder kann ich auch ich glaube ich glaube ihnen kann ich nicht ein ok das greift leider schade ich dachte sonst hätte ich eine heile könne na gut und greppen kann ich den leider nicht mit der blöden heute so 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 aber So, okay, ich bin mal kurz halb klar, ich hol mal noch einen Kaffee. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich, steht so. Ein gegrilltes Fleisch natürlich vertilgt, das ist ja übel. Okay. No, hab ich schon da war. Dann fliege ich mir mal in Richtung Base, mal gucken, was mit denen drauf ist hier. Na, dann natürlich noch ein Alpha unterwegs, glaub ich es. Okay, passt. Okay. Okay. Das war schon ein ganz schönes Stück, hätte ich jetzt nicht gedacht, mein lieber Mann. Das war schon ein ganz schönes Stück, das war schon ein ganzes Stück. Hier sind wir echt so weit. Das war schon ein ganz schönes Stück, mein lieber Mann. Das war schon ein ganz schönes Stück. Das war schon ein ganz schönes Stück. Noch mal schauen, was war. Das passt. Das ist ein bisschen weg. Okay. Alles noch irgendwie normal aus in Anführungsstrichen. Na ja. 80%. Wie sieht es aus mit der Nahrung? Was macht das Problem, Kind? 127. 120. Hm. Gut. Seilschwein ist auch noch genug drin. Genau. Da müsst ihr dann hinhauen. Die stehen ja glaube ich noch. Ach, ich bin mute. Alter. Was denn? Kennst du mich doch vom RP, hat er geschrieben. Opa. Ja. Aber nicht in A, aber ich habe gesagt, A ist was anderes. Wir sind schon acht Leute in meinen Tribe, ne? Hast du ihn auch gerade in den Tribe hoch? Ne, ohne ihn sind wir acht schon. Ja. Geil, je größer desto besser. Ja, dann kommt er zu. Wie meinst du mich? Ja, na schon. Je größer desto besser loskommen. Ja, ja. Aber nicht mit meinen Tieren. Na na. Das lassen wir mal schön sein. Und dann verrecke ich die, dann werden die falsch gefissen und na 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 na. Dafür ist mir jetzt die Zeit, die ich da reingesteckt habe. Na. Das Risiko gehe ich nicht ein. Scheiße, was soll nicht das Sache, was ich für Dinos habe. Ja, siehste. Siehste, siehste. Und stell dir mal vor, ich pfeife die nur falsch. Und die gerade an Alpha. Das Feierabend. Da machst du automatisch Bridgequiz. Da hast du keinen Bock mehr. Du hast gesehen, wie sind die hier direkt rausgegangen. Ist gestern mal er gedacht, dass sein Vogel ist tot. Heftig. Sieben ein halb, ja Queenie. Sieben ein halb, okay. Ne, das ist nicht ohne. Das ist nicht ohne. Ich habe, ich will da kein Bridgequiz machen, deswegen. Ja, traurig mit Looney Loops, ne Winnie. Krass, ne. Das ganze Dev Team weg, ne. Hammer hart. Ja, wo hat es denn da gehapert? Hier steht so. Keine Ahnung. Habt ihr da keine Impulse? Haben die sich zerstritten oder was? Ne. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Oh man. Jo. Ich zähle nicht ganz. So, wir gehen dann gleich. Gehen wir auf Tauchgang. So, wir haben jetzt zwei Haie gezähmt. Ausrüstung haben wir. Dann kann es losgehen. So. Ich denke an der Ausdrucksweise. Okay. Von Looney selbst oder was? Ich verstehe es nicht, ey. Da tun sie sich zusammen. Mache dann was. Bringe dann hier endlich mal einen eigenen... Albertus Kaktus. Hallo Albertus Kaktus. Einen wunderschönen guten Tag. Oder gute Nacht. So. Ich check es nicht, wenn man so ein Projekt dann hochzieht, warum man einfach die Streitigkeit mit meiner Seite legen kann. Weißt du was ich meine? Oder diesen... Ich nenne es mal das Kind beim Namen. Man braucht keinen Schwanzvergleich. Weißt du was ich meine? Steht so. Das ist doch genau das, warum es dann immer meistens hier in die Hose geht. Weil der eine mehr zu Sarah hat wie der Anna, das kann nur nach hinten losgehen. Ist halt uncool ehrlich gesagt. Um sämtliche man anständigen Server an den Start gebracht und sowas. Naja gut. Der war ja jetzt auch nicht schlecht besucht, weißt du? Ja. Verstehe es halt nicht. Warum ist man sowas dann halt sterben? Naja. Muss man auch nicht verstehen. Unbegreiflich sowas. So. Sag mal, siehst du diesen Streif wie die hochheilen? Ja. Krass. Komm mit denen. Jetzt guck mal. Der schafft es locker. Die schaffen das locker. Guck mal jetzt auf seine Nahrung und hoffen wie weit das er ist. Ich hoffe. Ich hoffe es. Das wäre schön. Easy. Das ist sie halt nix noch. Scheiße. Die haben jetzt. Neun. Halbjahr im Metallachs für mich. Wubububub. Müsste ich wahrscheinlich noch in der Base Einnahmen. Muss ich gleich mal gucken. Also da hat jetzt hier. Was hat er? 81,5%. Und hat noch Nahrung. 500. Ja. 75. Das Problem Kind ist eigentlich hier. Der Feuer Typ hier. Der da. Der hat. Was hat er? 122 hat er nur noch an Nahrung. Ist aber auch schon bei 82%. Ja. Was denn? Guck mal in die Base. Wo bist du denn? Warte mal ganz kurz. Ich habe jetzt nur Pigge dabei. Sonst nix. Wie in die Base. Warte mal ganz kurz. Wo bist du da? Wo bist du? Hä? Wo stehst du? Hier. Warum? Ah, da ohne. Ne, weil du gerade gesagt hast, das guckt man in die Base. Was meinst du denn? Ja, wegen Metal AX. Achso, ja. Warte mal. Muss ich gucken. Oh, der war's drin? Ne. Bitte? Ne, ne, ne. Alles gut. Im Footer, im Footer druck das Bastard. Äh. Das kommt mal gucken. Ich meine, ich habe hier irgendwo eine. Du scheiße, hast du denn du für Labyrinth gebaut hier? Alles um 10 Uhr. Scheiße. Ah, das wird hier wahnsinnig. Da habe ich eine Sink gedroppt. Ich meine, ich hätte die am Start gehabt hier. Äh. Bin ich blind? Sie war halt fast alleine an dem ganzen Projekt dran. Und wenn dir dann noch wer ans Bein pinkelt, obwohl du vielleicht gerade nicht den Kopf dafür hast. Privat ist dir ja was vorgefallen. Dann geht man halt auch mal auseinander. Aber das ist nur eine Vermutung. Nichts bestätigt. Nur was ich denke. Ich weiß nicht, wie du mit sie meinst. Und das erklärt ja noch nicht, warum das ganze Dev Team weg ist. Äh. Man fand's halt schon nice. Abends kannst du dann halt mal den Streaming anschauen. Was das nebenbei laufen gehabt. Das ist ein Problem. Du bist so geguckt. Du weißt euch mal. Meinst du nifty? Ob du meinst nifty, ne? Ne, ich habe keine Metallpick am Start. Auch keine Axt. Auch keine Axt. Aber ich meine Axt. Sind da los. Ich weiß nicht. Du hast eine Craft mal schnell ne Axt, ne Pick Axt habe ich. Nichts Units von anderen waren aus ihrem Team. Ah, ok. Das kann man gucken. Das sind ja dann nur 3. Das waren doch viel mehr Devs, oder? Waren noch nicht nur 3 Devs. Ah doch, hier. Ich habe eine Metallachs. Hier ohne liegt eine drin. Ah, warte mal. Äh. Metallachs. Du hast ne Metallpicker am Start, g? Ja. Okay, nice. Passt. Das sollte ne, sogar ne bessere, ne 154er. Ja, hier guck mal, weil du gesagt hast, das Labyrinth. Das war eigentlich hier, kannst du hier ausschießen und kannst dann natürlich hier auch ausschießen und kannst dann natürlich von innen an das Vieh ran. Ah, jo. Ja, das war nicht verkehrt. Zum Betäube eigentlich gar nicht schlecht, aber du musst wirklich hinten stehen, weil die Range von diesen Missviechern, wenn du hier dran stehst, die geben dir ja eine richtige Schelle und dann hängst du da. Naja, könntest du ja auch von hier machen, ne? Ja. Habe ich ja auch, guck extra nochmal zwei Fenster, hier draußen, einmal da, einmal da Hause. Ja, Fenster ist okay. Habe ich am Anfang auch immer so gemacht. Ich fand, ich finde es halt mittlerweile mit ein bisschen übersichtlicher, wenn du die Türrahmen nimmst, ne? Allerdings gibt es halt auch Tiere, die durch die Türrahmen laufen können, aber, ja. Warte mal, warte mal, jetzt muss ich gerade mal gucken. Hier, äh, Metalachs. Auch dem Stream waren es nur zwei, drei, und so drei, okay. Guck mal, Metalachs, äh, warte mal. Ja, wo bist du denn, Momfret? Hier, guck mal, Metalachs, liegt. In Köln. So. Der war hier unten in der Nähe am Strand. Wo ist denn der Momfret? Der war irgendwo... Bei euch hier. Ach, da ist er. Wo dann? Ah, ich glaube, der muss... Na ja, hab ne. Ein Gude! Ich weiß halt, dass er zerlegt wird, weil die Tiere sind, glaube ich... Küstlich, so dreckig, ja. Die bei denen... Bei denen Drache sind die sind aggressiv eingestellt. Damit die halt... Ja. Obwohl, ist ja PVI, oder? Ja. Eigentlich dürfen die Tiere dem doch nichts machen. Oder sehe ich es falsch? Oder ist das noch die Base bezogen? Ich will jetzt in Game Boys nicht. Kann das sein? Äh, du musst B drücken. Naja, das weiß ich. Warte mal. Ja, doch, das Mikro geht. Also, bei mir leuchtet es auf. Kannst du mir gehört, kannst du ja mal gleich testen. Dann guckst du einfach mal, ob du mich hörst in Game. Warte mal. Ein Stück gerade mal B. Guck mal, wenn ich dann irgendwas sag. Jetzt zum Beispiel, das hat man guckt, ob du mich in Game hörst. Hörst du mich in Game? Nö. Ist das gemuted vielleicht? Ist doch komisch. Leuchtet das grün oder grau? Normalerweise. Weil ich sehe hier oben einfach nur ein graues Zeichen angezeigt. Also ein graues Mikro. Was ist denn? Äh, äh, äh. Ach ja, normalerweise, wenn man spricht, dann sieht man das normalerweise. Ja, das leuchtet nur grau. Was ist da los? Haben wir das zu erverseitig ich wie vielleicht ausgeknipst aus Versehen? Nö. Nö. Glaub ich nicht. Das kann sein, dass wir das vielleicht in Game ausgeschaltet haben. Nö. Nö. Eigentlich nicht. Das ist schon mal standardmäßig an. Behörst mich nicht in Game, gell? Nö. Okay. Also wenn ich rede, sehe ich hier diesen grauen, das graue Mikro, aber da vielleicht eine Option. Das kann schon sein. Äh, Gesamtlautstärke. Oh, die habe ich bei mir komplett. Und ein Audio. Warte mal. Ich glaube, das ist wahrscheinlich bei Mikro. Äh, was sind die Audio-Settings? Audio-NPC-Angebung. Muss doch bestimmt auch irgendwas für Mikro geben. Erweiterte Einstellungen. Findest du da aus? Kostruktur-Belegung. B, drücke um zu sprechen. Gamepad. Das ist kurios. Boah, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß es gar nicht. An den Einstellungen haben wir nichts gemacht. Weder am Voice, weder an der Audio. Weißt du das? Hm. Hm. Müsst du einfach mal googeln. Ob das, äh, wie sich das äußer, ob das grün oder grün leuchtet, wie bei Rust, wenn du sprichst. Weißt du das? Ja. Oder, äh, ob das halt grau. Boah, ich muss mal kurz, ich muss mal den Tech hier ausmachen. Das ist ja, boah. Ja, das rote, ja. Ist aus. Ach, das ist, ach, das ist ein, das ist ein Ding sein. Ah. Du dreckiger. Hier, der Vogel macht mich kehre, was ist da mit dem hier los? Und dreht mir hier seine Kreise. Bleib doch einfach mal irgendwo sitzen. Der hat nicht mal Danke gesagt, der Mom, Fred. Vogel, lande mal bitte. Ah, danke. Bitte. Aber warum geht es in Game Boys nicht? Das nervt mich für ein bisschen grad. Ich kann dir das nicht sagen, hätte ich gesagt. Das müssen wir grad mal googeln. Danke sehr lieb. Hab mir sogar eine Armbrust und Pfeile, Betäubungspfeile gegeben. So bin ich. Bloß nicht verlieren jetzt, Mom, Fred. Wie viele Stunden hast du nur in Ark, Mom, Fred? Dann kommst du wieder. Dann kommst du wieder. Dann kommst du wieder. Nee, hör bloß auf. Hör bloß auf mit so'n Scheiß. Gottes Willen. Pass auf, das ist eine Falle. Was ist eine Falle? Moin, Fiedler, Kevin. Einen wunderschön. 1702 stunden naja das ist doch das ist doch schon mal was alles gut können wir jetzt endlich tauchen gehen brauchen taucht hier ich habe kein taucht hier nochmal ich habe ich doch wie oft noch was meint was sie die ganze zeit besorgt hat ach so du hast aber im stamm geschrieben auch wenn du im stamm schreibst du das nicht über tab kannst du das wechseln wir hatten wir über das ente und dann stamm allianz lokal global das müsste global jetzt sein so was ist jetzt auch beim schnabeltier oder schreibt die schreibt global ach so ne das zeigt mir nur an dass er aus meinem stamm ist war viel falsch von mir ach so jetzt mal so machen wir es ganz einfach so das ist halt aber dass auch das richtig wieder auf mit den jetzt können wir dann das flach ist gewesen oder was wir würden die jetzt so schnell leveln wenn wir zu zweit wenn wir im stamm werden nach jetzt jetzt level hat jeder für sich das ist so bescheuert naja kann man nichts machen so ist halt damit in so jetzt kannst du übernehmen so und dann genau das gehört hier war da hier habe ich ein sattel obacht hier ist ein sattel ach so ja okay und dann gebe ich da noch agrio das mit rausnehmen kann später wieder wenn du willst ja da okay die müsste ich mir dann aber auf die warte mal ganz kurz aufregende zahl legen ja so sondern da müssen wir uns nur kümmern aus also leveln kannst du die das problem ist nur dass wir jetzt keine geteilte xp haben jetzt beim töten sonst würden wir beide gleich leveln ach so ich dachte das wäre jetzt in den leifisch quatsch die taucherflosse anziehen was man das noch das aber die sauerstoffflasche muss ich jetzt so und anleihen oder wenn wir tauchen gehen jetzt noch okay jetzt jetzt komplett ausüsten hier alle ganz schön mal vor was fehlen jetzt noch die flossen die baumwelt eigentlich nicht unbedingt aber wurscht geschwindigkeit das war das nachkampfschaden hast du gesagt und zu sein war da mal ich muss man die ich muss man die meine rüstung hier die mittelrestung muss ich mir da lassen das bin ich viel zu schwer der kann halt nicht so viel tragen oh ja ich sehe es gerade hat der noch was im inventar geht es gut und dir nix arg mir geht es auch gut schön dass es dir gut geht das dann lassen wir mal noch ein paar pfeile da dann sind wir noch ein bisschen leichter die halbe narko so jetzt sind wir noch schon deutlich leichter so als nur noch eine armbust naja wurscht so let's go man in die tiefen jetzt siehst du das erste mal hier arg unter wasser so gucken wo du bist naja schwimmst du richtig aufbauen und dass man verliert naja nicht dass man absaufen ist das nächste weiß nicht wie lange der sauerstoff fällt das ist fällt schon eine weile halbe stunde oder so und dann hast du du hast da zwei atemgeräte naja und im notfall dann wenn es aus ist dann das nächste einfach anziehen ich lass dir den kill weil deiner ist noch gar nicht gelevelt achten qualen lauf äh gib Gas oh ich hab ich wurde gerade gestrumpft nein das war's nein das war's der ist tot da kommt mit mir der kommt der reagiert nicht nur der ist tot ich habe schon gefühlt die dreckschweine jetzt auch das war echt krass kurzer ab und ausflug alter der kommt kommt das schaffte ich hab dir eben gerade noch nie das ist das war's kann ich hier nicht mit feilen oder so abschießen die qualen töten meine ich können wir probieren kann wir probieren ich muss es probieren das wäre jetzt schade nein die haben das viel zerlegt oder was ja ach leckt mich doch am arsch alter die kommen die wandern ja richtig da habe ich schon wieder überhaupt kein bock mehr ohne scheiß uff 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 ich habe schon wieder kein bock mehr diese drecksquallen mit dem das habe ich letztes habe ich auf der island schon gesagt die müssen wir eigentlich deaktivieren ohne scheiß diese drecksdinger ehrlich die haben so viele tiere reingebracht reingebracht diese die arg so verhunzen jetzt bin ich am arsch ein Hai ist hinter mir uff 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 der kennt mich genau am arsch versteht so die musst du übernehmen das ist einfach die scheiß quallen das ist einfach das sichere tod das ist so behindert ich habe den ich habe gesehen ich weiß gar nicht wo die herkamen ja auf einmal waren sie da also wenn meine egal ob ich ein atemgerät habe oder mit wenn man ausdauer futsch ist habe ich trotzdem ab naja das doch auch hier ein verbrannt sorry aber ich mal mit dem atemgerät hast dann kannst du doch naja gut mit dem die müssen wir deaktivieren die drecksquallen ohne scheiß weil das ist scheißegal was du da machst du wenn die sobald die dich erwischen ist vorbei das ist so behindert ohne scheiß da vergeht mir so die lust da vergeht mir so die lust ey diesen mistviech da ist doch jetzt das darf doch nicht wahr sein aus dem nichts einfach aus dem nichts das war das war mein kürzester tauchausflug ever scheiß kein auch nicht schlecht krass aber mir geht es genauso die vorbereitung zwei stunden ich dachte mir auch jetzt cool nicht mal eine minute zack ich dachte mir jetzt geht es ab weißt du und wir sehen endlich mal was für die unterwasserwelt von ARK am Arsch war uns nicht gekönnt ja aber ich gebe jetzt ist mir jetzt egal ich hole jetzt einfach noch einen Alter wo ist denn jetzt mein da ist er hat sich angefühlt wie ein Tritt in die Eier das war anders kann ich es nicht beschreiben diese Quallen müssen wir deaktivieren ohne scheiß das ist heftig uff 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 naja gut da müssen wir halt ein bisschen vorsichtig das war jetzt scheiße ehrlich gesagt das war jetzt richtig schön aber normalerweise leuchten die aber auch die haben mich nicht geleuchtet die waren so blass ja leuchten die nur im Dunkeln wahrscheinlich wenn es nachts ist ich weiß es nicht ich kenne es halt auch nur so wenn du genau wenn sie wenn du wie das sagt wenn du jetzt tiefer bist oder wenn es dunkel ist in der Dunkelheit siehst du es richtig schön leuchten ach du heilige Worte das jetzt wieder das habe ich jetzt nicht ganz so geschnallt was da gerade gelaufen ist da fällt mir wieder nix dazu das ganze laut sagen unglaublich ach guck mal heilschwein ist fast leer interessant interessant warte mal dann ich sehe gerade ich brauche Fleisch das kommt man mit dem Drache Mann was richtiges drin gehabt im Inventar vom Hai ja den Sattel halt nur ne ja nur den Sattel ja es ist halt ärgerlich ehrlich gesagt naja rein theoretisch ne könnte ich mit meinem Ewing auch mit und du nimmst den anderen Hai weil der hat verbraucht irgendwie der hat keinen Sauerstoff das Schnabbeltier ne das ist auch ein das ist ein Landwassertier irgendwie was macht denn das Vieh jetzt warum folgst du mir das ach ist doch jetzt in deinem Ernst Baby du folgst mir jetzt oder was ist das wieder der Alpha ne ein 60er ne den wollen wir nicht merke wenn man ein Liter Eis futtert geht es einem schlecht ich hab gerade Vanilleeis mit heißen Kirschen und Zahne ja lecker der kürzeste Tauchgang ever alter diese Drecksqualle okay ich brauche grad mal ein bisschen Fleisch muss grad mal hier ein zwei Tiere zerlegen und dann können wir wieder losziehen das ärgert mich jetzt echt das war ja ein kalter das war wirklich ein kalter ja das ich frag mich wie man das machen soll mit dann naja gut ja es gibt ein es gibt halt ein Wassertier der ist immun dagegen ne gegen was? gegen Strom ja ich bin voll der vielleicht bin ich nicht alleine der Sandicap naja da gibt es ein oh da ist noch ein 130er direkt bei Quallen wunderbar also hopp komm mit 130er da hätten wir doch dann schon wieder einen ich bin voll der Sandicap nicht rausspringen nicht rausspringen hm ich bin voll der Sandicap alter unglaubliche unglaublich der drach ist ja fast wohl geht denn hier für den film kommt auch wenn wir den noch mit Der lässt sich möglichst schwieriger steuern als ein LKW. Ja. Boah, jetzt geträumt ich den Falschen. Mann, 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 Mann. Geh doch mal weg. Oh, hier ist ein Alpha, mitten im Wasser. Ein Hai, okay. Der ist hier ziemlich in der Nähe. Steht so, uff. Uff. Der ist hier in der Bucht, beim Sandy. Beim Sandman hier in der Bucht schwimmt der. Alphahai? Alphahai, ja, und da ist nur hier noch ein Nachbar. Ja, ja, das sind mehrere Hai. Die sind hier, weißt du, wo Fetzi, wo Fetzi stand? Ja. Butter weitergebaut. Tatsächlich, ja, da wurde weitergebaut. Da baut gerade, glaube ich, Wandweg. Und dahin und weiter. Also hier vorne ist ziemlich heftig. Das ist ein Alphahai. Ein großer und normaler. Alter, wieso kommen denn denn da hier, der Blödel? Ich muss jetzt gerade mal hier, das Fleisch, da rüber fliehen. Nicht so schwer, wie es aussieht. Sieht ganz danach aus, ja. Tatsächlich. Das war doch auf der Island schon, da hatte ich auch schon Tiere für uns. Ich hatte Delfine, die wurden gekillt und dann hatte ich zwei Haie. Und die wurden auch alle zwei von Quallen gekillt. Von Quallen? Jaja. Warte mal. Warte mal, das Vieh hier vollstopfen. Ich mag, danke. Was braucht denn denn noch? Wurrt schon noch ein bissel. Ey, lass meinen Chip in Ruhe. Du Blödi. Ja. So ist ja richtig gute Taktik. Jetzt haut er ab. Okay. Leg ich jetzt noch einmal los und dann habe ich alles zusammen. Schauts aus. Schauts aus. Jo. Du könntest mal kurz mit deinen Wevern losziehen und und Keulen besorgen. Keulen? Ja. Wo bist du denn? Äh, wow. Wow. Ungefähr da, wo ich vorhin war. Ungefähr da, wo du vorher warst. Also hinten da, wo du die anderen da Knockout gemacht hast und gezähmt hast oder was? Ja. Okay. Ziemlich genau sogar. Nur ein kleines Stückchen weiter draußen. So, es wird dann quallen. Du musst echt aufpassen, wenn du mit dem Mewing knife führst. Wenn ich jetzt mit dem Mewing in zur Qualle reinhau, na? Ja. Ist von mich vorbei heute. Eieieieiei. Ja. Ich guck mal, wo ich da mal Fleisch ans Start bringen kann. Gucken wir mal. Okay, das passt. Keulen hab ich auch gleich. Ach, ich bin ja doof. Warte, ich mach's selber. Also ich komm mal zu dir. Oder beziehungsweise. Ich hab ja... Ihr sind Alusaurier bei mir. Die kannst du zerlegen. Die geben auch Keulen. Die, die mich da vorhin gejagt haben, ne? Ja, ja, ja. Die, wo die... Die, ähm... Die müssten ja da irgendwo noch rumschwärmen. Mir fällt grad so ein. Ich such... Ich brauch den Haier gar nicht groß suchen. Man kann sich doch die zähmen. Man kann die sich doch anzeichnen lassen. Mensch. Wie würdest du dir die anzeigen lassen? Na. Kannst du die auf der Map anze... Also so hier anzeichnen lassen. Die, die was grad betäubt sind. Ah, stimmt. Da war was. Stimmt, stimmt, stimmt. So, jetzt guck ich mal. Na. Das sieht man direkt vom Weiden. Alles. Wie viel Torpusse haben. Ich kann sehen, um wie weit ich so. Überhaupt gar kein Schlüssel. Hier, Keulen hab ich auch gleich am Start. Komm, ich könnte kein... Nochmal Keulen draußen. Die Troppen sind nur gleich. Okay. Warte mal, Wetter. Maving gegen... Fiebern. Bist du jetzt noch an der Base? Ne, ne, ne. Ich bin jetzt gleich bei dir. Ich hoffe, ich bin jetzt nur zu weit... Zu weit geflogen. In der Nähe vom ersten Vulkan, bist du doch, oder? An diesem Zipfel. An dem Zipfel. An dem Zipfel. Okay. Dann... Müssten wir uns ja gleich sehen. Wir sind gerade gegen, aber irgendwie sehe ich dich nicht. Da bist du doch. Oh. Jetzt hier weiter hier raus, oder? Ja. Bist du... Kommst du hinher locker, oder? Mit dem Schnabel. Ja, da ohne bist du. Ja, ist schon schnell. Wie gesagt, Ausdauer und Schaden lasse ich jetzt. Ich würde gucken, dass ich wieder Punkte auf die Geschwindigkeit vergebe bei dem hier. Oder der ist mir doch einen Tick zu lahm. Ja, da vorne kommen sie dann gleich. Ja, wo bleibt er denn? Der schnelle Wiebern? Ich musste gerade unterwegs noch ein bisschen Fleisch aufsammeln. So. Ja, Fleisch brauche ich nicht so viel. Ich brauche Keulen. Ja, ja. Wie gesagt, ich brauche die auch noch. Ach so. Ja, ich brauche auch noch. Deswegen nehme ich jetzt... Ah, da sind sie doch. Warte mal. Warte, ich muss ja kurz nur die Ausdauer aufladen. Dann kann ich mir die gleich schnappen. Die Jungs. Ja, nice. So. Gucken wir mal. Oh, hab ich Frigate. Ah, jo. Ziehst du sie jetzt ins Wasser, oder was? Ne, obwohl die nicht. Ich dachte, sie sind mit dir beschäftigt. Schwierig. Überm Wasser. Na? Mann, was für ein beschissener Wendelkreis das Ding hat. Mhm. pass auf dass sie nicht in den strahl blick sonst ist ja 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 ich dachte doch du setzt sich einfach hin und weiß sie kaputt ja nee nee ich strahle richtig viel mehr schaden der ist echt op der strahle die müssten jetzt kommen ja die haben keulen ohne ende jetzt kann ich dir wollen kommen die haben echt viele keulen gehabt ich muss erst mal hier den scheiß wochen den scheiß auch mal raus das war alles an kohlen war die hier nicht zu dritt ich habe jetzt nur die zwei x hin ich meine dass wir in drei jahr druck gewesen was jetzt fleisch auch mit raus normales gleich brauche ich auch ein bisschen ach so ne habe ich nicht sicherheitshalber heute nicht schlecht werden dass man ganz kurz da ich glaubt ihr mal jetzt 26 26 nimm dir ruhig mit ich habe ich habe mal hat sie rüber geschoben hier steckt ihr die mal ein und das geht jetzt ich fliege jetzt noch mal am standen bank weil ich brauche auch noch hier deswegen dass wir damit ich auch so viel wird hier springt so ein anerding die so viel rum mit der neutrale die heißt ja da wird 60 gegen so ein terry oh ja da hat auch keulen gegeben gleich weiß ich unterschätze es immer wie viel pumped da rein steckt in dem strahl r spirit die gt die gt die gt woher kenne ich das die melodie und okay daher ja okay ja der fertige gott haben selig so ein hei haben wir schon mal level 29 da müsste es genug keulen drin haben jetzt muss ich gerade mal gucken meiner scheint wieder zu sein ich bin vom gewicht her glaube ich jetzt glaube ich schon fast überladen damit es nutzt nichts ich muss den auf geschwindigkeit drin das ist das ist so nix es ist schon wieder leer apropos jetzt ist meiner wieder kalt so also dann geht es dann gleich wieder los tauchgang die zweite auf qualen achten ja aber da musst du ich habe das ich habe die echtes gesehen schon so im letzten moment so du sagst nur qualen ich mir täglich gucke mich um da was zu spät habe ich schon die ersten strom stromstöße kassiert was wundert mich jetzt ist noch weggekommen bin und der eine mal hingucken müssen ob das hatte noch da ist ja wie denn diese miss vier haben den doch hier um singe ich denke schon der verfällt ja nicht gleich oder du bleibst eine halbe stunde eine halbe stunde oder wenn ja vielleicht ja wenn du doch weiß wo die gleiche lag wie sie wie sie wir waren ja jetzt schon ein stück weiter draußen und ja das war wir sind von deiner base darunter die 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 aus aus kerbe da die die auch münchen die buchte einfach runter da genau diese aus kerbung da und dann dann war es da ja schon na man na 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 was macht er denn da immer blödes hat schon guten verbrauch das mann so schnell oder so schnell hat er drei kilometer zurückgelegt ich glaube das nicht tatsächlich der halt die komplette dinge auch im heranwachsenen links das ist echt krass die haben gleich volle leben hat nur noch 96 da siehst du der wer mehr verhungert das hat mit hingehauen ja 28 prozent ja das ist schon gut dass ich jetzt noch mal hier runter und die quallen ist noch schön da bei der leiche nein ich glaube das ja nicht sitzen die noch da unten oder ja ja hier aber ich kann da schnell reden meinst du der strahlreichstab ist runter zack zack komit 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 ich hab den sattel ich hab den sattel ist jetzt mit dem schnabelt hier darunter oder und wieder zurück so vier kilometer dreieinhalb kilometer jetzt bis zu dem ding müssen wir normalerweise sieht man zählen dann könnten ausrechnen wie viel km h das ding drauf hat ungefähr so bernalke wieder 21 das ist echt krass das ist jetzt gedacht hier also die mutter ist für die aktion wirklich und schlecht das heißt hier wenn die nahrung abgelaufen ist einfach die geburt sind stelle und den rest machen lassen krass so 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 drei kilometer in 42 sekunden ist nicht schlecht geht würde ich sagen das ist aber immer noch voll okay so 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 hier ist es noch langsam unterwegs ich bin ja hier oben ein alpha Ich bin ja hier oben ein alpha da oben ist ein alpha irgendwo genau wie der über unsere base oooOh gar ned gut alpha t-rex jetzt sieht man ja natürlich auch tatsächlich da oben ich sehe nichts ganz schlecht ich packe in den bäumen jetzt müsstest du den alpha auch gleich hören ich sehe den nicht mehr das ist echt kaum fliegst ein stück höher ist vorbei ist rabe schwarz stockduster naja so du bist stehst du theoretisch müsste ich doch das dinge hier auch verfahren gehen lassen können oder stehst du diesen komischen der metall farm normal wie war das ja das gucken wir mal auf verhalten verhalten niedrigste was war das und dann haben wir gesagt aktivieren oder komm raus mach mich da nicht wahnsinnig komm doch mal raus komm 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 So. Okay. Also ich hatte jetzt bei den drei Kilometern eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 255 kmh. Hast du gehört? Hast du das ausgerechnet jetzt oder was? Ja, ja. Das geht noch schneller auf jeden Fall. Oh, jetzt hat er das gleich gedroppt. Also da weißt du, dass der Logammer Spitzen von bestimmt 400 kmh hat. 350. 400 kmh das Ding. Das ist schon krass. Weiter mal. Wie schnell ist ein Maving? Ja, krass, wenn es irgendwo stehen würde. Also, der ist jetzt bei 89,7. Dauert nicht mehr lang. Die Wutze hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie so viel Fleisch verkifft. Oh mein Gott. Passt schon. Wir können wieder losziehen. Alles klar, bin dabei. Ich habe noch die Ausrüstung habe ich noch einstecken. Oh, so. Okay. Ich wollte gerade mal den Archie. Und pfeif den Drachen mal auf den Archie. Bis der den hier im Blick hat. Der Archie ist ja auf den anderen noch gefügt. Ja, perfekt. Dann kann ich so beide abschweren lassen. Sieht gut aus. Scheiße, dass das Vieh kein Zwei-Sitzer ist. Ja, das ärgert mich jetzt echt. Ja, ja. Aber jetzt greift der den nicht an. Greift der jetzt die Schildkröte an. Der Drache auch. Mann, sind die Tiere doof. Na gut, egal. So, was machen wir? Da hier. Ich sehe nichts. Ah, okay, warte mal. Habe ich? Äh, zum Satteln ausrüsten. Oh, warte mal ganz kurz. Na, kam Schaden. Gesundheit. Äh, ich muss kurz mal auftauchen. Steht so. Ich habe mir beinahe abgesoffen. Äh, Sattel liegt ja auch hier irgendwo. Willst du wirklich mit dem losziehen, ja? Mit wem? Hast du schon mal das Level angeguckt? Ja, Level 31 ist halt ein No-Bob. Nee, dann nehmen wir lieber den hier mit in. Findet es auch noch lustig? Ich finde es überhaupt nicht lustig. Ich werde dann, ohne was er zerlegt und der hier, der lacht sich ins Häuschen. Alter, Alter, echt unglaublich. Oh, guck mal, da habe ich gezähmt. Darf ich doch lachen? Komm. Aber hier, du musst mich heute verarschen. Warte mal ganz kurz. Das war nur lustig, dass du wirklich mit so einem Lobob lustig willst, kannst du halt voll vergessen. Wieso? Solange ich den Fieser fortschwimmen kann, ist alles in Ordnung. Der hat kaum Ausdauer. Was meinst du, wie schnell dir da die Buste ausgeht? Du musst ihn ja auch ein bisschen auf Geschwindigkeit leveln. Okay. Ich habe da jetzt keine Ahnung mehr, wie schnell man den machen muss, dass man da... Komm, ich tauche dir mal hierher. Im Endeffekt kannst du die ganzen Fische hier platt machen. Das ist alles, was hier so rumspürt. Na? Und das gibt Level, oder was? Ja, freilich. Das ist ja fast hier wie mit dem Drache. Die viel hier da. Ups. Ja. Das ist halt... Ja. Wie soll ich sagen? Wenn man bei dem Stamm wären, würde es schneller gehen. Oh, man sollte halt auch das Atemgerät anziehen. Verdammt. Na komm. Was ist denn da jetzt überhaupt der Unterschied nochmal? Mit Maske oder ohne Maske? Das habe ich auch nicht so ganz geschnallt. Weil ohne Maske siehst du genauso gut wie mit Maske. Vielleicht macht sich das jetzt tiefer bemerkbar? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wohl für den Arsch die Maske. Frag mal in die Zuschauerrunde. Vielleicht kannst du ja ein oder andere dir sagen. Es ist nicht so verschwommen, sagt die Mauer. Ich finde, also ich sehe da jetzt keinen Unterschied irgendwie. Also wenn ich die abziehe, sehe ich genauso klar wie ohne. Also wie mit Zorbo. Das ist halt das, was mich so ein bisschen entschlutzig macht. Ich sehe da keinen Unterschied. Warte mal. Absolut nicht. Ne. Na ja, komm mit, Madden. Ach, du hast dann diesen Welleneffekt nicht. Jetzt hast du so ohne Maske, hast du so einen leichten Welleneffekt. Verzerrtes Bild. Das habe ich aber mit auch, oder? Warte mal ganz kurz. Ja, das siehst du, wenn du auf das Riff guckst, siehst du das halt ziemlich gut. Ja, das habe ich aber mit Maske auch. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, ich ziehe sie wieder aus. Ich sehe es gerade. Das ist ja totaler Quatsch. Ja, ich dachte eben gerade, das wäre dann weg. Keine Stieren, das ist nicht tolle, aber es ist vor... Ich sehe da echt absoluten Null-Unterschied. Null. Ja. Was habe ich denn jetzt... Ach, jetzt muss ich wieder zurück. Wieso? Ach, weil ich meine Metallrüstung jetzt wieder dabei habe. Die ist so schwer. Dein Biber hier, der dreht hier am Rad, ne? Ich glaube mal, ob der Holz gesammelt hat. Wüsste wieder einiges im Inventar haben. Wenn der im Wasser im Kreis stimmt, hat er die Käfer holz im Inventar. Doch, hat er vorhin auch gehabt. Das war ja das, was strange war. Ich dachte mir, der ist doch gar nicht an Land, wo er hatte das Holz aber anscheinend. Sammelt er, keine Ahnung, frag mich nicht wie. Okay, ich sollte nichts mehr einsammeln. So, haben wir das gemacht. Also gut. Let's go. Bewegungsgeschwindigkeit mal. Äh, jetzt muss ich mal gucken, wo ich dich wieder bin. Ah, da. Meine ich. Mein Gude. Ah, da bist du ja auch mal. Okay. So, und Ausdauer lädst du auf, indem du kein Shift mehr drückst, ne? Und normal schwimmst einfach. Und dann lädt er die auf, ja? Ja, ja. Wie viel schneller bin ich denn schon als du? Nicht wirklich viel, ne? Na ja, doch schon ein Stück. Auf was hast du es jetzt? Äh, was hab ich denn jetzt? Äh, 104. Ja, 108. Und ein 20er High. Da kommt ein 20er High. Also jeder ein. Perfekt. Und noch einer. Und noch einer. Was ist das für einer? Weiß ich nicht. Kann man gleich merken. Der ist auf jeden Fall ein höheres Level. Aber die stecken einiges weg, mein lieber Mann. Na, für Level. Oh, der ist hoch. Der hat ein hohes Level. Ich glaube, ich. 55, okay, doch nicht. So, da kommt der nächste. Oh, nee, oder? Ein 150er, weg da. Was? Das ist ein 150er? Das ist ein 150er. Den müssen wir, den müssen wir ja eigentlich zähmen. Alter. Hast du dein Stuff mitgenommen? Ich habe nämlich auch jetzt Crossbow und so einstecken. Ich habe Stuff dabei, ja. Äh, der steuert auf uns genau zu, gell? Gar nicht, gut. Ja, dann lass uns den nochmal hier besiehen. Der ist, der schrückt genau in so Richtung. Komm, lass uns den mal hier, bis hier rausziehen. Ja, also hier in Richtung Bucht, weißt du, der folgt uns immer noch, das ist gut. Was ist das denn, wenn ich jetzt hoch genug schwimme und dann hier die Armbrust auspacke? Warte mal, kann ich den hier mir folgen lassen? Ja, den kann ich mir folgen lassen. Okay, nice. Er kommt in meine Richtung, steht so. Okay, Hitmark. Oh, 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 oh. Mein lieber Mann. Mach den passiv. Oh, zu spät. Oh, okay. Oder du ne an Land. An Land. Keine Ahnung, wer das denn jetzt... Warte mal, ich lass den immer hier stehen. Ich pack den gerade mal hier. Also, ich hab den jetzt schon einige verpasst. Boah, der schaut auch noch gut aus, ey. Hitmark, nice. Die treffen sogar, steht so. Schee. Abwechselnd, dann haben wir gar nicht die beste Chance, dass er uns nicht zerlegt. Mein Mann ist auf dich fixiert, dann wird er auf mich. Na gut, mich kriegt er eh nicht. Ich bin zu schnell. Bei dir weiß ich nicht. Nee, mich kriegt er. Mich kriegt er. Definitiv. Oh, er hat gerade nach dir geschnappt. Oh. Ich bin hängen geblieben im Krieg. Oh, 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 oh. Jetzt beißt er mir gleich in den Arsch. Okay, jetzt hab ich ihn an dem Riff abgehängt. Oh, kein Hitmark. Das war schlecht. Jetzt wieder. Na, haut er schon ab? Ich glaube ja. Oder er verarscht uns. Ja, der verarscht uns. Der braucht noch ein bisschen. Der ist auf dich getriggert. Dann kann ich ihn von hin überarbeiten. Gut, gut, gut. Oh, ich glaube jetzt hau der Abschiedsor. Ja. Oh. Nein. Nein. Was war das jetzt, Liebes? Primi bin schlafen. Chicken sitzt auf dem Holzhäuschen. Ist neutral gestellt. Bitte wieder darauf achten. Gehe. Danke. Alles klar. Gut. Licht, Licht, Licht. Alles klar. Haust rein. Danke dir. Äh, fürs da sein. Und so. Nachti. Schlaf gut. So, jetzt heißt es eigentlich wieder, äh, ja. Da ist Fleisch. Hier, Fleisch ist genug drin, hier in dem da. Edelfleisch braucht man. Filet. Mal schauen. Edel, also hier ist normales Fleisch drin. Also du meinst hier wieder Dings, Keulen oder was? Ja. So. Das ist... Ah, da müssen wir die Keule mal so... Guck mal, wo wir... Tiere finden, die Keulen am Start haben. Äh, warte mal. So weit rausgeschwommen? Genau. Das ist ein kleines Stückchen. Gucken wir grad mal. Wo der Dracke ist. Ach, du hast nicht. Der Licht, der Licht für dich, ne? Was denn? Du musst die Keulen dann reintun. Wieso? Na, weil er für dich liegt. Ach so. Na ja, da muss ich erstmal gucken, wo ich was finde. Ja. Die Frage ist halt nur, ob wir den auch gleich wieder finden. Den findest du easy über... Du kannst den anzeigen lassen mit dem. Ah, über... Über ist auch... Äh, guck ich mir in Rechnung. Du hast den Tab und dann da oben auf... Äh, auf... Liste zu zähmende Tiere. Und dann kannst du ihn da anklicken. Na ja, nice. Nice. Warum kann ich das... Hier nicht entfernen? Das geht mir so... Auf die Nerven. Dass man das nicht einfach wegmachen kann. Diese blöden Pego-Mastax. Das geht mir auf die Nerven. Nach dir! Die Fragen ist jetzt, äh... Wie langt das Bayern 150er, gell? Mhm. Müssen wir natürlich gucken, ob wie lang die Betäubung hält. Der hält schon eine Weile. Und der ist... Der ist vorher... Das... Der ist haut schon hin. Lande mal. Auch den Drachen. Damit ich Gold besorgen kann. Oh, jetzt kommt... Das Vieh auch noch hinher. Glaubst du's? Das Problemkind. Komm her. Terroberzettler. Scheiße. Und... Jetzt gleich mal gucken, wann wir Keulen herkriegen. Ähm... Hm. So lange jetzt ist es da. So. Okay, ich bin unterwegs. So. Mhm. Alter. Die wird direkt eine Höhle entdeckt, die es aussieht. Oder Wasserhöhle oder was? Ja. Sag mal, diese... Tribes oder wie die heißen, die sind nicht Tribes, wie heißen diese, diese... Ach, ich komm nach den Namen. Mal gucken, wie die hießen. Die müssten doch auch Keulen abgeben. Okay, die geben wir nur Fleisch. Okay, passt hier nicht. Trikes? Ja, ja, die geben wir Fleisch. Ja. So. Wie viele Keulen hast du? Ich hab überhaupt keine Keulen. Ich hab nur Fleisch einstecken gerade. Aber... Okay, dann musst du... Warte mal. Äh... Kannst du ja nicht reinlegen. Warte mal. Nee. Nee, 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 du... Ich muss erst mal da hochlegen. Das ist dann auch... Du musst... Es ist dann wichtig, dass du erst die Keulen reinlegst, bevor du das Fleisch reinlegst. Ja, sonst isst du nämlich das Fleisch zuerst, wenn du das Fleisch reinlegst. Und wenn du Pech hast, ist dann die Betäubung gleich futsch, gell? Ah, hier, da. Nee, nee, aber es dauert halt dann länger und, äh, verliert eventuell Level. Ich mein, normalerweise passiert dann nicht viel. 150er, wenn du dann... Da isst du vielleicht ein, zwei Fleisch und den Rest dann keulen. Das haut dann auch noch hin. Aber, vom Prinzip her halt, ne? So, ich kann mal gucken, ob der hier vorhin hingibt. Ja, der hat Keulen gegeben. 14 Stück, nice. Wunderbar, ich komm zurück. Muss tatsächlich auf das Plateau fliegen. Krass. So. Der war nah, oder was? Ja. Komm, lande mal hier. Lande doch. Lande doch. Das ist unglaublich hier. So, ähm, Keulen. So, ähm, ins Wasser. So, jetzt musst du mir kurz mal... Auch gleich Lichter. Unterstützung geben. Oder ich kann mal zeige, wo der ist. Ah, hier vorne. Als erste Keulen, ne? Ja. So, bleib doch stehen. Ah, ich hab jetzt nur Keulen mitgenommen. Ja, das könnte knapp mehr. Ein bisschen Fleisch muss da, ne? Ehrlich, für den Notfall. Falls er die Keulen alle auf isst. Glaub's jetzt zwar nicht, dass der so viel Keulen braucht, aber... Wegen Sache. Erst Keulen und dann das Fleisch. Aber sonst, wenn er die Keulen aufgegessen hat, dann hat er nichts mehr zu essen drin. Dann verliert er mich an A-Level. Wenn du Pech hast. Das müsste reichen. Betäubung sieht noch gut aus. Ja, das schafft er locker. Dann machen wir jetzt gerade noch das restliche Fleisch da rein. Und wo es ist. Ja, passt. Da ist ex. Langt. Ist das ein Weib oder ein Männle? Äh, warte mal. Hab ich gar nicht dran. Das ist ein... Geschlecht. Ein Weibsch ist das. Ja, nice. Weil ich hab ein 145er Männle. Das ist ein 150er. Ah ja, wie gesagt, du kannst ja ein Haifisch-Bäcker da machen. Und schmeißen wir die da rein und gut ist. Ah ja. So, der ist dann bald soweit. Was hat der jetzt hier? Der ist ja schon bei 52%. Naja, der hat's mit Keulen. Der hat noch genug Keulen. 2, 4, 4, 4, 6, 8, 10, 11 Keulen hat er noch einstecken. Plus 2 Stacks Fleisch, das langt. Das langt dicke. Ja. Ah, das geht schnell. Was das ausmacht er ist, äh, mit normalen Fleisch braucht er 38 Minuten und mit Edelfleisch, also mit den Keulen, 13 Minuten. Ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Ja, ja. Deswegen. Ja, das hast du jetzt woran nachguckt? Bei Dodo Decks, oder was? Genau. Mit Lammfleisch braucht er 11 Minuten. Mit Lammfleisch. Boah, das ist dann heftig. Das musst du dann aber auch auf Tasche haben, weil... Dippt mal ein Name. Ja. Fisch ist... Mit rohen Fisch zum Beispiel braucht er 48 Minuten. Fisch ist immer das Schlechteste. Krass. Wobei er mit Prime-Fisch-Meat nur 17 Minuten braucht immerhin. Aber das wäre dann trotzdem besser als rohes Fleisch. Okay, also ist es gar nicht mal viel schlechter als die Keulen. Ja, aber da musst du ja wissen, wo du es findest. Oder wo es zu finden ist, weißt du? Also ich würde da wahrscheinlich... Kriegst du von die Haie, wenn das mit der Pickaxe abbaust. Mit der Pickaxe ohne... Okay. Ja. Also nicht mit der normalen Axt, sondern wir reden hier von der Pickaxe. Hier von der normalerweise stark... Okay. Ja, gut, ich weiß nicht, ob du es mit der normalen Axt auch rauskriegst. Aber Pickaxe ist halt immer für Fleisch. Bei den Tieren. Für besseren Fleischabbau. Und mit der normalen Axt baust du mehr Leder und Chitin und so ab. Aha, okay. Das wusste ich auch noch nicht. Okay. Dann macht es doch Sinn, den, wenn der gleich wach ist, den in die Kryo Kapsel zu stecken, oder? Ja. Und dann mitgeben und dann tust du das Ding einfach in den Teich bei dir oben. Weißt du, was ich meine? Ja. Das machen wir so. Ja, gut, in den Teich bei mir... Ja, den gebe ich dann einfach... Da ist gleich soweit. Ah ja, dann machen wir das. Oh Gott, ich sauch ab. Ich sauch ab. Ich idiot. Hab die Taucherflaschen nicht angelegt. Was mache ich dann? Boah. 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 ich lege mal hier die dauerflasche an und das ist sonst nichts ich will nur noch einen kaffee ja was ist denn hier mit der ausdauer wenn ich am ding an seinem riff lebt sich dann die ausdauer auch auf dem boden auf dem grund stehen meine ich musste schon wirklich irgendwo stehen oder man oder auch im tier sitzen wahrscheinlich genau okay ich sehe schon mal bis gleich alles klar also nutzt alles nichts trotzdem zum high 82 okay dann kommen wir mit das hat jetzt alle der hat schon 216 das ist doch krank 216 ok ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 bekommen aber jetzt heißt daumen drücken wieso ich hab ich probier es mal wieder mein tabak ist jetzt leer und ich hab's auch wenn der jetzt leer ist das so ist noch mal aufzuhören ja du ich hab es ein jahr geschafft das war okay aber kommen die ja wohl nice ja es schafft ja aber durch den stress da wo der arbeit und so das war halt alles scheiße hätte ich gesagt moinig moin zusammen und sie bekommen level in der kapsel jawohl das ist das meinte ich ja dann lass mich doch gerade mal den drachen zurückgehen dann nicht ein nacht aktiver ist doch was oder man normalerweise müsste ich die grüe kapsel jetzt erst in meinen genau macht das meine pool oben in den teich das würde ich auf jeden fall machen sehe ich dann erst mal ich tue jetzt dass man da in meinen in meinem mädchen er vergisst dann hi-fi nicht habe ich doch ich habe den gerufen der kommt nicht ganz vergessen was wieder kommt nicht ich hab dir noch gar nicht für größte blöd wenn du fliegst kommt da kommt nicht hinterher das takt anscheinend ja ja das geht nicht das funktioniert nicht wenn du fliegst so jetzt das takt an dem felsen oh man nee nee der stakt weil du fliegst der der folgt dir nicht wenn du fliegst okay weil der will dann nach oben schwimmen besser sondern durch die grüe kapsel hier mit dem hai erst mal hier rein und dann wieder zurück da 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 der ist auf grund gelaufen das ist ja ein brocken was ist mit dem los hier jetzt ist er wieder am grund muss ich extra ein anderer weg suche hier damit er nicht auf grund läuft ja was soll man machen wenn krank zu hause ja dann gute besserung ich hoffe kein corona so dann jetzt würde ich sagen tauchgang die dritte ja ich muss den gerade mal hier abhalten und mal auf den vogel greifen besser gesagt auf den archi und dann können wir gerade nochmal checken was das schwein hier macht danke danke nein das habe ich hinter mir aber spätfolgen davon leider okay das könnt sogar hinauern ja das reicht ja wir haben es vor ein paar wochen hinter uns zum ersten mal vor ein paar wochen aber zum glück alles gut überstanden relativ relativ milde verlaufen bis auf so zwei tage die waren die waren schon krass so zwei drei tage ja ging es mir echt beschissen aber ansonsten alles gut aber ich hatte kein schnupfen kein husten schüttelfrost schüttelfrost hitze wallung was habt ihr denn wenn man fragen darf wir wollen jetzt einfach ein bisschen tauchen gehen dass wir ja weil hier mein mate der hat überhaupt noch nie noch nie die unterwasserwelt gesehen das wollte man auf die island schon machen da kam aber ich mir nicht dazu und jetzt machen man soll auf lost island allerdings haben wir auch noch also wir haben cluster mit zwischen lost island und der island und also wir haben noch beiden zu hören also einen konnte ich ja auch noch nicht wirklich erkunden ja aber wir hatten der arbeit muss man dazu sagen wir haben auch da drüben noch gezähmt die tiere gehabt nehmen wir jetzt hier rüber geholt ja aber das passt schon so weil die unterwasserwelt hier die kenne ich halt auch noch nicht der island kenne ich halt schon sehr gut sogar da bin ich jetzt mal gespannt was hier geht so atem dingsbums an ach so die brille nicht die brille nicht einmal gesagt nö 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 so auf ein neues auf geht aber aufpassen bei der lost island viele alle und weil ja wir haben ich habe bestimmt zwei drei stunden vorbereitung gemacht also sachen zum zähmen gekräftet der atem der atem ausrüstung und alles na und dann halt noch haie gesucht und gezähmt dann sind wir los geschwommen zu zweit erste tour tauchgang zack sind die runter haben haie getötet und dann haben wir und und haben nicht gemerkt da hier die blöden quallen die haben dann schon den ersten high von uns getötet zwar natürlich ja wir haben nicht kommen sind die waren auf einmal da also mit den ruhig erst ruhig erst auf geschwindigkeitsgillen oder unten sehste schon unten links sind welche da ist ein haichen ja wir haben auch hier ein highlight zwei stück im schlepptau gerade 22 90er oder ist auch auf dich fixiert ja und jetzt haben wir jetzt leider nur allianz das heißt ja leveln ist halt jetzt leider nicht so toll aber was soll es außerdem sehen wir die unterwasserwelt so dann gönnt du dir den hat er ist gleich im arsch oh jetzt bin ich zu schwer ja das geht schnell aber das sind auch die viecher unterwegs mit dem langen hals und diese ja 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 aber besser psscht ue jetzt hätte ich spider vorgelesen hier als krieg ich sage ich hier in dem high fest das glaube ich heute nicht weil nicht ich will nichts ich will nichts bitte nicht spoilern und so ne vonsicht nichts spoilern und ja ich habe das level jetzt von den vielen gesehen das hier hat er das 145 jetzt legt mich durch am marschall da kommt noch eine dazu steht zu dem muss übernehmen hat mir den einmal von der pfelle damit der mir nicht hinten in die flosse beißt einfach truf alle das könnten zwei ruhe seien okay der eine ist down was war der andere verleveln ich habe jetzt noch nichts oder nicht darauf geachtet also kann ich dir ehrlich gesagt eine zahre okay bin ruhig habe jetzt aber auch nichts gekriegt irgendwie level technisch ja gut zwei level habe ich okay jetzt bin ich schon 116 bewegungsgeschwindigkeit das ist doch schon mal gut so weiter geht's ja jetzt muss man noch ein bisschen an der oberfläche bis man ein bisschen schneller sind und wenn alpha high kommt oder irgendwas anderes dann in der tippe und uns in qualen obacht wer ist der schwede alter schwede jetzt habe ich natürlich mal pik achsen dabei na guck das sind ölsteine zum beispiel da kannst du da kannst du richtig gut öl abbauen okay so heichen level 20 level 85 und level 55 ich passe mal ein bisschen auf dass der kai quallen kommen das ist einfach zu schnell okay das zeug wieder mal drogen ja ouch machten die die machen ouch achst du mal auf geschwindigkeit hast du gemeint gell ja soo 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 .. warum geh dir den ich mit einem sarko runter in die tiefsee ohja wollen wir halt jetzt mitte haie wollten ne sarko sagt uja absolut nix äh krokodil ähhh ehhhh wie viele haie hier sind ich seh keinen level von denen hat aua gemacht was war das für ein level guckst du da immer mit dem feindblast drauf oder was vorher ja aber manchmal wird dann wenn sie dann gekillt hat dann ploppt sie immer auf da guck ich da immer alter jetzt wird es aber heftig tun muss jetzt müssen wir ein bisschen weg mit den einmal level 50 ja down so hinten kommt okay ich bin gleich staun ich muss ja 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 sag ich ja weg 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 dann meine ich auch weg das ist so ein bisschen heftig da hier gesehen es war ein riesen schwamm bekamen die dann auf einmal alle vier fünf stück auf einen schlaf 1 2 3 4 5 ja ich sehe schon gesundheit haben die mir ziemlich zugesetzt hier was jetzt los schon gut ok passt die sind immer noch hinter uns her ist ja ja wir hätten uns auch delphine holen können mit delphine bist du halt auch da bist du halt voll schnell unterwegs na wenn ich dich auf speedlevels brrrr ist geil 1 1 2 3 4 5 6 stück waren das ey boah ich hab nur das system hier was zu essen gehabt ok jetzt gucken wir nochmal 45 85 20 ich hab nur noch half life ist heftig wie immer mein glück hast du dir jetzt alle auf einmal angehabst oder was ja einer ist schon mal dauerung der schwimmt aber immer noch hier weg haben wir sagen ja auffressen bringt auch noch mal ein bisschen xp ne ok da muss man zwar dann nicht mehr trocken ich weiß nervig aber es bringt halt xp ne ich habe sie jetzt liegen lassen da hinten liegt noch einer so jetzt bin ich 120 machen wir denn machen wir nochmal live oder machen wir ne wir machen jetzt erstmal schaden so da kommen nochmal zwei 55 oder linke ist 100 was level 100 einer 55 ist jetzt beide schon attackiert ja ich sehe es ja ja wie viele haie hier gibt man hinten sind schon wieder zwei what the heck noch was anderes oder hoffentlich zerlegen sonst nicht naja das passiert schnell haie sind jetzt so haie sind jetzt nicht die besten tiere haie sind schon wieder welche im anmarsch siehst du es hinter uns glaube ich ich darf hier nicht spoilern ja hat man hier wenigstens hier leben bisschen hochpushen ja naja grad gesundheit ist halt ein besserer sattel wäre schon viel wert für die haie eh wäre schon echt viel wert oh ich überlege gerade so mal habe ich da nicht ne ich habe glaube ich geguckt ob ich einen baublan daheim habe ich habe glaube ich keinen kann man hier mehr schutz haben oder was ja das macht viel aus oh da müsste man schon fast zurück zu eulich wimmen ey ja weil das dauert das dauert definitiv zu lang ich habe immer noch half life das ist echt krass ja da unten ist dann noch einer was hat der für ein level oh da kommt noch einer da kommt noch einer der sieht gefährlich aus naja solange es kein alpha heißt alles gut ja 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 oh da unten kommt noch einer wir kriegen wir kriegen gesellschaft ist nur ein 25er ein bisschen low natürlich auch nicht verkehrt wenn man hier die low die low viecher hier ein bisschen weiß die pilze die dinge hier lassen sich abbauen doll ist ja weg jo ok ich muss gerade mal ein bisschen stuff droppen bin mir da zu schwer so ich kann mal auf die map gucken ey ich bin gerade lost so gehen wir halt noch mal zurück ja mit der eule die hochhallen geht schneller so isst du dich dumm und dämlich und es dauert extrem lange auch da unten ja aber gut wenn du sie siehst ist ja kein problem ja dann geht es ja ja auf jeden fall wenn es mit den haien nichts wird dann besuchen wir uns einfach krokodile die haben wir leichter gezähmt was der vorteil bei den krokodilen mehr damage oder was die sind auf jeden fall die machen auf jeden fall mehr schaden ja und äh sind ein bisschen flotter so liegen in der bucht immer noch die toten haben tatsächlich ah nee ich hätte den beinahe das ist ein level 31 ach das war der logo so mit dem jetzt stellst du dich neben mir wieder am high weißt du was du da jetzt machst warte mal stell dich mal da genau neben mir hier ich bin aufgrund aufgrund gelaufen hier meinst du äh atemmaske aus oh die erste atemmaske ist schon fast weg warte mal ich wollte gerade mal hier die eule äh ja guck mal du könntest jetzt zum beispiel hier kurz vorm vor meinem high äh ein zwei fundamente hinsetzen dann kannst du dich da nämlich schön draufsetzen wieder äh hat aber nicht funktioniert da zeigt er mir rot an das war ja der die idee eigentlich gewesen dass ich da noch ein paar fundamente reinbläse ich konnte nur bis zu einer gewissen stelle bauen und dann war Schluss hab ich auch nicht so ganz geschnallt ja vielleicht warst du zu weit beim ikim drüben ne hier auf der seite guck mal hier hinten habe ich es ja auch versucht guck mal da siehst du schon da an der kante war dann schon wieder rot deswegen habe ich da so ein eck drin siehst du da hinten auch was ach so ja 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 das ist wegen der höhe das ist wieder was anderes das mit s plus wäre das gegangen aber das ist das ist wurscht hier einfach ins freie kannst du kannst du welche setzen das ist nicht das problem das ist weil die hier an weil die hier ähm ansnippen ne weil die an den anderen fundamenten ansnippen wollen aber das ist dann schon zu tief und deswegen geht es nicht aber wenn du die jetzt einfach so dahin setzt das geht ja lass mich da gerade nochmal hier hin und man kann von den zarkos aus schießen mit bogen ja das ist natürlich auch ein vorteil guck mal hier kannst du den hier in das stück hier ist ein bisschen tiefer da rein genau da die stelle war nicht perfekt ne guck mal mit die stelle war nicht perfekt die stelle war nicht perfekt da musst du nicht so rum dings man muss erst welche kräftenschutzung ja das ist so gleich passiert oder ne leider nicht da musst du nur eins so 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 ja jop oder jop oder Was sagt die Leben? Gleich full. Ja. Full. Ich hole den anderen. Das ist krass. Dass das so wie der Eude so schnell geht. 3.000 von 4.000. Wo siehst du das? Siehst du die Lebensanzeige? Fernglas. Ah, okay. Und voll. Ja, das sieht gut aus. Ja, auf ein neues. So. Sparen wir uns noch ein bisschen Atemluft. Guck mal, da mal runtertauchen wir denn. Was, wo runter? Genau da, unter mir da ging es in... Ich hab dich grad verloren, warte mal. Rechts. Genau da unter mir... War ein Höhlen-Eingang oder sowas. Weißt du, ob es eine richtige Höhle ist oder nur so ein Durchgang? Höhle ist halt immer gefährlich, aber wir gucken jetzt einfach mal. Oder? Ja, ich sollte mir grad mal vielleicht meinen... Tauberanzug anlegen. Oh, Tim. Ja, meinst du die mit den leuchtenden Kristallen, mit den lilan? Ja, bist du schon runter oder was? Jaja, ich such dich grad. Ich war oben an der Oberfläche. Okay. Warte mal, ich komm jetzt... Bist du da jetzt rein? Jaja. Bist du hin? Links, rechts? Rechts. Aber passt für auf, das sind halt so... Höhlen sind oft voll mit Quallen, ey. Ja, okay. Da kommt man einfach nur durchschwimmen. Okay. Dann gehen wir nochmal zurück und gehen nochmal rechts rein. Gucken, wo das hinführt. Okay, wenn du rechts rein hast, dann meint. Okay. Bist du? Ja, ich folg dir. Ach, da meinst du? Hm, okay. Oh, guck da unten, da gibt's... Da kannst du zum Beispiel Perlen farmen. Guck, da unten sind ganz, ganz viele Perlen. Siehst du das? Ja. Aber hier ist kein Gegner, ne? Weit und breit, oder? Ich hab noch nichts gesehen, jetzt. Ey, da nehme ich die Perlen jetzt mit. Wenn da schon kein Gegner sind. Ich denke, die Kristalle kann man hier bestimmt auch abbauen. Weiß es nicht. Kaputt beiße Banden, ey. Ne, leider nicht. Was mit der Pflanze hier? Und das waren jetzt, uff, 711 Perlen, ey. Boah, geil. Hier unten geht's weiter. Okay. Hab dich verloren? Ja, ich bin hier immer noch. Hier ist ja noch mehr Perlen. Warte mal. Komm noch mal zurück. Ja. Ich weiß nicht. Ich muss kurz mal auftauchen, sonst... Sonst finden wir uns nicht. Das ist ein reines Labyrinth. Hinter dir, hinter dir bin ich. Ah, da. So, kannst du auch ein paar Perlen mitnehmen, wenn du willst. Die brauchst du später für... Ich hab jetzt nichts am Abbau dabei, ich stehe zu. Ne, ne, die hebst du einfach mit E auf. Ach so, okay. Wird es gerade dunkel, oder täuscht mich das? Keine Ahnung, ne, unter Wasser ist eh dunkel. Nimm dir ruhig mit, die brauchst du später, äh, die brauchst du, um Elektronik herzustellen im Fabrikator. Ja, ich seh sie halt nicht im Dunkeln. Doch, die leuchten doch. Äh, die leuchten... Oh, meine Dings ist gerade kaputt gegangen. Ja, wenn ich näher dran geh, wenn sie schwarz... Warte mal ganz kurz. Meine Sauerstofffleisch hat sich gerade verabschiedet. Ja. Jetzt. Da vorne ist da noch welche, ne? Ich jede auch noch mit. Was ist jetzt los? Jetzt bin ich zu schwer. Kann er nicht? Jetzt bin ich zu schwer. Fuck. Oh, ich auch. Loll. Ähm. Oh, das waren schwarze Perlen. Ja, die schwarzen Perlen sind ein bisschen schwerer. Ich mach mal halbieren. Ich weiß nicht, wofür ist das Stapel halbieren. Und dann droppe ich die mal. Bringt nix. Ich bin definitiv zu schwer. Wenn ich jetzt auf den High... Steig mal, guck mal, was der sagt. Ja, der bewegt sich in Zeitlupe. Ja, ich kann den Kram nicht mitnehmen. Nee, die schwarzen Perlen kannst du wegschmeißen bei denen. Die brauchst du nicht unbedingt jetzt. Das ist... Nee, das... Die schwarzen... Die weißen wiegen ja nix. Also nicht viel. Die schwarzen kannst du wegschmeißen. Also meine erste Sauerstofffläche ist... Äh... Futsch, ja? Ja, ja, das ist ausgestellt. Gamma ist was für Noobs. Was ist Gamma? Naja, wenn es dunkel ist, dann... Stellt man normal das Gamma hoch, dass man halt wieder was sieht. Ah. Aber das ist scheaten im Endeffekt, deswegen... Wir waren da komplett ohne... Ohne irgendwelche großen Hilfen. Wir wollen ja schon ein bisschen eine Herausforderung haben. Und das Spiel auch genießen. In voller Pracht. Deswegen halt auch mal mit den Haien. Ne, und nicht immer gerade das Einfachste oder... Das, was jeder macht, ne? So, wir können jetzt ruhig mal kurz auch mal weiter raus. Und mal kurz in die Tiefe, weil wir waren ja jetzt noch gar nicht im offenen Meer. Jetzt muss ich noch mal kurz mein Atemgerät... Du musst halt jetzt aufpassen, weil dann... Ne? Weil du jetzt nur noch eins hast. Ja. Weil ich habe jetzt zum Beispiel eins, das ist jetzt fast kaputt. Und hab dann das andere. Dass ich dann im Notfall nochmal... Wenn das leer ist... Oh. Jetzt muss ich das an... Ja, genau. Meins ist schon futsch, deswegen. Wenn das auch futsch geht, muss ich halt auftauchen. Genau. Boah, den noch langsam. Achtung. Achtung, rechts. Und... Oh, hier ist eine Wand. Oh, fuck. Ende. Hier ist eine Wand. hier ist in der gelände okay das ist schon ganz draußen dass uns mal auftauchen dann sehen wir das ist hier das ist der mepprand anstatt dass es wie bei rustic wie lösen dass da wenn der irgendwann weit genug ausschließt dass dann irgendwie strahlung kriegs kaputt geht blockiert mit so einer wand nicht regelmäßig raus ins offene meer also ich will ja nicht durch die durch die algen will ich nicht durch weil da wenn quallen sind die siehst du dann schlecht auf die map schieben wo wir hier genau sind okay hier geht es aber nicht tief 60er 20er hast du ja noch mal perlen aber jetzt scheiße ich mal auf die perlen okay hier geht es nicht tief ist dann bestimmt woanders wo es tief geht wir gehen jetzt einfach mal da noch ich hatte gerade standbild siehst du mich noch ja 0 dazu sage ich jetzt nicht es gibt ja das spiel vor ja also standard standard mäßig ist gamma ausgeschalten und ob das jetzt das spiel vor geht es gibt auch spiele die geben vor du kannst den cheat modus aktivieren deswegen nutze ich den ja trotzdem nicht links quallen auf office kannst du auch nicht gamma benutzen ja also das spiel gibt auch vor dass ich einstellen kann dass ich unbesiegbar bin im endeffekt und kann die dinos mit der faust töten gibt das spiel auch vor wenn ich es umstellen na gut dann was macht dann das macht dann genau achtung rechts sind die sind auch saugfällig die alle zitale oder aus oh ja ich sehe es gerade die haben die gerade funken tatsächlich alter die tief die schwimmen mehr in der ja 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 gibt gas krass diesen hier geht es nicht hier geht es nicht so tief runter wie ich gedacht habe schade flott da muss man eine andere stelle finden die ausdauersparen ein bisschen ausdauersparen nämlich gerade die alle sind krass naja deswegen deswegen speed level ist es nicht verkehrt wir haben besuch ja 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 die hängen ab das ist nicht das problem da sind einstellungen dinge halt ja ja genauso wie wir halt nicht großer spiel verändernde mods nutzen wie es bloß oder so halt gerade weil das kalt ja komplett sind spiel geschehen ein ich meine das haupt game noch gar nicht erkundet oder entdeckt und dann kommt ich weiß okay also hier ist gerade ein bisschen enttäuschend ist ganz schön klar gut aber das meer ist ja groß ne alpha high wir müssen weg oh shit ich weiß nicht was wir sind schon schnell genug dass ich von dem nicht beißen mit dem ich glaube wir sind schnell genug gott sei dank ja da hängt mir aber hinten dran ja ich bin grad waren aber macht nix wir sind schnell genug das ist schon mal gut deswegen zum beispiel das ist nur ein grund auf speed zu leveln könnte man hier orientieren wo wir hier sind okay siehst du den noch oder haben wir den abgehängt ich glaube da kommt noch da kommt noch rechts von dir naja das ist ja ganz schön hartnäckig ich muss ausdauer kurz mal danken also wir benutzen es bloß und ckf aber aus deinem grund nur weil wir einfach gerne bauen und da hast du halt bei den mods am meisten spaß ja ich baue auch sehr gerne und spiel hauptsächlich auch wie ich am bauen arg tatsächlich also gegen baumots an sich ist nichts einzuwenden nur s plus ist halt uns jetzt gerade ich habe schon viel mit s plus gespielt na so ist nicht dass das ist jetzt nicht das ding wenn ich viel bau dann ist es bloß auch echt gut aber da wir hier viele anfänger haben haben wir s plus weggelassen und machen halt wirklich nur so baumots reine baumots drauf s plus ist halt doch sehr spielverändernd wenn du das alles nutzt was es hat und das finde ich also s plus kann ich für anfänger halt einfach nicht empfehlen na man soll sonst weiß man die mod gar nicht zu schätzen s plus ist geil wenn man schon das spiel gut gut gesucht hat sage ich mal dann ist man froh wenn man es bloß man nutzen kann aber wie gesagt als anfänger wenn man als anfänger mit s plus direkt anfängt weiß man es bloß gar nicht zu schätzen ist einfach so wir haben jetzt gerade mal fünf oder sechs teil hinter uns das wird als mehr bist du noch bist du noch an mir dran ja ich muss kurz ausdauer auf tanken aber ich muss mal kurz nach meinem atemgerät gucken halb fast okay also ich habe hier lauter haie aber dich sehe ich mich nicht ich bin unter dir ach du scheiße ach du heilige wald was hier ist ja voll krass hier mit die haie quallen voraus guck mal 1 2 4 5 6 7 schon wieder 7 8 9 guck mal hinter dich ja ja fünf stück haben wir im schlepptau gerade ja ja ach du scheidengleister können wir die nicht in die qualen triggern ne weißt du was ich mein glaube ich kaum ja ja ne ne das sind schon wieder zwei stück links dass sie die kratzer legen und gut ist echt krass ja ja das finde ich auch vollkommen in ordnung was benutzt ihr dann für baumots wenn man fangen aktuell noch nur die die castle keeps and forts und ecos garden dekor aber wir einfach nur um uns noch ein bisschen zu uns einfach mal zu testen und blablabla wie es läuft der server weil wir wollen halt wir legen halt viel wert darauf dass der server keine performance frist verliert und tasten uns da langsam noch ran da werden wohl noch die ein oder andere baumot werden wir noch dazu holen da schaue ich noch mal durch was da auch mit dem guck 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 was ist denn das gläser sauer ganz gefährlich was die schildgrößen zeit ne ungeheuer von lochness ist das praktisch okay sahen aber jetzt nicht so gefährlich aus die sind doch relativ gefährlich tatsächlich und die kannst du wenn du zähmst auf den alpha alpha über uns also ich bin gerade ausgeglichen die sind praktisch auch da kannst du auch eine platte plattform draufmachen okay die sind auch relativ groß und schnell aber wir sind schnell genug für die so jetzt hast du schon mal ein was größeres ziehen die bläschen sauer immerhin wo ist jetzt der alpha und muss der von level hat 20 ach du scheiße kommen wir da kommen 1 2 3 4 5 6 7 8 3 haben wir gerade mal schenken okay okay mit dem wir müssen dann wir haben nicht genug atemgeräte dabei ich merke schon ja wir haben auch momentan ziemlich viel hinter uns ja ja ckf ist halt sau teuer in den ressourcen ja in der tat so ist denn mein ausdauer eigentlich im arsch wieso fühlten sich mal ausdauer nicht auf oder einfach kommt ja das glaube das gleiche problem aber gerade immer tier reitet und fühlt sich die ausdauer auf ja dachte ich auch meine sich aber auch irgendwie komischerweise die ist wieder vorhin gesunken also ja durch durch dem wo wir die perlen auf gesammelt haben ja das sind wir selbst geschwommen also die die lädt sich tatsächlich nicht auf das ist schon krass auch da geht es noch bis siehst du mich noch ja das wollte ich sagen ja ist sau teuer das stimmt aber andererseits mein gottes ist halt agner farmen 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 dafür hast ja dann die farmtiere und so das ist halt einfach für mich ich habe so mein ich habe so mein maß gefunden wie mir spaß macht und so ist der server auch justiert und eingestellt und es ist nicht zu einfach es ist auch nicht zu schwer und du hast dann muss halt trotzdem noch ein bisschen was tun ein bisschen was ja du musst schon noch also jetzt für meine burg da oben da muss ich schon ordentlich farmen also für meine mauer außenrum muss dich schon ordentlich farmen aber das ist ja irgendwo halt auch der sinn des spiels na wenn jetzt alles zu leicht ist dann ist einfach zu schnell die luft raus wenn ich jetzt hier keine ahnung 10.000 das stext habe zum beispiel und und kann 100.000 metal farmen mitten am kilo und hau da drei steine um drei eisensteine und habe dann mein ganzes metal das ich brauche ist halt dann ganz schnell die luft raus klar wenn man jetzt so richtig krasse bau sachen vor hat ist es schon geil habe ich ja auch schon alles hinter mir aber ich wollte letzt mal lost island kenne ich noch nicht und ich wollte jetzt einfach auf lost island wieder richtig spielen und das was ich baue mir auch erfahren das soll ja auch eine herausforderung bleiben und nicht einfach die luft raus nach paar tagen ja gaming geschwindigkeit haben wir glaube ich mal fünf gemacht ja gaming haben wir mal fünf ich musste für meine burg muss sich 450.000 metal farmen ja das kann ich jetzt gar nicht sagen ich habe da ich achte auf sowas nicht ich farm einfach und farm einfach aber ich habe jetzt gerade mal ein kasten stehen einfach nur ein kasten und eine große schutzmauer halt außenrum nur mit einfachen wenden als es noch nicht bei weitem noch nicht fertig und da habe ich jetzt bestimmt also ich habe zu schwierig jetzt zu sagen 10 ja ich glaube so um die 60 80.000 80.000 denke ich mal metal ja das reicht nicht mehr also ich habe ich glaube die 100.000 metal habe ich schon überschritten habe ich jetzt schon überschritten aber dieser bei beim weiten noch nicht fertig also das gerade nur ein kasten halt eine schutzmauer außenrum die auch nicht schön ist einfach nur dass ich mein bisschen meine ruhe habe so was sagt jetzt hier mal ein bisschen tiefer nee nicht wirklich als ich hab's ich bin so der meinung lost of the island ging es tiefer runter oder täusche ich mich doch gerade oh darf man mitmachen also bei uns dauert ein tier level 150 eineinhalb stunden circa das ist das schöne an arg du kannst einfach geil bauen ja mit den richtigen mods wohlgemerkt na also die vanilla struktur die hängen mir so zum hals raus und wie gesagt jetzt demnächst wird noch so ja ich schätze mal so zwei drei also zwei drei mods auf jeden fall werden noch kommen denke ich mal baumäßig auf der surfer ist offen also da kann man jederzeit kann man darauf joinen ja ist pv e äh ist wie gesagt ein cluster mit the island und the island wird demnächst noch pvp wenn wir es hinkriechen müssen wir uns das noch erkundigen wie man den cluster macht pv e pv p hab ich gedacht das ist ein alt oh da geht es nochmal tiefer runter mit in bist du dabei ja ist halt jetzt nochmal busy busy arbeit ich hatte jetzt auch keine lust mehr ehrlich gesagt dann muss auch noch mal kleinigkeit gemacht werden dann ja cluster funktioniert ja soweit nur dass der eine dann als pvp aufgelistet werden andere als pv e und dann hat sich dieser ausdauer ist futsch mussten das riesen piranha oder was diese rechts von der rechts von dir gibt gas kommt bekommst weg zum glück sind nicht ganz so schlimm wie die quallen ob hoch mit ihr ich dachte das war es für mich ich habe es gerade jetzt kommen sie meine richtung jetzt haben sie mich geschockt gibt gas gibt gas auf das sind wir noch andere fischer neben dir die sind wir auch nicht ohne dunkle desto ist oder wie die heißen wat ok wie bekommt man an die server daten wenn man fragen darf und der island ist tiefer aber es gibt auch schöne stellen im meer bei der lost island ok ja ist tiefer na ok alter schwede mich haben sie auch gerade richtig achtung die kommen die hast du scheiße sind wirklich schnell und der server heißt old man's club versuch mal gibt mal ein old na und scheiße so richtig verloren mit in ich bin ich bin gerade in richtung oberfläche weil die hier uns noch folgen die zitter alle ach da bist du ja alles klar das heißt old man's club gibt es einfach mal old ein dann wirst du schon finden denke ich und falls es nicht klappt dann gebe ich dir die ip alter wie lang folgen die uns sind jetzt bitte wir sind man wir müssen mal zurück diese richtung ja weil wir haben keinen kein links mehr zurück ja wir können auch wieder zurück warum ich habe kein nichts mehr kein nach die flasche ist ja ja dauerlich sind uns bis jetzt oben johann die oberfläche gefolgt ist dein ernst jetzt oder haben wir uns jetzt verloren stehst du gerade nein alle wie schnell sind denn die schwimm schwimm ich bin von ihr links ach guck hin jetzt daher die jetzt ist die ausdauer weg die fressen halt auch ausdauer wenn sie dich wenn sie dich kaschen ja ja ip kann ich auch geben was er sollte verschwinden darf man einen dino von sich hochladen und neue char näher hochladen geht nicht kann er gern probieren ob es funktioniert oder nicht wird aber wahrscheinlich nicht funktionieren weil das ja eine cluster arbeitet aber kann es ja mal versuchen also kannst probieren ob es geht wenn es geht kannst du bescheid sagen weil normalerweise dürfte es nicht gehen weil die einem cluster zusammenhängen die server aber nein gut sie haben ja auch eine eigene cluster id deswegen würde mich wundern wenn das jetzt wenn von außerhalb jemand einfach was in den cluster hoch lädt damit müssen wir kurz an landes macht mich nachgeschwindigkeit ausdauer habe ja ich habe dasselbe problem gerade und wir kriegen hier immer mehr gesellschaft ja kannst du ruhig kannst du nicht posten red bull was verliebt okay kannst du keine ip posten lol ist doch keine okay ich darf das selten wir für internetadressen was denn bei twitch ja ist ja nichts anderes wie sie ist ja aber www dingsbumm ist halt hier weißt du ja das ist für uns menschen einfache genau egal ich bin jetzt gerade ich wurde gerade angegriffen ich weiß nicht von was ich wollte dabei nur jetzt gerade mal ein bisschen links auftanken bis seine oberfläche oder bist du unter wasser ich bin am strand am strand jetzt muss ich gerade mal gucken ob ich finde ich tauche jetzt gerade mal mit dem köpfe auf ja ich sehe dich nicht ich habe die haiflossen gesehen da es kommt ein hai wo bist du ich will mich weg von dir oder auf dich zu warte mal ich sehe ich dich gerade nichts da jetzt ja 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 und wenn die nicht so angegriffen wenn wir da jetzt so geparkt die die tiere da stehen lassen normal nicht ich hoffe also er erst eher selten ja das atemgerät muss zu machen leider ja du kannst du kannst gerne probieren da wird es klar kommt tatsächlich ein rei oder fragt mich natürlich und ist noch das alpha ne 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 gott sei dank kommt noch einer what the heck alle alle die kommen alle hierher okay ich mach mit das kriegen wir sie ja da hoffentlich kommen die alle jetzt auch noch dann haben wir ein problem ja dann dürfen wir laufen dann haben wir echt problem wir haben keine flugtiere kein gar nichts ich habe noch meine pfeile einstecken und die armbustung okay der hatte level 206 willst mich ver okay ich steck mal den kopf in den sand ich habe nur noch die hälfte der der leib seh ich gerade ja ich habe knapp die hälfte ja dass wir mal kurz hier ab checken da ich was kommt ja ich halte ihn gerade mal weil so schnell ich hab da raus der hat weniger als die hälfte ne 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 so jetzt mache ich den noch mal auf schaden ich hätte auch noch mal auf gewicht machen können ja wurscht aber wenn er mit seinem charlisch hierher reisen kann das kann schon sein dass es dann nämlich genau das geht weißt du manchmal das in einem cluster ist das heißt er muss da wahrscheinlich einen neuen char erstellen und dann kann er ja mal versuchen hier hoch oder unterzuladen also von außerhalb in den cluster hinein ich glaube nicht dass das geht aber das feedback wird mich mal interessieren ähm nick wenn du eine ich schaue wenn du wenn wenn du eine ähm einen vorschlag hast für eine baumotte du gerne haben möchtest ne dann sag mir mal welche dann schaue ich mir die mal an ob die mir gefällt und vielleicht hauen wir die drauf wenn ich die kenne also wenn ich mich auskennen ein paar mods kenne ich ja dann doch ne wo ich weiß dass sie gut laufen wenn die da jetzt dabei ist unter den mods die ich kenne die mir auch gefällt dann hauen wir die vielleicht drauf na wie schaut er live aus mit den ja dauert noch ein bisschen vielleicht noch mal vielleicht ist alles ich glaube das nächste das nächste mal nimmt jeder vier atemgeräte mit ja also das war jetzt ja kurzlebig sagen wir es mal so ja ich erinnere mich auch daran dass mir immer vier mitgenommen haben auf die island alles gut es kommt ja immer darauf an ob die mods unter sich funktionieren genau genau das ist der punkt ja wenn der mod gut geschrieben ist wie gesagt nicht deswegen deswegen sag mal welche mod du so im sinn hast weil ich wenn es nämlich zufällig die gleiche ist die bei mir im kopf schwebt dann ist das schon mal nicht verkehrt ok hat ein gerät ist futsch hat nur ein zipfler an live ist egal was hat ein zipfler an live hat ein gerät ist futsch die hatte nur noch minimal leben gehabt also war noch ein bisschen was drin aber die ist jetzt im arsch ach gott ja wenn wir über wasser sind sollte man es ausziehen naja ich habe jetzt auch nur noch zwei zipfeln naja dann müssen wir ziemlich oben schwimmen halt immer dann auftauchen und gehen wir mal kit auf jeden fall musste ein bisschen unter wasser schwimmen immer wegen da guck da vorne sind quallen oder die würden wir leuchten sehen aber das sind wir genau ja perlen habe ich jetzt genug ja vorschlagen das freilich was ja ich habe schon überlegt ob ich mir in der cryo irgendein tier mitnehmen so ein flugtier oder irgendwas ne aber ich hatte halt angst dass wir dann unter wasser vielleicht krepieren und das dann weg ist ne da stehst du halt da was ist jetzt los oh jetzt bin ich aufgrund gelaufen kurz ok so ausdauer wieder ein bisschen retzen ja also die sind schon flott ohne wasser hätte ich jetzt nicht gedacht die haie naja das sind eigentlich ziemlich langsame unter wasser tiere da wie hier guckt denn den delphin wenn du hast ne uff denn wenn du ein bisschen auf speedlevels das ist so ja das ist doch jetzt mal der mehwing der mehwing der mehwing der unter wasserwelt wo bist denn du jetzt hier an der oberfläche ich musste kurz mal mir einen überblick verschaffen wo ich genau war ah ich sehe dich nicht hier gibt es anscheinend stellen die wo er auch aufgrund läuft hier das ist ja echt strange gerade hm ne ich hab dich jetzt haben wir uns verloren also ich bin gerade hier bei der bucht ich schwimme jetzt an der bucht vorbei und gehe da vorne an den ach da bist du glaube ich ich bin an der oberfläche ja ja hab dich tatsächlich der ist ohne wasser echt schnell sobald er an die oberfläche geht zeitlupe hä nö nö das achso ja ja das ist wenn du hm wenn du da musst du nur den ding rausfinden wenn du das ist wenn du nach oben schwimmst praktisch manchmal dann ist das ein bisschen buggy ja ich sehe es gerade ja wenn er zu weit oben ist da musst du nur den richtigen winkel rausfinden dann ja dann geht es ist einfach so wie ein typischer hai wenn du den so siehst wenn die flosse oben raus guckt so musst du schwimmen so na redbull was ist denn jetzt mit deinem vorschlag achso hast du jetzt dort in in twitch geschrieben na wie heißt denn die schreibt das mal kurz in chat bitte wie die heißt du hast das wahrscheinlich bei twitch deaktiviert gegen dem ding mit adressen posten und so hatte ich bei mir auch ich habe das aber wieder dann reingemacht ne 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 nur den namen einfach wie die wie die wie die heißt hg multi storage box ja die gucke ich mir nochmal an ob da noch was da noch alles dabei ist ähm die habe ich auch schon im bis hier gehabt aber ähm wird wahrscheinlich eher nicht drauf kommen das kommt drauf an schauen wir mal weil das ist eher so eine wo wie soll ich sagen die relativ wenig zu bieten hat ist zwar ich gucke mir die mal an wie groß die ist und alles ja das ist hg storage ist ein schöner mod aber was macht die oder was kann die besser gesagt ich hoffe ich habe die richtige jetzt im kopf dass du da siehst du halt praktisch ähm in den in den in den die items welche items in den schränken sind die meinst du doch oder deswegen was genau die jetzt alles kann nochmal das muss ich nochmal nachgucken weil wenn es jetzt nur wegen den boxen ist zum beispiel ich weiß es nicht mehr genau aber hg sagt mir auf jeden fall was wo ist er denn jetzt ich schwimme hier in am strand entlang unterschiedliche boxen und solche aber das ist ähm ja uns geht es da hauptsächlich um baustrukturen ne dass man schön bauen kann ich habe schon überlegt so dass man ob man vielleicht auch so was wo schöne skins dabei sind mit den ne mal draufhauen wie gesagt müssten wir uns erstmal anschauen weil ich habe keinen bock jetzt auch mein privatrechter mit irgendwelchen mods zuzuballern weißt du was ich meine das ist ja auch noch mal eine frage von deinem internen festplattenspeicher ja das ist ja halt das weißt du ja das ist halt immer so ein auch so ein mit serverseitig ist das kein problem serverseitig ist das kein problem aber die rechner halt das ist halt das wenn die die rechner halt zumüllst und hast dann unendliche mods da drauf ja das ist mit entscheidungsgrund halt auch die größe immer der mods und der umfang und ja wenn da jetzt keine ahnung wenn die jetzt mal blöd gesagt 5 gigabyte hat und hast nicht viel nutzen davon du kannst halt mit der mod kristall selber pflanzen und vivern milch ach so ne ne das sowas nicht ne nichts 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 spielveränderndes na wo es wirklich spielverändernd ist wollen wir gar nicht ja deswegen haben wir es plus auch nicht drauf zum beispiel das bloß hatten wir zwar darauf gemacht und guckt und uns mal die mod angeschaut aber ja da fällt größte teile von dem kram weg was du eigentlich machst sprich den kram aus den schränken holen weil du halt überall von überall her pullen kannst da hast du ja noch die funktion mit der nennys wo ich auch weiß dass er überhaupt keine aufgabe mehr im endeffekt und das sehe ich jetzt auch ich betitel mich selbst auch als anfänger da sehe ich halt das problem drin du hast das game noch gar nicht entdeckt oder erkundet und ja spielst dann wie gesagt mit S plus und da gebe ich mir schon recht ich glaube jeder der arg schon länger gespielt hat begrüßt wahrscheinlich S plus weil halt dann vieles automatisiert abläuft aber wenn du als anfänger direkt mit S plus einsteigst da ist halt die luft raus also das sehe ich jetzt das ist jetzt meine ansicht kann man auch anders da sehen mhm da lag so die befürchtung weil was nutzen wir das game dann weißt du wenn dann nach paar tagen die luft raus ist dann liegt es halt in der ecke toll hast du selber der dann gemottet ist läuft dann zwar aber du hast keinen bock mehr darauf ist halt auch schade irgendwo Gott bin ich jetzt schon vorbei geschwungen bei mir ist die ausdauer grad futsch ach du scheiße ich bin vorbei geschwungen ja an dem turm sind wir vorbei oder? muss neun Charm machen ja ja wie ist es? hat er wenigstens mal versucht was hochzuladen ob was funktioniert? naja freilich deswegen sagt er er muss neun Charm machen ja nur wenn er neun Charm macht weißt der noch lange das funktioniert das Feedback ja doch deswegen schreibt er er muss neun Charm machen ja ja irgendwas fragt mich grad an what the fuck ok also ich bin da äh der fisch hat sich grad selbstständig gemacht aber der kommt gleich wieder ähm ähm ach so jetzt hab ich die dachen dings vergessen ja dann packen wir den mal ein ja gut das ist aber genau so wie ich es gedacht hab also es geht nur innerhalb des clusters das ist nicht verkehrt so die müssten doch jetzt eigentlich schon längst so weiter sein hier ausgewachsen oder gibt webe tatsächlich da gibt mir mal deine deine taucher ausrüstungen dass ich die wieder alle dass ich das wieder alles reparieren kann guck mal ich lass uns mal hier auf dem sand dass dann sieht man das auch äh hier guck mal also die brillen ne weißt du was die brillen die schmeiße ich direkt weg hier ist noch die Hose was mich grad mal jetzt nach den Viechtern gucke mhm okay die eine fliegt schon gucken wie es hier aussieht nahrungstechnisch oh ja der ist komplett auf null den sollte ich jetzt eventuell mal für den Feuerweaver oder wie sieht es mit der aus siehst du bei der Feuerweaver oh hm ja die Feuerweaver komplett leer mal gucken was das die Wutz noch hat ja die Wutz hat noch das ist gut siehst du und die hier oh die sind der ist auch schon fast leer aber die die Feuer ist komplett leer gelaufen ja dann gucken wir mal ich komm wieder nicht nach hier jetzt kann ich nur 3 ja ausdauer ist natürlich halt nix aber mal gucken jetzt oh instant was war dann das der hat einmal gespuckt und das Vieh war direkt down okay ähm tja ist die frage gehen wir erst auf den ausdauer dann noch schauen dir 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 ich muss grad mal Vieh killen damit er sich hier hoch ist und heilt wild sollte ich die low bobs mal mitnehmen he ha alter das Feuer ist ja echt op man uff ich weiß nicht shit so also die Feuerweaver geht schon ab ich weiß nicht ich muss grad mal gucken was der für ein Level hat 171 ok exakt da hab ich meine Heile was ein grad so rein ey ich kann es aber nicht bewegen ich hab es ganz vergessen wie ach ne überladen achso Moment überladen so ok nice das sieht doch schon mal ziemlich nice aus gut 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 jetzt könnte ich mit denen doch schon ein bisschen was reißen wie es aussieht ok der hat zwar low level aber immerhin so komm wir machen direkt noch ein Highsattel so da 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 Megalodon Fasern, Leder, Zement Fasern, Leder, Zement Fasern, Leder, Zement machen wir gleich mal zwei sonst muss ich nochmal kurz gucken da mä lucerus lanja Feuer geht schon ab also ich muss schon sagen hm Feuerweber die macht schon Bock steht so die macht wirklich Pock ja die ist die macht mir auch ein bisschen Spaß also die Gif die kannst du halt voll in die Tonne klopfen aber der ist auch vom Speedhack eine andere Frau so schlecht also der ist schnell ich hab den ja gucken den bitte ich auf Angriff und Gesundheit wahrscheinlich Ausdauer 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 nach noch Schaden die drei Sachen ups halt nur der Wendelkreis ist halt immer bis jetzt oh jetzt kommt natürlich direkt ein T-Rex ja super Scheiße und ne Alpha natürlich war ja klar jetzt habe ich hier tatsächlich zwei Haie stehen ich glaube sie nicht ok da merke ich es schon so so oh ausdauer okay dann leveln wir jetzt natürlich noch nicht so Weibchen und Männchen gute Nacht zusammen Monfred machs gut Nachti schlaf gut schön dass du da warst bin truff jawoll Nick ist truff oh ein level oh ich stacke ich stacke nein ich stacke schütze uff 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 oh nein er fliegt natürlich in Zeitlupe glaubst du das? ei 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 komm 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 was habe ich denn jetzt geskillt? ja er fliegt voll planlos gerade durch die Gegend auch nicht schlecht so aber ich glaube ich cryo die lieber mal ein bevor die noch einer verlevelt was denn jetzt los? warum hab er denn da nur noch? ok ich kann nix machen mein mein er schwebt in der Luft auch nicht schlecht einfach mal so äh ich bin wahrscheinlich ne noch auch nicht überladen verstehe ich jetzt nicht so ihr auch mal gute Nacht viel spaß euch noch Red Bull haust rein danke fürs dabei sein schön dass du da bist da warst schlaf gut hier hören ziehen uns ähm ja ich hab ein Problem mit meiner hehehe feuer äh ja ich hab ein Problem die havert nur noch steht sowas mit dir ok kannst du dich bewegen ja irgendwas stimmt mit meiner feuer ich guck grad die ist erschöpft aber die havert nur noch ok landen du da auch nicht wenn ich jetzt abspringe bin ich tot eigentlich gerade ganz schlecht Ausdauer leer oder was? ja ja Ausdauer ist leer aber warum landet er denn? ja weil der Ausdauer komplett leer ist ja nein aber der muss ja trotzdem runter gehen wenn die Ausdauer bei der anderen leer ist kannst du ja landen steig mal ab aber ich will den drohner fallen oh jetzt jetzt ist ach jetzt ist er gelandet was ist denn das? warum hab ich das bei der bei der blitzweber nicht? das ist ja strange strange ja warum ist die jetzt das ist ja krass das hatte ich jetzt mit der blitzweber nicht wenn die Ausdauer leer ist dann hab er da nur dann kann ich ganz normal mit dem landen okay also noch ein Nachteil so stark die Feuer wie wer ist nee 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 ich denk mal du warst einfach noch nicht in der Situation dass der Ausdauer so sehr doch 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 da kann er nicht mehr schießen das sagt dann auch nicht kriegen Ausdauer ja 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 und dann haben wir dann genau aber dann kannst du landen aber mit dem konnte ich das nicht ja noch landen na genau du hast dann wenn dir das Ausdauer erschöpft dann hast du immer noch einen Pritz zum fliegen das reicht dann nicht mehr zum schießen aber du aber das reicht doch zum stück zum fliegen und zu landen aber wenn du die dann nach dem schießen wenn die jetzt kommt und den letzten Pfurz dann auch noch verfliegst dann bleibt die stehen also hat sich das jetzt für mich angehört ne dass das der Fall war ich muss die jetzt mal hier landen ähm wie war das jetzt so so eben mal landen dann triggere ich die jetzt mal so das Metall das müsste ja schon längst durch sein hier ne ja 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 gut so jetzt hole ich noch die Blitzwebe und und dann gehen wir mal auf Kutterjagd Gucken dass die hier die Tiere dann hoffentlich tun die sich nicht gegenseitig gehen das wär jetzt echt bitte ja das wär nicht so schön ja okay dann komm mal her Ich würde mal interessieren, ob das auch funktioniert, denn warum soll es nicht funktionieren? Ob die, wenn die jetzt schwanger sind, die die dann auch eingerühren kannst? Normal schon, warum nicht eigentlich? So, jetzt müsste ich die doch auf mich pfeifen können, warte mal. Finde ich jetzt so fliegen. Oh. Dass die wenigstens den einen folgen, dann bleiben sie wenigstens zusammen in einer Gruppe. Eigentlich müsste ich die in eine Gruppe packen. Nein, ich bin abgestiegen. What the fuck? What the fuck? So. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir räumen jetzt hier mal ein bisschen... So. Okay, nice. Eins hätte ich noch, also. Und ja, sprich, sprich. Ach, da unten ist ja noch eine... So. Wie, was geht denn mit der? Muss ja auch mal weg. Komm mit. Alle, jetzt habe ich vier Stück im Schlepptau. Glaubst du es? Eine Feuer und drei Gift. Hm. Ja, testen wir das doch mal aus. Komm, gucken wir mal, ob wir den jetzt leveln können. Dann lasse ich die... Extra Arc Open Source. Hm. Die habe ich letzt beim Durchstöbern gesehen, aber ich kenne die nicht wirklich. Was? Arc Open Source? Okay. Okay. Extra Arc. Extra Arc heißt die. Open Source ist das, okay. Da, ich weiß da auch gerade gar nicht, ich kann sie mir mal angucken, aber... Mit der habe ich halt keine Erfahrung. So, warte mal, was wolle ich denn jetzt noch? Die Vivern weg. Das Quetz halt, das muss da bleiben, das kommt jetzt aufs Dach. So. Weil es schön ist. Einfach nur, weil es schön ist und meine Farben hat. Okay, nice. Jetzt haben wir schon mal hier... Das Brückchen. Eine kleine Armee am Start. Jo. Kaza. Dann lande mal hier. Dann checken wir das jetzt mal aus. Okay, 3, 2, 1, weg. Tschüssi, hau es rein. Na, fressen die die auch? Ja, nice. Nice. Gut, gut, gut. Und dann bedient ich auch mal ein D. Hmm, hm, 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 hm. so was macht man denn jetzt sieht übel aus ich habe jetzt wie gesagt die dings am start die hier habe ich jetzt im schlepptau leisten soweit erst mal gute arbeit wenn ich jetzt gedacht ich gucke dass ich die jetzt halt so nach und nach und dann mal schauen dass wenigstens hier bis sie was dann auf die reihe kriegen das schon übel man ist schon übel es ist schon sieht echt aus ich hätte jetzt mal bewusst auf ein paar gegner damit ich dann hier auf gesundheit und schaden gehen kann also soweit schaden und dann machen ausdauer aber ausdauer natürlich soll naja gut wenn ich jetzt mit denen spielen wird dann ja aber solange sie nur in begleitung sind ich habe gerade gesehen die schießen ja nicht die schmerzen die weisen überwiegend dann doch lieber nachkampfschaden ja mit denen dann gettien fahren ist schon richtig krass wenn sie hier noch die herzen die könnte ich dann glaube ich mit starb tot werfen da habe ich irgendein vieh ach das sind vom e-cam die tiere ich sehe es gerade also mit dem der sieht ziemlich gedetscht aus den können die doch zerlegen ich habe wieder einen verloren tatsächlich habe einen wieder verloren ich glaube man glaubt es doch natürlich schnell das geht 1 2 3 wo ist der vierte im bund einer fehlt doch da hinten kommt der an ich darf anscheinend nur zu schnell fliegen sonst verlierst du hier krass 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 0 4 6 7 7 9 9 8 10 10 10 11 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, die brauchen echt krass, wenn die schon so lange brauchen bei so einem kleinen Vieh, dann ist das Vieh wahrscheinlich zu klein. Ich sehe schon, es macht nur Sinn, das Vieh auf große Tiere zu jagen. Welp. Okay. 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 Dump. Let's go. I've stopped. No, breit. So. Kaffee? Ja. Mach ich mir noch einen. Sehr eindrucksvoll aus. Also ich muss schon sagen. Wo bist du? Warte mal, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich bin bei mir unterwegs. Ja, dann komme ich mal kurz vorbeigehabert. Sieht halt schon echt übel aus, man. Puh. Nur halt gucken, dass es jetzt in Verlierungen erwächst. Das ist halt die Frage, ob ich es auch aggressiv stelle. Aber das ist wahrscheinlich keine Gute Idee. 1, 2, 3, 4, 6, 7, glaube ich alle. Hm, die werden alle Fleisch haben. Oh, rufen. Okay. Nice. Mal gucken, ob wir dem ist. Ob sie das nachsollen auch erledigen. Hm. 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 Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Na, nice. Ich kann nur noch leveln und gut ist. So, jetzt fehlt wieder eine im Bunde. Ah, okay. Perfekt. Das ist halt die Frage, jage ich wieder auf so ein Vieh, dann habe ich wieder das Problem, dass mir irgendeiner wieder verreckt. Äh, ich sollte vielleicht mal das Level von denen angucken, bevor ich so eine Aktion wieder mache. Hm. Was hat der für ein Level? Was hat der für ein Level? Was hat der für ein Level? Bei der Scheine nicht zu beißen. Nein, nicht schießen. Alter. Was war das jetzt für ein Level? 55. Ah ja, komm. Dann macht mal. Wolltet eures Amtes. Okay, damit scheint es doch diese Schwierigkeiten zu haben. Oh, 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 oh. Passiv. Äh, wie kann ich denn folgen, 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 komm. Der Feuerwehrbein hat aufgegangen. Komm, 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 hier. Folgt mir mal. Ach, mach mal kein Scheiß. Der Feuerwehrbein hat mir beinahe hopsgegangen. Glaubst du es? Hm. Gerade der mit dem meisten Level hier hätte sich beinahe verabschiedet. Eieieiei. Mein lieber Mann. Ja, nicht gar nicht gut. Ach so, das ist halt auch kacke. So, wenn ich sie jetzt einzeln selber so die ganze Zeit leveln muss, muss draufsetzen, das ist halt wieder was eine ganz andere Geschichte, weißt du? Dann hast du das im Auge und gut ist. Und dann kannst du selber gucken hier. Ach, der hat einfach zu wenig Leib. Ich muss dem mal kurz mal hier landen. Irgendwo, wo es sicher ist. Hm, hm, hm. Ich bin mir beinahe ins Auge gegangen, mein lieber Mann. Das ist natürlich nicht so gut. Dann bleiben wir uns mal hier. Ja. So, und dann der landen, der landen, der, der, komm, landet mal alle. Scheiße, Sorge hier, wenn ich mir das so angucke. Mein stärkster Raptor hat aktuell 779 Schaden. Oh, der hat fünf Punkte zwei. Uff. Ach komm, haben wir doch noch mal ein bisschen Spaß mit den Raptoren, hätte ich gesagt. Er hat nur noch ein minimalen Leben und Zipfel. Also der wäre fast aufgegangen. Ich packe den jetzt mal hier. Das war nicht so gut. Den muss ich irgendwie anders leveln. Vorherdings hat definitiv zu wenig Leben. Naja, das ist... Da musst du echt ein Auge drauf haben. Sonst sind die ruckzuck hier... Ja. Da ist dann doch die Arbeit... Ja. Ja, deswegen. Ich habe meinen auf 6.000 geskilled, ne? Sicher, bist sicher. Weißt. Was ist denn jetzt los? Hey, wo will denn der hin? Komm mal zurück. Wo fliegst du denn gerade rum? Die machen gerade ab. Diese... Die sollten man nicht... Es geht erscheinend. Den kann man mal leveln. Was ist denn los mit denen? Sie sollen sich nicht selbstständig machen. Und so. Auch schön hier bleiben. Ich kann nicht so wenigstens parken. Ich flippe gleich aus, gell. Jetzt ist meine... Dingswiper weg. Warte mal, das kann doch nicht sein, oder? Das ist jetzt nicht... Das ist jetzt nicht... Die ist ab. Ab durch die Mitte. Alter, was weiß ich, hat der denn da hinten? Ja, lebentechnisch sehen die nicht so besonders aus. Ja, Archi, komm mal her. Ich glaub. Warte mal, dass ich die hier auf mich pfeife. Ich bin nicht so schnell. Und der, guck mal her. Wohin die denn jetzt denn? Sind die dumm? Das muss ich anders da lösen. So, wo ist meine Blitzwebe? Da hinten. Was sucht die da hinten? Verdammte Scheiße doch mal. Ich hab den doch echt nirgends abgefressen hier. Unglaublich hier. Psss. So. Ähm. Ja. Was steht als nix an? Was mach ich denn jetzt? Was wolle ich denn noch besorge? Psss. Hm. Wollt mir noch irgendein Tier holen. Psss. 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 Pssp. Psss. Pss. Psss. LOL ich habe in Gruppe 1 nur die raptoren aber der blöde Affe der zählt irgendwie dazu ich such gar nicht das hat hier gut zu tun hier um die Tiere wieder hoch zu heilen krass das ist schon wieder meine plätze wie das schon wieder das darf doch nicht wahr sein der macht mich kehre recht der macht das was er soll na gut dann ist es jetzt der Alpha Raptor der Affe spielt jetzt eine Alpha Raptor bin ich auch in Ordnung so alle mit kommen hier machen wir mal ein bisschen Spaß bleib mal hier so brauchen wir mal die Eule damit wir die Kandidatin hier mal hochheilen können ich bin doch am Arsch müssen wir denn hier Gewicht mal überprüfen wird mal ganz so einher mal alles truppen ich bin doch ich bin doch ich bin doch mhm 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 Tee Oh, die Flüge sieht auch gut aus vom Status. Gucken wie die anderen aussehen Der sieht noch verletzt aus Ja, der ist auch verletzt Gucken was jeder Heilzustand sagt mhm Oh ja, die Eule ist echt heftig Ja, die haltet ziemlich schnell sogar auf der Wab we Wab Wab Tatsächlich hochgehalten. Die ersten drei Level gehen ja doch relativ schnell. Da hat noch ein bisschen, muss noch hochgehalten, wie sieht es hier aus? Die Gift, wir haben echt mehr Leben, viel mehr als hier der Feuer. Das ist krass. Da ich die Woods noch nicht reiten kann, wie machen wir das? Ich lege gerade, ob ich die da ins Haus holen, weißt du was ich meine? Da quasi den Deckel zu mache. Das wollte ich bei den anderen hier reinstellen, weil der Puder noch ist ja auch genug zuerst drin. Im Inventar hat sie auch einiges. Kann ich die Eule auch damit einstellen? Dann kommen wir mit. Dann kommen wir mit. Dann kommen wir hier rein. Hoffentlich kriegt es das Vieh jetzt auch vor Backen hier rein zu kommen. Okay, nice. Der war noch passiv gestellt, wenn mich nicht alles täuscht. Verhalten, dass die Tiere hier nicht abkacken. Passiv. Den haben wir gesagt, brauchen wir noch die Eule. Wo ist dann die Eule? Im Inventar, das passt. Die wird mir schon bis morgen mit verhungern. Dann kommen wir hier rein. So. Verhalten. Aber auch passiv. Dann bleiben die schon mal wenigstens in der Holzhütte zusammen. Das ist die Ware, ob ich jetzt alle wie hier auf den Archie 5 und die dann irgendwie Base happen lasse. Und den dann einfach in die Hütte stecken, weißt du? Hm. Das ist nämlich eine Überlegung. Am Ende zwar in der Luft, aber so kann nicht viel passieren. Wenn sie dann mal abrücken. Ja. Jetzt wieder auch. Dann müsste ich halt den Archie auch passiv stellen. Verhalten. Passiv. Verhalten. Passiv. So. Was machen wir jetzt hiermit? Tja. Wut. So. 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 Dann stellen wir den Hans auch passiv. Damit die Tiere hier nicht abkacken. Von Gebuster, Gebuster. Ja, passt doch, komm. Ja, passt doch. Sieht gut aus. Die Wurzel ist in der Nähe, also kann er die auch alle hochheilen. Jo. Mann, Mann, Mann. So, Schizo, sprich. Was haben wir jetzt? Sprich. Ja. Was hast du geplant? Ich bin gerade mit den Klapp-Toren unterwegs. Ja, ich musste hier gerade auf Ordnung sorgen. Richtung deiner Base. Ja. Hier gehe ich mir nämlich gerade noch mal einen Kaffee holen. Aber ich habe jetzt erstmal für Ordnung gesorgt, dass die hier nicht abkacken. Müsste auch so halt so bleiben. Du darfst halt jetzt nur die Holztier da aufmachen und die Fieger da bewegen, weißt du, sonst kacken die halt alle ab. Am besten zulassen, weil die auch auf Passiv gestellt sind, die da jetzt in der Hütte sind. Und habe die aber jetzt, die Drachen halt auf diesen Archie noch gepfiffen. Der ist auch auf Passiv und das heißt, ich meine, ist auch da drin. Das heißt, falls die irgendwie aus der Luft attackiert, wenn ich meine, hey, die sind zu viert, ich hoffe, dass die das gern gebacken bekommen. Wobei hier, das Sorgen geht immer noch diese Feuerwebe ist, die halt, ja, die Weiber, die, ich weiß nicht, hat noch ziemlich wenig Leben. Die müsste ich halt separat nochmal irgendwie fliegen, dann leveln, weißt du? Mhm. Dass er halt mehr, mehr Level auf Gesundheit hat. Ja. Der hat 6000, das ist echt wenig, um Angriffsschaden machen die gerade nicht so besonders. Sieht aber übel aus, also wenn ich mir das so betrachte. Oh, dein Hai steckt nen Kopf in Sand. Willst du den nicht lieber ne Grüe hauen oder so? Oh ja, ne gute Idee. Oh, oh, hab ich mich gerade erschreckt. Ich dachte, Alter, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Ja, da dachte ich, jetzt ist die Scheiße vorprogrammierte, wo kommen die denn alle her? Na, gucken, ob ich ne Grüe hab. Obwohl, warte mal. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm wieder in der Luft oder was? Warte mal, was ist denn, wenn ich das so mache? Mal gucken, ob der was aus der Nahrung einstecken hat. Gar nichts einstecken. Also, dann bevor der hier nämlich verhungert. Ja, Nahrung liegt nämlich schon, machen wir folgendes. Verhalten. Aber ich hätte doch noch zwei Parasaurier stehen. Niedrigster. Kann der nämlich hier auch Futter suchen. Äh, verhalten, verhalten. Du im Kopf eine wunderschön. Hey, auf dem Cluster habe ich viel The Island gespielt. Also dieses Game, wo man Dino spielt. Auf dem Cluster? Hä? Wie meinst du das auf dem Cluster? Wie meinst du das auf dem Cluster? Ja, passt. Der Island Cluster oder wo seid ihr? Oder ist das einfach ein Cluster aus den zwei, aus den zwei Maps? Äh, das ist unser eigener Cluster zwischen Lost Island und The Island. Gibt es halt eine Community, die sich The Island nennt. Ach so. Ne, ne. Ne, das ist einfach unser Cluster. Ein eigener Cluster. Da kommt wahrscheinlich irgendwann noch eine Map dazu. Mal gucken. Müssten wir uns halt mal anschauen, welche. Also geplant sind drei. Drei Inseln. So rum. Oder drei Maps. Ja. Nach und nach. So, cool. Cool. Ich hole mir jetzt gleich das nur ein Käppchen und dann gucken wir mal so. Dann können wir was starten. Gucken wir mal. Hast du schon gesehen da oben? Die Herde? Ja, ja. Ja, ich glaube das sind am sichersten momentan. Am Boden, das ist mir noch zu unsicher. Vor allem die machen dann irgendwie ab. Und ja, ist total unkontrolliert. Zu essen haben sie jetzt noch drin. Ja. Ich sehe gerade mit deiner Raptoren-Armee hast du es ja auch hierher geschafft. Keinen dabei verloren? Nee. Easy, busy. Äh, jetzt noch, ja. Krass. So, dann. Ich muss sagen, ich hole mir noch ein Käppchen. So, ich lasse dir die mal hier so als Aufpasser mit. Die Raptoren meinst du? Ja. Also, da geht was, ne? Graptoren und das Äffle. Welches Äffle meinst du jetzt? Na, den Affen? Den du? Okay. Ja, solange ihr hier nicht durchdreht und Amok leuchtet und Blut rauskriegt, ist mir das egal. Also, da hier, da kann jetzt, da kann jetzt Alpha kommen, alles. Ja, dann stellt sie, obwohl sie halt die Frage auf, was du sie hast, was hast du nicht gestellt? Auch aggressiv oder was? Und dann? Nein. Neutral. Achso. Ajo. Dann stellt sie aber noch weiter hier rüber. Also hier in Richtung hier, ich glaub das ist ein Ikem, sein Vogel oder? Warte mal. Ja, hier stellt sie doch hier in Richtung Ikem, sein Vogel hier an die Ecke. Vielleicht irgendwo. Oder von mir aus hier, nee, wenn das Gebäude von mir aus. Weißt du, was ich mein? Weil Ikem, sein Vogel steht auch ziemlich weit abseits. Und wenn dann so Raptor und da stehen und so ein Äffle und Gefahr ist irgendwie Verzug. Ich denke mal, die zerlegen wirklich alles. Aber die Wölfe sind ja hier auch noch. Solange nicht Chin 2 dabei ist, bleibt's auch spannend. Ja, nee, wenn noch eine dritte Map dazukommen sollte, dann ist es eh einer von den kostenlosen Maps. Na, dass hier keiner, weil wir halt viele Anfänger dabei haben, sag ich mal. Und dass keiner auf den DLC angewiesen ist, ne? Äh, sind die DLCs bisher nicht alle kostenlos gewesen, Schiffler? Oder liege ich da falsch? Oder muss man die sich? Ne, 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 um Gottes Willen. Es gibt drei Seasons, also drei kostenpflichtige DLCs. Und das sind? Und das ist Scorched Earth, Aberration, Extinction. Oh, das sind sogar vier da. Ne, warte mal, Scorched Earth und Aberration. Aberration und Extinction war eins, genau. Also, Scorched Earth war eins, dann kam Aberration, ah ja, drauf. Also, das war ein Season Pass dann, Aberration und Extinction. Und dann kam das dritte DLC, war Genesis und Genesis 2. Sprich, fünf Maps, die kostenpflichtig sind. Ah, guck mal, der war passiv, den müsste ich ja achten. Also, Scorched Earth war nice, Aberration war nice und dann war es alles nix mehr so meins. Also, überhaupt nicht. Oder ein High-Rage hier rum. Ja, habe ich schon, das ist bewusst so eingestellt, dass der hier, damit ich den nicht wieder muss, der fühlt sich dann selbst. Wollst du den nicht in die Grüe oder Grüe? Doch, doch, der soll aber erstmal bisschen was sammeln. Den tue ich dann gleich in die Grüe. Da kann ich nachher das Futter auch in den Schrank stecken. Aberration ist deine absolute favorite. Ja, da kenne ich mehrere, denen das die Lieblings bei Biss. Die würde ich mir gerne mal anschauen, ey. Aberration ist, ähm... Ja. Ist so... Ja, ist schon... Die ist schon gut. Die ist schon gut. Also, mein Lieblingstier war ja immer die ganze Zeit Rock-Track. Und Aberration ist halt einfach für den Rock-Track einfach gemacht, ne. Ja. So, erste 16 Level geschafft. Ja, nice. Hat aber lang gedauert. Wie viele Stunden hast du in Arknick? Habt ihr Betadino drauf? Nein. Nein, nein. Heißt? Wer der Dino? Äh... Leichter zu zähmen, oder was? Äh... Doch, krieg ich jetzt gar nicht genau sag, was die macht, weil... Die mich ja nicht wirklich interessiert. Das hab ich mal gewusst, was die macht, aber hab ich halt praktisch abgehakt. Nö, brauch ich nicht. Verhalten... Irgendwie haben dann die Dinos andere Fähigkeiten, glaub ich, ne. Mehr Fähigkeiten und... Aber genau weiß ich's jetzt auch nicht. Hm. Äh... Darkens Better Dino Mod ist Balance für Dinos und viele Dinos, die sinnlos sind, haben dann einen... Ja, eine Fähigkeit. Ja, ne. Das ist ja schon wieder... Ne, so spiel... Spielverändernde Mods haben wir nicht. Also die, wo gravierenden Spielgeschehen ins Hauptspiel eingreifen, haben wir nicht. 650 Stunden auf The Lost Island, aber ist ne kleine Umstellung wieder ohne S Plus zu spielen. Ja. Ja. Also... Wie gesagt... Das ist ja die Herausforderung. Also ich hab... Ganz am Anfang, wo Argus noch richtig brutal war, ganz am Anfang. Ohne... Also da war auch das Zähmen und alles noch ewig und... Und... Stats ohne irgendwas. Also wirklich rein... Vanilla-Standard. Das war richtig heftig. Die ersten 600 Stunden. Glaub sogar mehr. Also die 600 Stunden, die weiß ich sicher, weil ich so lange auf dem ersten... Auf meinem ersten Surfer war. Und dann bin ich auf einem anderen Surfer... Oh... Aber glaube ich auch. Ich glaube ich hab sogar 1000 Stunden ohne Mods. Ich weiß es nicht mehr genau. Oder mit... Oder bei 600... Nach den... 600 Stunden haben wir dann die Mods aus. Probier die ersten Surfer mit Mods. Ich weiß es nicht mehr genau. Deswegen... 600 kann ich selbst sagen. Ohne Mods. Und dann fängst du halt an... Ja... Wenn du 600 Stunden Vanilla gespielt hast und dann... Irgendwann mal S Plus kennenlernst... Ist dann schon geil. Na? Aber ich brauch's nicht unbedingt S Plus. Muss ich sagen. Also... Ich hab da nichts dagegen wie... Oldschool hier... Alles per Hand und so... Absolut nichts dagegen. Das ist doch... Das ist doch ne... Sau hier... So... Habe ich das auch? Okay... Das ist doch schon mal... Das sieht doch schon mal... Gut aus. Jetzt kann ich mir endlich ein Käfchen holen. Mann, Mann, Mann. Das werde ich jetzt auch mal tun. Hol mir doch mal ein Käfchen. Ja... Passt. Wir sind am Start. Nice. Ja... Manchmal ist das mit dieser... Löchentaste gar nicht verkehrt, wenn alles ausgeblendet wird... Also... Mhm... Na diese Schriften ist doch manchmal echt... Too much. So... Wenn man mal... Alle Fähigkeiten weiß von den ganzen Tieren... Und dann nochmal das alles zu ändern... Ne... Danke. Ne... Also wir sind hier wirklich so... Relativ... Relativ... Oldschool unterwegs. Außer jetzt hier... Super Spy Glass... Ne... Ähm... Und... Ein paar Baumods... Wird hier nicht viel passieren... Allerdings haben wir auch viel an der Inni gemacht... Äh... Wo andere Mods brauchen... Wo andere Mods benutzen... Dann haben wir halt keine Mods... Ne... Das haben wir halt so umgeschrieben... Das muss man noch dazu sagen... Wie zum Beispiel... Dass die Stacks ein bisschen höher sind... Also wenn sie nur leicht erhöht... Mal drei... Ne... Nicht übertrieben hoch... Dann halt... Äh... Zum Beispiel... Dass er pro Level... Alle Engrams direkt lernt... Ne... Also... Man kann... Er lernt praktisch alles... Wenn du ein Level klickst... Zack... Direkt alle Engrams gelernt... Man kann... Man kann... Flugtiere auf Geschwindigkeit leveln... Alles ohne Mods... Ne... Darf man fragen... Warum ihr nicht das... Awesome Spyglass genommen habt... Weil das einfach zu awesome ist... Hehehe... Weil das einfach zu awesome ist... Mir geht's... Wegen mir... Wenn's nach mir geht... Ähm... Das normale... Das ganz normale... Nur ohne diesen schwarzen... Kuckloch... Darum ging's mir eigentlich... Dass dieses Kuckloch weg ist... Dass man den ganzen Bildschirm sieht... Das hätte mir schon vollkommen gereicht... Ne... Deswegen... Die... Also... Das... Am wenigsten... Verändernde... Fernglas... Das man halt... Das ich halt gefunden habe... Ne... Wir hatten dieses... Äh... War's das awesome? Welches ist denn das? Wo man dann praktisch... War das das? Wir haben's getestet gehabt... Äh... Wo man dann die ganzen... Dinos... Äh... Wallhack mäßig sieht... Also... Ne... Da geht das ganze... Argfeeling für mich halt... Flöten... Das brauch ich nicht... Ne? Ja... Okay... Also... Ich hol mir auch mal schnell einen Kaffee... Bin sofort wieder da... Bis gleich... Ja... Okay... Also ich hol mir auch mal schnell einen Kaffee... Bin sofort wieder da... Bis gleich... otros、 Mann... Bei mir... Bis gleich... Bions... Bis gleich... Dinosus aus어차 tunnel! Scale... Mit cap hardest es ist... Apsst. Es gibt forskので... Kenny... Läut퍼... Ja... Ichט майsk.. Ihr soll... ovan... E custodian... nicht mit bei... Sa translating da... Es ist von links... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie gesagt, ich stehe auf langwierig und wenn ich hier meinen ganzen Stuff und meinen ganzen Dinos, die ich eventuell auch gezüchtet habe, verliere wegen einem PvP-Raid, dann ist für mich das Spiel vorbei, dann spiele ich wieder was anderes. Ich will das nicht. Ich will langwierig, ich will was aufbauen, ich will schön bauen, ich will Dinos züchten und möchte die auch behalten und nicht geradet werden und alles weg. Ist nicht meins. Ich meine, dafür gibt es ja dann extra später den PvP, wo man dann die Tiere mitnehmen kann, wo du sagst, okay, das kann ich opfern, das kann ich opfern. Ich war auch schon auf dem Offi in einem Mega-Tribe mit über 3000 Mitgliedern. Weißt du, viele wissen das vielleicht gar nicht, was auf den Offis abgeht. Die ganzen PvP-Offis, die sind alle, du kannst von Surfer zu Surfer reisen, die sind miteinander verbunden. Und der Tribe, wo ich war, die haben einen Surfer für sich, die haben den einfach für sich nur, der ist nur dafür da, Dinos, die sie nicht mehr brauchen, auf dem Surfer abzuladen. Du kommst auf den Surfer, du kannst dich kaum bewegen, du hast 3, 4, 5, vielleicht mal 10 FPS, weil da so viele Dinos stehen. Das ist Wahnsinn. Das ist schon krank, sorry, aber das ist schon krank. Jetzt kommst du als, jetzt kommst du als, juhu, jetzt hast du hier, keine Ahnung, wie viele Stunden in Ark, jetzt geh ich mal auf einen Offi, PvP, gehst du irgendwo hin, allein oder zu dritt. Zu 5, denkst du, du bist der King, hast den Surfer im Griff, keiner macht was gegen dich, auf einmal kommt so ein Mega-Tribe, lädt seine Dinos rüber, zack, 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 buff, du bist tot. Alles weg. Auf den Office gibt es alle Dinos in, gemaxt gegen Echtgeld, ja. Was, gegen Echtgeld, gemaxt? Ja, so wie Counter-Stream letztens gesagt hat, dass er seine Dinos verkauft hat. Ach du Scheiße, okay. Na? Ich pick mir mal hier den Feuer raus. Kenn ich jemanden, der hat 300 bis 800 Euro verdient, pro Dino. Das ist natürlich mal echt, das ist, boah. Aber das ist, das ist so Schwachsinn, weil, ja gut, wenn's, ja, nee, Schwachsinn, egal. Und dann noch dazu, macht halt Ark, PvP für mich auch nicht wirklich Spaß, wenn du, wenn du 2 Stunden lang, 2 Stunden lang, auf einen, auf einen Steingolem sitzt, um nur die Geschütze 2 Stunden lang leer zu ziehen. Ja, das ist doch schon, sorry, das grenzt doch schon an den Wahnsinn. Sind wir mal ganz ehrlich. Das grenzt doch schon an den Wahnsinn. Ekelhaft. Das ist ekelhaft. Wir hatten auch mal so eine, waren wir zu zweit auf einem PvP-Surfer. Also es war kein Offi. War ein PvP-Surfer einfach. Wir haben gedacht, juhu, wir haben schon Erfahrung. Wir haben 1.200, 1.500 Stunden. Eine schöne Pyramiden-Base aus Metall gebaut. Mit Pflanzen komplett rum und Geschütze. Und dann kam einer mit einem starken Quetz, hat in die Pyramide ein paar Mal reingebissen, Geschütze fallen aus. Zack. Weil, ja, leider ist es halt für mich ein Bug, dass man halt durch die Wände die Stromkabel kaputtbeißen kann. Ah, okay. Zack, haben sie uns geradet, waren wir down. Geht so schnell, geht so schnell. Und das ist mir einfach für ARK, nee. Das ist das Schöne bei Rust. Da, das ist ARK oder Seven Days. Sind für mich reine PvE-Spiele. Weil da hast du genug zu tun. Und da willst du auch ein bisschen was erreichen. Aber Rust ist für mich ein reines PvP-Spiel. Das macht PvE einfach keinen Spaß. Vielleicht nur, ja, als Anfänger kurzweilig. Ja, paar Tage vielleicht. Dann ist die Luft raus. Und da hast du ein PvP, da hast du dich so schnell wieder aufgebaut. Gut, jetzt haben sie mich geradet. Okay, hab nichts mehr. Mein Gott, ich hab meine Blueprints. Jetzt fang ich halt wieder an. Du baust dir, das dauert nicht lang. So eine Base, zack, zack, zack. Okay, geht's los. Raiden wir eine Base. Gut ist. Ja, das ist halt so kurzlebig. Kurzweilig. In ARK ist es halt echt anders. Das wäre mir zu schade. Die Dinos und alles, wo du Tage, Wochen vielleicht in die Zucht geopfert hast, das dann zu verlieren. Boah. Ekelhaft. Das reicht schon, das reicht schon, wenn du so einen Dino mal verlierst, den du gelevelt hast. Da will der ein oder andere schon Rage quitten. Und dann durch einen Raid alle Dinos verlieren, ist dann natürlich, aua. Ja, ich glaub, dann stellst du das Game auch wahrscheinlich in die Ecke. Er ist vorbei. Er ist echt vorbei. Und das haben wir halt alles hinter uns. Da haben wir ja, du hast halt, wir haben da auf Office gespielt. Die haben uns keine Chance gelassen. Die haben uns keine Chance gelassen, so aufzubauen. Und die haben angefangen mit einer Stein Base. Zack, wurde mir geradet. So eine 3x3 Stein Base. Mit vier Geschützen obendrauf. Dann irgendwann. Dann wurde es eine Metall Base. Die haben uns, wir haben die innerhalb von einem Tag, haben wir die fünfmal aufgebaut. Die Base, bis wir dann bei Metall waren. Und die haben uns fünfmal zerpflückt hintereinander. Ah, das ist doch... Es ist ekelhaft. Echt ekelhaft. So, machen wir jetzt. Gute Frage, ich hab jetzt hier... Weißt du, was wir jetzt machen? Mit dem Feuer hab ich jetzt... Weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt auf die Island und machen eine Cave. Eine Cave, ja, aber dann nehm ich hier den den Feuertragen mit. Dann lade ich den da hoch. Na, der nützt dir da nix. Den brauchst du nicht. Den brauchst du nicht. Ne, wir gehen ja in eine Cave. Da gehst du ohne Dino rein. Ja, aber unsere Mannigen. Was willst du denn da mitnehmen an Tieren? Hä? Was willst du denn da an Tieren einsetzen? Nix. Wir fliegen da hin und gehen rein. Zu Fuß. Und dann? Losen wir voll ab, oder was? Das wird sich dann weisen. Okay. Ja, okay. Ja, das ist... Wir haben schon gleich wieder Viere. Das... Ne, das... Das ist... Allein die Vorbereitung jetzt gebraucht wird, die dauert wieder eine halbe Stunde, Stunde. Muss ja Munition craften und so. Ja, ich hab noch keine Dungeons gemacht, sag ich dir ganz ehrlich. Also, wie gesagt... Ja, ich weiß. Deswegen ja. Hier hab ich aber auch noch keine gesehen. Das ist halt die Frage. Gibt's hier Dungeons? Doch, doch, doch. Doch, doch. Hier gibt's auch Dungeons, ja. Weil ich hab noch keine gesehen. Also, wie gesagt... Jojo. Ach Gott. Ich hab schon geguckt. Du musst mal am Airdrop oder am Arc mal gucken. Äh, das sind ja drei verschiedene Stärken von Bosse. Hier gibt's ja nur einen Endboss. Ne? Okay. Und da musst du mal mit der Maus drüberhaubern, was du da alles brauchst. Und dann siehst du mal... Dann sind da Artefakte dabei und jedes Artefakt ist praktisch eine Dungeon. Ja, auf Ophi brauchst... Ah, gar nicht spielen. Ja, genau. Oh ja, gefährliche. Also, die... Ich muss sagen, die... Das ist das, was mich dann hier auf jeden Fall noch reizt. Die Dungeons. Weil, darf ja nicht spoilern, aber ich kann sie auch ja dann mal... zeigen, wenn ihr wissen wollt, wo sie sind. Ne, das krieg ich mal... Das... Also... Das ist was... Das werde ich dann selber einfach auf der interaktiven... Da mach ich die interaktive auf, ne? Wenn ich sag, ich will jetzt Dungeons machen, dann... Dann guck ich da schon ins Wiki rein, ne? Oder so, ne? Wo die Dungeons sind. Dass ich da mal auch rein... Weil, bis du die findest auf der Riesen-Map, das ist einfach... Uah, ne. Das tue ich mir auch nicht an, ne? Ich hab jetzt schon eine... Oder zwei sogar, hab ich jetzt schon so gefunden. Ne? Aber... Ne, da will ich auch... Ähm... Ein bisschen wissen... Da musst du ein bisschen wissen, was auf dich zukommt, weil... Sonst bist du halt einfach gearscht. Ne? Aber ich guck mir da zum Beispiel nie Videos an oder so. Also keine Videos an, wie läufst du am besten? Wie machst du am schnellsten? Und dies und jenes und... Alter, was ist das, mein Liebe? Was macht denn der soweit hier draußen? Das glaub ich doch jetzt alles gar nicht. Also die Dungeons auf der Island, muss ich sagen, die... Ja. Sind halt mittlerweile... Die sind halt Pille-Palle für mich, ne? Die mach ich auch allein. Die mach ich auch allein. Aber... Da ist halt dann die Erfahrung halt einfach da, ne? Gut. Das ist schon wieder lange her, ne? Kann natürlich jetzt hier aufsprechen. Hey, ich kann die Dungeons super, ey. Easy, ey. Und dann geh ich da rein und bin direkt wieder tot, ne? Das geht halt ganz schnell in der Cave, ne? Dass du halt einfach mal stirbst, weil du... Einen falschen Sprung machst oder weil du... Ja, unachtsam warst. Oder halt einfach, was nix mehr weißt, was du mal gewusst hast. Das geht halt doch ganz schnell. Na, aber... Die Zeit, wo ich das gesuchtet hab, auf der Island, da waren die... Keine Ahnung. Da bin ich in die Dungeons rein und hab die Artefakte eins nach dem anderen halt einfach rausgeholt, ne? Ist halt so. Aber hier ist es halt dann nochmal eine Herausforderung, wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt. Und boah... Ist dann schon... Geil. Manches solltest du schon zu zweit oder zu dritt sein. Ja, bestimmt. Logisch. Diesen... Plans kenne ich aus Space Engineers, okay? Okay, da kann ich... Da stelle ich mir das auch heftig vor, ja? Space Engineers ist ja bestimmt auch heftig, ne? Was könnte man denn das mal machen? Das ist eine gute Frage. Ich würde gerne dieses Vieh noch irgendwie levelen. Oder wir liegen nochmal in die Wüste und gucken mal, ob wir noch Schettin an den Start kriegen. Weißt du, was ich meine? Ich habe so viel Schettin mitgenommen, als ich in der Wüste war. Ich brauche keine Schettin. Kann ich dir gerne was geben? Ich würde gerne mal den Sandwurm sehen, Mann. Den habe ich noch nicht einmal zu Gesicht bekommen. So ein Steinkohlem habe ich zwar schon gesehen, aber den Sandwurm nicht einmal. Ja gut, aber jetzt wegen Sandwurm und dann wieder ewig rumfliegen. Ja, du kannst dann auch nochmal... Hast du deine Feuerwebe noch am Start? Ja, klar. Ja, weil das ist jetzt ein Lobob. Also hier da, an dem muss ich ein bisschen was machen. Das ist das Problem, Kind. Hat zwar high level, aber die Stats sind total kacke von dem Vieh. So wirklich was ausrichten mit dem hier kann ich noch nicht... Der wäre mir vorhin schon beinahe hops gegangen. Also es war minimal. Ah ja gut, dann mache ich mich jetzt auf jeden Fall erstmal heim. Oder wie gesagt... Du kannst mich mal grappen und mitnehmen. Warte mal, funktioniert das? Kann ich den Affen da grappen? Warte mal, wo bist du? Ja ja, mit unter dir. Ich laufe da gerade nach vorne. Warte mal unter mir. Warte mal, glaub mal am Strand entlang, da sind kaum Bäume. Dann kann ich dich besser grappen. Ja, da hinten ist der Dich. Aber mit ducken, ne? Grappen. Nicht mit Rechtsklick. Ja, mit Rechtsklick röste ich dich. Das wäre ja scheiße. Ja. Ja, genau. Wer hat dich tatsächlich samt Affen gegrappt? Okay, nice. So, wer hat mein Bett gehen? Dome Kopf, danke fürs Reinschauen. Macht es gut. Schlaf gut. Bis die Tage. Was für eine Richtung? Sandwurm ist ganz leicht zu finden. Und das sage ich ohne zu spoilern. Ja, wir sind vorhin, wir haben einen gehabt und dann war der auf einmal weg und haben ewig rumgesucht und, oh, hör mir auf. Bis der dann, also ich habe ihn ja schon gesehen, ich kenne das ja, ne? Ich habe ihn leider rumgesucht, der macht sich ziemlich hart. Ich kenne das ja schon von Scorched, von Scorched Earth kenne ich das ja schon. Ja, aber wir haben den dann nicht mehr, also Milf Buster ist dann weggeflogen und ich habe ihn noch weitergesucht und dann habe ich ihn wieder gefunden. Bis mit den, wenn er wieder da war, war er wieder weg. Dann haben wir wieder gesucht und gesucht. Ja, dreimal oder viermal, dann war die Luft raus. Links, mit den links. Links, links, äh, okay. Guck, du kannst dich an die drei großen Bäume, wo da rausragen, kannst du dich immer orientieren. Der vorderste große Baum, da ist mein Base. Ach so, okay. Ja, da fliege ich meistens mehr dran vorbei. Na, die spitze Klippe da links, ne? Und die drei großen Bäume, da kannst du dich easy dran orientieren. Ich seh's grad, ja, ja, ja. Da müsste auch irgendwo der Wasserfall sein, ja, tatsächlich. Also der untere, gell? Genau. Also oben beim, bei der Burg, ne? Wo da jetzt Quetzel draufsteht. Ah, ich seh's grad, da, ja. Es ist krass, dass der keinen Fallschaden hat. Ja. Es ist unglaublich. Das kann man gerne, aber du kannst mich gerne mal crappen und fliegst so hoch, wie es geht. Und dann lässt mich mal fallen. Lass mal mit dem ins Wasser geschossen und überhaupt ausprobiert, ob das hier, ob der auch alles tilt, oder geht das nur mit dir? Ja, hier ist nix, hier, hier ist nix im Wasser. Was hast du jetzt? Hast du jetzt Feuerwievern, oder was? Ja, ja, den hab ich jetzt extra mal gehabt, oder was? Boah, Alter. Die Life ist halt ziemlich, die, die Life ist halt ziemlich, was ist das? Glaub's ja wohl nicht. Was war da jetzt? Uh, ein 140er Terri. Boah. Ei, das ist die Scheiße, ich muss da was machen, dass die hier nicht ständig spawnen, ey. Naja, wobei, ist das scheißegal, ich hab die Rechse da, alles gut. Aber du hast doch hier die Wand gezogen. Äh, warte mal. Ja, aber die Fläche ist zu groß, die spawnen da zwischendrin. Da muss ich noch ein paar Fundamente oder so setzen. Ich dachte eigentlich, das reicht, was ich da gemacht habe. Ja, das reicht einfach nicht. Wenn du so ein paar Türme hast, wo du Feuerpflanzen drauf hast, weißt du, was ich mein? Ja, Feuerpflanzen kommt sowieso noch die Tage. Ich glaub, das da ist, ich glaub, das werd ich morgen mal machen. Die Base noch ein bisschen sichern und so. Ich muss auch mal, meine Hütte da mal. Ach, du Scheiße, du hast ja komplett alles eingezäunt. Ja, ja. Ach, du Kacke. Du kannst mal gucken, wie weit es geht. Das geht ja oben rum. Naja. Da dicht gemacht. Ach, du Scheiße, da, wenn du noch gesetzt. Ach, du Kacke. Boah, wenn ich dann quasi die ganze Zeit am Level war von dem einen Blitzweber, hast du hier die Wände... Boah. Ja. Alter, ist doch nicht dein Ernst. Gehen dir hier rüber. Dann da runter. So, zwischendrin ist ein Tor zwischen den großen Felsen da. Und dann geh du bis da rüber. Und allein nur für diese Wand außenrum, ne? Da musste ich drei- oder viermal farmen gehen. Also komplett. Also... War schon... War schon nicht ohne. Gut, dafür hast du dann aber ein Riesengebiet hier, wo du die ganzen Tiere hier ohne Bedenken abstellen kannst. Ja, eben noch nicht wirklich, weil, wie gesagt, die spawnen hier halt noch, ne? Ja, wobei hier... Und vor allem habe ich hier meinen eigenen, eingezäunten Wald, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist gerade das, was so ein bisschen stört, weil du da halt nicht siehst, wer wo steht, aber naja, gut. Ich meine, wenn du so oder so noch am Farmen bist, wirst du wahrscheinlich das hier nach und nach abholzen. Gehe ich mal von aus. Weiß es nicht, also... Ja, Holz brauche ich nicht wirklich. Das ist... Ich habe hier schon einen Biber rumlaufen lassen, aber... Ja. Das fällt kaum auf. Ich sehe es gerade hier. Ey, das ist ja krass. Ja, es schaut auf jeden Fall schon mal richtig nice aus. Wenn ich mir das hier sagen guck. Oh ja. Das wird noch was. Ach, jetzt sehe ich auch... Ah, dafür, dass du die Trophäen gemacht hast, dass du mir was da über die Tür hängt, oder was? Genau. Und ich habe dich alle gedroppt. Auch nicht schlecht. Okay. Ja, ich habe schon einige Alphas gekillt gehabt. Da musst du praktisch so eine Wandhalterung, oder wie heißt das Ding? Warte. Wandhalterung, ja. Wandhalterung für Trophäen. Brauchst du da. Die craftest du in der Hand. Und die hängst du dann an die Wand. Dann hat das Ding ein Inventar. Und da kannst du dann die Sachen reinziehen. Und den Kopf quasi auch krass. Hat Madden dir noch nicht gesagt, dass ab Wochenende eine Währung eingeführt wird? Und Grundstücksteuer gezahlt werden muss? 10 Dollar pro Quadratmeter. Und wenn man nicht zahlen kann, wird man als High-Footer-Enten. Uff. Ähm, ja, mir gehört nur das Haus da unten. Naja, Land ist ja noch billig hier bei der Größe von der Map. Ja. Auf die Island sieht es dann wieder anders aus. Okay, krass. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also wenn er das macht, ne, Terrorchen, dann muss er PvP aktivieren, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Uff, guck dir das an. Ja. Gut, du hast ja noch eine kleine Armee auf der Island noch da rumstehen. Ja. Obwohl du sie als Low-Level betitelst, die haben ja schon doch alle ziemlich gut Level. Naja, also die stärksten und die besten Tiere, die habe ich schon rübergeholt, also. Das ist, ja. Das waren sechs T-Rexe, die drei stärksten habe ich da. Von den Raptoren, das waren 15. Da habe ich jetzt die sieben stärksten da. Ja. Und dann halt noch so ein paar andere unwichtige Viecher, oder Farmtiere, besser gesagt. Agentarwissen hatte ich voll wenig, ich weiß nicht. Aber das ist doch welche gezüchtet gehabt. Ich weiß, du hattest alle nur in der Hütte, es standen sechs oder sieben Stück von denen rum. Ja, ja, aber ich glaube da, ich habe da ein Sandy welche gegeben, dir. Und ich glaube, da ist auch einer nach, der ein oder andere halt auch gestorben, ne, oder vermisst. Und dann wurden das doch dann ziemlich schnell weniger. Also ich bin mir sicher, dass... Steuereintreiber ist ein Giganto. Terrorchen, das war das Stichwort. Wir holen jetzt den Gigant, den 145er. Den 100, weißt du dann, wo der noch rumhippt? Level 2000, ja. Das weiß ich. Wir brauchen dann Stuff, gell? Also ich habe jetzt die Armbrust noch mit den Pfeilen einstecken. Das Fernglas habe ich noch einstecken, ja. Ja, dann komm mal hier runter, kannst du die Armbrust nochmal reparieren, weil die ist bestimmt beschädigt, ne? Ja, die hat Half-Life jetzt, wo du es sagst. So, jetzt muss ich direkt nochmal Dododex aufmachen. Ja, nicht, dass wir jetzt gleich voll losen. Weil das wird... Weil das wird... Guck mal hier, äh... Oh, Alter, dieses Arc, das bringt mein Explorer zu brechen, na, das ist Wahnsinn, ey. Ich mach dir die Armbrust noch hier rein, oder? Ähm, die Werkbank. Guck mal. Ja, tust du rein, dann gehst du mit der Maus drüber und drückst einfach E. Nice. Perfekt. Jetzt, wenn man näher dran ist, sieht man hier FPS des Todes hier über den Strukturen. Krass. Alter Schwede. Mit einer 100er? Was hast du hier? Kabel? Mölin. Ja? Weißt du, wie viele Pfeile der braucht? Sprich? Mit einer Standardarmbrust, ne? Mit einer 100er. Braucht er 632 Pfeile. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ich hab grad mal 100 einstecken. Welche, wie stark ist in deiner Armbrust? Das ist die blaue, äh, warte mal, Haltbarkeit 279, warte mal, Waffenschaden 156, 156,1, so rum. 156, da brauchst du 405 Pfeile. Ach, du Kacke. Wenn du die gleiche hast, dann müsste jeder von uns einfach mal, ja, 200, Pi mal Daumen, 250 Pfeile mitnehmen, ja? Für die, die dann vielleicht daneben gehen. Oh, das war dann mal. Boah, selbst mit der 180er, brauchst du 351 Pfeile. Boah, lenken, ich am Arsch. Okay, wir machen uns, glaube ich, ne. Nee. Wie viele, wenn wir den Darts? Wenn wir die Darts nehmen. 450 Darts. Sag mal, was ist denn das hier? Betrieb, PIN-Code, was ist denn das? Kryo-Kammer mit PIN. Ach, das ist die Kryo-Kammer. Und da hast du die ganzen Kapseln reingesteckt, oder was? Mhm. Das ist der Kühlschrank. Boah. Kann euch 300 geben. Ja, die Menge ist nicht das Problem. Danke, Nick. Die Menge, die ist nicht das Problem. Dass ich die Zeit und die Arbeit, also von der Pfeilmenge her, ist das gleich passiert. Ich habe ja vorhin auch, ich habe ja vorhin schon 710 gecraftet. Ich habe noch genug Stuff da, so ist es nicht, ne. Aber die Frage ist, wie lange werden wir dann brauchen? Und das ist das nämlich, wenn wir da zu zweit drauffeuern hier. Ja, zu zweit geht gar nicht. Einer muss ja fliegen. Stimmt, der andere muss ja graben. Und dann geht es halt auch darum, da musst du halt auch dementsprechend... Boah. Wir haben kein Dino, gell, womit... Ja. Oder jetzt haben wir noch sie ganz kannst, dass wir dann da von oben runterschießen. Hm. Ja, ich habe einen Tabetschara, haben wir, ne. Ja, ob das damit klappt, ich meine, wenn wir uns da draufstellen können, das wäre doch die Möglichkeit, weißt du, ich meine, man muss sich halt so stellen, dass das Vieh halt auf uns fixiert ist, irgendwie, oder auf den Vogel, dass er uns halt mit runterholen kann, und dann können wir vielleicht oben vom Vogel aus runterschießen, das ist das weit, das wäre halt die Möglichkeit. Aber wenn einer da hängt und die ganze Zeit schießt, ich weiß nicht, ob das zum Erfolg führt, dann haut der vielleicht ab, da müssen wir hinterher fliegen, weiß was ich meine. Einmal zu tief geflogen, macht er einen schnappen, dann sind wir im Arsch. Ja, ich überlege gerade, ob man jetzt versuchen, den irgendwie einzubauen, aber das wird dann auch nicht so leicht. Ach so, du meinst, wir können den vielleicht in so eine Falle, in so ein Gehege reinziehen, meinst du, das wäre eine Möglichkeit. Aber so groß ist er doch gar nicht, ne? Was siehst du? Die Gehege, die wir haben, wo du da schon gezimmert hast, da, wo wir den Griffin hier gefangen haben. Ja, ja, da brauchen wir Behemoth Skates, das wäre jetzt nicht das Problem, ne? Da könnten wir uns dann auch oben auf die Behemoth Skates stellen und von oben runter schießen, ne? Ja, oder so. Obwohl, der ist, glaube ich, so groß, der würde uns, der würde uns beißen, wenn wir da oben draufstehen, glaube ich. Ne, das mit dem Stehen ist kacke, das würde ich nicht machen. Also da gehe ich lieber auf Distanz und schieße dann durch die Pfeiler durch. Das ist schon ein bisschen heftig, muss ich sagen. Haben wir da nicht sowas, wo wir erweitern können? Also ich meine ja, wir müssten die doch nur so weit tricken. Da muss halt einer wieder die Tore schnell zumachen. Oder da. Warte mal, ich habe doch einen Bauplan für eine Flinte. Armbrust, ich habe einen Bauplan für eine 161er Flinte. Okay, warte mal, was habe ich da jetzt noch da? Ich habe, na, hier. Eine 186er hätte ich da und eine 176er hätte ich da. Boah. Das ist schon heftig, ne? Das ist echt heftig. Aber wenn man den haben will, dann muss man da durch, ne? Das ist halt ein Monster, ne? Das ist halt ein Monster. Ist das hier eine Chemie oder das? Okay. Ja, es ist halt die Überlegung, wie man es am besten macht. Also wie gesagt, am besten in den Gehegezählern, Tür zumachen und gut und hoffen, dass er nicht ausbricht. Oh, jetzt habe ich keinen Feuerstein mehr, ne? Das ist halt das nächste, gell? Diese Stein geht's, diese da. Können die das ab? Einsperren ist die Sache, aber ob er rauskommt, oder nicht? Das wäre das nächste Ding. Lass euch meinen, nicht? Dass wir dann denken, oh, wir sind safe und so und hin und her und auf einmal bricht der durch und macht zwei Habsele, dann sind wir am Arsch. Das wäre halt echt bitter. Also der kann, der kann auf jeden Fall Stein zerstören. Der wird das auch zerstören. Das ist das Problem. Ja, das ist halt die Frage, wie lange wir da brauchen. Mal. Alter Schwede, dann müssen wir Metall geht's machen. Boah, Alter Schwede. Aber so viel Metall ist wahrscheinlich gar nicht hier, gell? Ne, so viel Metall habe ich noch nicht hier. Mal Stein, ich denke mal, wenn der wirklich so overpowered ist, wie du sagst, dann wird das wahrscheinlich kein Hindern. Das wird ihn dann zwar ausbremsen, aber nicht daran hindern, auszubrechen. 100 Pro. Ne, also das, ne, das kannst du vergessen, weil, also ohne, ohne geht's, ganz ehrlich, tue ich mir das nicht an. Das müssten wir normalerweise, sowas müssten wir zu viert oder zu fünft oder, keine Ahnung, ein Zehn-Mann-Team oder so, weißt du? Ja, ne, ja, gut, das ist, äh, das, das bringt, das ist eh egal, weil, weil du schießt ja eh, du musst ja, eigentlich musst du ja immer ein bisschen so kurz warten, bis er, wenn er Pfeil getroffen hat. Wenn er drei oder vier Mann gleichzeitig draufschießen, das bringt halt nicht viel. Weißt du? Sicher? Ja, ja, von daher ist das nicht das Problem. Nee, weißt du, was, dann gehe ich jetzt einfach ein bisschen Metallformen. Ja, dann gehe ich jetzt Metallformen. Weil, wenn du sagst, wir brauchen wirklich diese, diese Geld, also ich denke mal, wie gesagt, wenn es viel echt so über Probe, Power, das werden wir mit Steinen, mit groß ausrichten, nichts, nichts ausrichten können. Guck mal, wenn. Guckst du seine Klamotten, dann, kannst du das benutzen, kannst du das benutzen? Mit E? Nee. Nee. Äh, äh, was steht da? Rüstung, ich kann zwar reingucken, ja. Achso, warte mal, weil du hast jetzt vielleicht zu weit runtergeguckt, guck mal, kannst du... Warte mal, ich, also, die Mütze... Nee, 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 lass ich gehen wir nochmal raus. Oh, was hat er jetzt gemacht, hat er das jetzt angezogen? Nee, jetzt guck... Äh, wo ist denn die Klamotten hin? Was hat er jetzt mit der Hose gemacht? Äh, was ist denn jetzt mit der Hose passiert? Im Inventar habe ich sie nicht. Warte mal, bin ich blöd. Ich habe gerade Doppelklick gemacht, warte mal. Jetzt wird alles leer angezeigt, okay. Ja, weil ich sitze wieder an, aber du hast jetzt meine Hose. Habe ich die an? Nee, aber die musst du im Inventar haben ich noch. Sag bitte nicht, die Hose hast du nicht mehr. Nee, habe ich nicht. Das ist gerade das teuerste. Das ist gerade das teuerste. Nee, habe ich nicht. Ich habe, guck mal, ich kann hier meine ausziehen, anziehen, aber im mentalen Sinne nicht. Ach nee, die ist bei mir jetzt im Inventar. Die hat es seit im Inventar, ich habe, okay. Ja, nice. Nee, guck, da mache ich einfach, gehe ich einfach hin, mache, ne, zack. Jetzt siehst du auch oben, ne, was auf den Slots ist, ne, und so. Das ist schon nice. Ja, wenn wir rein, ja. Ja, das kannst du da nicht. Zack. Ah, das ist gut, also wenn ich so versuche anzuziehen, hüpfe du über auf deinen Chart, das ist gut. Nee, nee. Doch, doch, legst du nochmal kurz rein. Nee, weil ich gedrückt habe. Ich muss da nicht reinschauen, guck. Ich guck den an und dann steht bei mir direkt eh alles nehmen. Guck, dann kann ich einfach, zack. Ich muss da nicht reingucken. Wenn ich da jetzt reingucke, jetzt mach ich nochmal kurz. Genau, guck mal. Es geht ums Ausprobieren, ob ich es auch rausnehmen kann oder nicht. Nicht ohne, dass du jetzt irgendwas einstellst oder so, sondern ob er es nimmt. Nee, der macht dann aber irgendwas ins Inventar. Da ist dann rechts in Inventar. Wenn ich da doppelt klick drauf mache, verschiebt er sich in das andere Inventar. Ah, das ist doch gut. Dann kann sich keiner beglauen. Nice. Wird euch beißen. So, also dann hole ich jetzt. Boah, da müssen wir jetzt mal teilen. Guck mal, das ist ein... Das ist übrigens... Weißt du noch die große Industrie-Schmelze, was ich gehabt habe? Ja. Das ist das gleiche. Nur von der... Von der Castle & Keeps Mods. Äh, Mod. Ach so. Sprich halt... Sprich halt kleiner, ne? Und die läuft mit Spark Powder. Der... 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 Das andere läuft nur mit Gas. Und das ist praktisch wie der... Wie der Industrie-Grill. Der silberne. Wo du ratzfatz... Äh, Sachen halt... Grills. Ja, ja. Läuft der auch mit Dings oder brauchst du dafür extra... Warte mal. 80-Poller. Okay. Ja. Geht aber auch mit Holz. Oder mit Stroh. So, was wollte ich jetzt? Okay, jetzt pass obacht. Ich geh jetzt... Ach so, du kannst ja nicht auf die Ankühlung. Ach scheiße, oh Mann. Das riecht mich so auf, dass wir nicht im Stamm sind. Mäden, ehrlich. Nee, nee. Das ist so geil, wie gesagt. Ja, das fangt mich so ab. Das gibt mir so auf die Nähe auf, ey. Ja, aber ich find's nicht verkehrt. Allein schon wegen den Tieren. Und der hier ein bisschen leichter wird. Nein, schon wegen den Tieren. Aber du bist ja eh... Du hast ja deine Base unten mit deinen Tieren. Machst ja nichts hier. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, wenn wir jetzt im Tribe sind... Du, ich hab dir schon mal was dazu gesagt. Ich mein, ich verleihe ja auch nicht mal Frau. Das ist das Gleiche mit den Tieren. Da steckst du so viel Zeit rein und so. Nee, ich mag das nicht. Ich mag das wirklich nicht. Ja, aber das nimmt doch keiner der Tiere mit. Die Erfahrung hab ich jetzt schon mal gemacht. Fangen wir nicht mit, die Diskussion. Ehrlich, ich find's leid. Ich will mich da nicht immer wieder erklären müssen. Ich find's scheiße. Du kennst die Gründe. Ja, du kennst die Gründe. Weißt du, was ich mein? Nee. Dann gibt's wieder Durcheinander. Dann einmal falsch gepfiffen. Und dann gehen endliche Tiere drauf. Und dann stehst du wieder da und denkst dir, nice. Cool. Ich brauch das nicht. Also, ich kann mich auch anders da frusten. Das zieht mich dann runter. Ja, ich fruste jetzt halt jeden Tag aufs Neue, dass wir halt nicht im Stamm sind. Weißt du? Ja, guck mal, du hast jetzt... Guck mal, im Tribe seid ihr jetzt zu zehnt. Weißt du, was ich mein? Das ist doch schon mal nice. Ja, und guck, aber trotzdem bin ich immer alleine. Und das ist das, was mich abfuckt. Und jedes Mal, wenn du eh was zusammen machen willst, kannst du... Ach, das ist einfach scheiße. Ich hab noch nie mit jemandem gespielt, der nicht bei mir im Tribe ist. Das ist grauenhaft. Ehrlich, das macht mich narrisch. Das ist unglaublich, ey. Unglaublich. Oh, Mann. Das sind so viele Sachen, wo mich da jedes Mal aufregt. Ja, aber ich muss doch irgendwie ins Game finden. Ich muss doch einfach mal mein Ding machen und gut ist. Na, das kannst du doch trotzdem. Ich hab's gesehen. Das ist doch einfach nur... Das ist doch einfach nur alles einfacher, irgendwie. Na, guck, wir können ja nicht einmal zusammen farmen. Das ist echt, das ist... Das ist echt zum Kotzen, Alter. Wir können zusammen Viecher killen. Könnt ihr zusammen hier betäuben. Das haben wir doch auch gemacht mit dem Griffin. Den haben wir doch auch zusammen gefangen und die anderen Viecher. Ja, das hat auch gut. Und der war funktioniert. Ja, ja. Ich kann dich doch grappen, wenn du auf dem Archie hocks oder nicht. Das funktioniert mit Sicherheit. Ja, aber du hast ja nicht so viel Gewicht. Du kannst jetzt so viel Gewicht tragen wie meine Vögel. Brauche ich dafür extra ein Archie oder was? Naja, wie viel kann dein... Wie wir ein Drahen tragen? 6... Ja, 667. Theorie. 667. Ach du Scheiße, vergiss es. Ja, der ist ja noch ganz gelevelt. Ne, komm, aber das ist halt... Das sind halt immer die ganzen Kleinigkeiten, wo halt jeden Tag so viele aufeinander kommen, wenn man nicht im Tribe ist, ne? Jetzt könntest du dir einfach ein Agentavis schnappen oder dich auf so ein Kilo setzen. Ich schnapp mir ein Agentavis und los geht's. Weißt du? Jetzt... Oh, das fuckt mich ab, Alter. Warte mal, wo ist denn jetzt der... Ne, warte, wie viel hat der? 27. Und der Lasti hat... 22. Wo ist denn das schon? 22. Der Schleppi hat 27. Was, du bist denn so weit auf Gewicht gescannt, oder was? Jaja. Uff. Okay. Also dann nehmen wir den Schleppi. Dann lassen wir den mal da jetzt. Ja, und das ist halt das. Ich hab halt bis jetzt so gut wie alles alleine gefarmt. Und das geht mir halt dann so auf den Piss irgendwann. Das ist halt... Ja. Also. Kann ich den Vogel nicht auf Passiv stellen? Warte mal. Das mach ich jetzt auch mal. Und das, der hier abrückt, oder greift hier irgendwas an? Ich meine, es geht das alleine fahren, aber es ist halt zu zweit immer ein bisschen einfacher. Ja, ich werde schon keine Dings kaufen. Scheiße. Du bist doch admin in deinem Drive. Du kannst doch normalerweise die Tiere einstellen, oder? Übernehmen denn noch. Ich meine, ohne dass man die halt übernehmen kann, weißt du? Wie, was meinst du? Die Tiere. Kann man doch bestimmt einstellen hier. Wir sind doch alle... Wir sind doch in der Allianz. Heißt das, ich meine, dass man das halt einstellen kann? Allianzmitglied bestimmen, wer was benutzen darf. Oder geht das nicht? Nee, Allianz kannst du nicht. Du kannst ja gar nichts einstellen. Weil die Tiere tun sich ja auch gegenseitig heilen und gegenseitig verteidigen. Ja, das ist aber auch alles, das ist das, was mir ein bisschen fehlt, so, dass du da allianzmäßig ein bisschen was mehr einstellen kannst. Aber, ja, leider nicht. Das wäre nämlich schon ziemlich nice. Dann werden halt nur die Tiere genutzt, im Endeffekt, oder benutzt, die auch wirklich dafür vorgesehen wird, oder freigegeben sind, weißt du? Und das ist halt jetzt, das ist halt jetzt das nächste, ne? Ja. Ja. Die Sache, es fragt mich eh Ding nach dem anderen ab. Wieso? Ja. Na ja, weil jetzt halt nur du XP kriegst, und ich halt nicht. Was, fürs Farmen, oder was jetzt? Ja, gar nicht. Deswegen, das ist immer, das sind so viele Dinge jeden Tag, wo mich das immer nervt, und es kommt halt alles zusammen dann immer, ne? Ich glaube, dein Vogel ist gleich überladen, kann das sein. Du musst dann, du musst dann, äh, Ding, schmeißt du den kompletten Stein einfach raus. Musst du es mit F reingucken. Und dann mal was Stein droppen, oder was? Alter, das hat ja extrem viele Bären und den ganzen Mist, was sind damit. Weg. Alles außer Metall, Feuerstein, alles außer Metall und Feuerstein, Feuerstein brauche ich. Ja. Ich glaube, ich stehe den Stein auch. Ja, alles klar. Ja, nein. Heute geht's. Musik hat man dann sammelt noch so viel Schock, noch nebenbei mit einem, was eigentlich gar nicht braucht. Genau. Ah, okay. Man kann, man könnte da jetzt sagen, ah, ich brauche ja Stein auch, also nehme ich mit. Ist aber totaler Quatsch. Wir sind jetzt zum Metallfarmen da. Und deswegen nehmen wir nur den Metall mit. Und Feuerstein wiegt halt nicht viel, ne? Und da ich es halt auch brauche. Und jetzt musst du mal gucken. Ich habe noch Stein in München, das muss gerade noch mal rausklappen. Aber pass auf, dass du es nicht in dein Inventar ziehst. Ne, ne. Na? Du darfst den Metall nicht in dein Inventar ziehen. Dann. Falls du was in deinem Inventar auszuzählen hast, schmeiß es lieber raus. Ja, da wird es zu schwer. Komm mit Antworten weg. So. Boah. Leck, leck, leck. Alter. Na, du hast krass Däsen, gell? Was ist denn da los? Ja. So. Auf den Berg. Ähm. Weil der... Der Ankylo, der macht das Metall extrem leicht. Also der viertelt, glaube ich, das Gewicht. Doch, so viel. Okay. Krass. Ja, vom Metall, aber vom Stein halt eben nicht. Und der Deo-Roller, der... halbiert, glaube ich, den Stein. Oder viertelt er denn auch? Ich weiß es jetzt gar nicht. Alter, mein PC kommt langsam nicht mehr hinterher. Ich weiß nicht, was da los ist, ey. So, da muss ich jetzt mal kurz reingucken. Du-du-du-du-du. Wow, Metallschild. Da guckt er, wenn du jetzt reinguckst. Ähm. Und auf die Bosse gehst. Artefakt des Fressers, Artefakt des Gewaltigen, Artefakt des Hinterhelligen, Artefakt des Jägers. Die brauchen wir, oder was? Ja, Artefakt der Stärke, der Brutalen, der Immunen. Das heißt, die musst du erst mal alle sammeln? Habe ich das richtig verstanden? Okay. Artefakt der List, des Himmelherrn. Das sind halt mal locker acht. Artefakt des Rudels. Das ist halt zig verschiedene Artefakte und das sind alles Caves, ne? Ah, okay. Und erst wenn du die beisammen machst, kannst du dann wahrscheinlich so einen Boss machen. Ja. Sind das verschiedene Schwierigkeitsstufen dann, oder was? Oder wir haben mal 55, 75, der hat 100. Ah, okay. Benötigtes, ah, ich sehe es gerade, benötigtes Überlebungslevel brauchst du. Den könnten wir schon machen, die sind quasi grün, aber der hier, der braucht schon Level. Okay, okay. Krass. Das ist ein Metall, oder? Achtung Skorpion Na gut, jetzt kriegst du gleich gedatched So Stein rausschmeißen So, ach du scheiße, die ganzen Bären, wo kommen die denn alle her? So Und der ganze Käse hier raus Ja Wir haben hier noch was Und das kann auch noch weg Ah oh So, bist du denn hier kein Metall? Was ist da los? Okay Okay, da hat jetzt ein bisschen Metall gefehlt Irgendwie Da werden wir jetzt ja gar nicht voll Guck mal, da ohne Ja, ja, da ist noch, aber da oben war Normalerweise auch noch So, guck mal auf Schauen wir mal rein Ja, Stein noch Drei links Du musst dich voll nicht so dir ins Inventar ziehen Du kannst es direkt aus seinen Körper mit O Ja, genau So mache ich es ja auch Okay Äh, bist du jetzt schwerer geworden Äh, bist du jetzt schwerer geworden, man Äh, diese Mist hier Ah, in diesem Platz Und kann man mal reinschauen Ist der jetzt geladen oder was? Ne, noch ein Slot haben wir Okay Der ist leer Also ich habe jetzt nur Feuerstein und Metall drin Warte mal Ja, du hast jetzt nicht mal Fehler gemacht Äh, du hast irgendwas in seinen Inventar Er hat Stein rübergezogen Das habe ich jetzt rausgedoppt Jetzt müsstest du ja Okay Perfekt So, weiter geht's Ah, Kilos ist im Ding aufgestiegen Ja Okay Ich habe noch mal in den Inventar schauen Ah, da hat schon wieder Warte mal, du hast mich gerade mal den Scheiß auf Kontrollstropfen Du tust im Inventar Ah, da ist es die Nächten Gibt's noch nicht Glauben wir doch Tee Weg damit So, jetzt Da haben wir noch Pflanzen Weg Wir haben noch weg Äh, da ein Kilo Auf, auf Dings geben oder was Auf Gewicht Ja Da bitte mehr tragen kann Ja Da geht noch einiges Hättest du gedacht Ja Ja Ja, wenn der Solange der Agentar Wies halt tragen kann Okay Kannst du den vollknallen Droppe ich den Scheiß nochmal weg Das Das Und die ganze Geschichte hier So Jetzt wirst du wieder was gehen So, wie viel Stacks Ähm Feuerstein hast du denn Mh So Vier Vier Stacks Vier und halb Fing mal daumen Ja, das reicht noch Also Vier und halb haben wir da noch Und hier im Metall haben wir Zwo Vier Sechs Acht Zehn Zwölf Vierzehn Weiß Ja Das ist schon einiges Ja, das ist wirklich einiges Und das ist halt jetzt das lustige Würdest du jetzt aus Versehen Äh, Metall In dein Inventar ziehen Zack Wärme überladen Ja, wir kommen dann Das ist ja schon ein bisschen blöd Da kommst du auch nicht mehr vom Fleck Ja Geh nochmal hier An irgend so ein Dings An so ein Metallbrocken ran Mal gucken, ob wir den Rest auch noch reinkriegen Ja, ne Passt schon, passt schon Wir sind schon Haben schon fast zu viel Weil sonst sind wir zu lang Sonst sind wir extrem langsam Bin schon Am Limit Da rentiert sich auch schon gar nicht mehr Den auf Gewicht zu leveln Mach ich jetzt in Zukunft Mach ich so ein Rest auch Ich glaube so bis zweieinhalbtausend Dann ist Bringt es nicht mehr viel Du meinst wegen dem Ergo der Vogel muss ja Du brauchst ja dann auch einen Vogel Der das haben kann, gell? Ne, ich meine den Vogel Ich rede vom Vogel Achso Naja, das rentiert sich glaube ich nicht mehr Wie zweieinhalbtausend Weil Naja, komm Hau halt nochmal da gehen Ja, ich brauche das Stamina tanken Wie mache ich den dann auf Geschwindigkeit Den Rest Scheiße, die wollen dann Achso Der kann sich natürlich Kein Schritt mehr bewegen Ja, okay Oh man Der ist sowas von überladen Muss man auf ein Gewicht gucken Wie viel Gewicht der von hat Gewicht von 1695 Hat er jetzt 2031 einstecken Der ist wirklich gnadenlos überladen Ah, jetzt merkst du schon Jetzt ist echt Zeit Zeitlobe Ja Hm, ist schon viel langsamer Das heißt Jetzt haben wir Circa 6.000, 7.000 Metallbarren Ach Muss halt auch noch Schmolzen werden Das ist klar Oh, lecker Was habt ihr für ein Max Level drinnen 150 Okay Ich dachte, ich verschwind gerade im Boden Das klappt Naja, hätte man meinen sollen Ja, passt schon Hier steht direkt die Werkbank Achso, ich muss jetzt nicht an die Werkbank Sondern Ja, ja, das passt schon Das passt schon Das geht trotzdem Der droppt den immer Und dann mache ich nämlich nochmal Anlauf Weil kannst du ruhig absteigen Achso, bist schon Der droppt den da immer Aber dann kann ich, wenn ich nochmal reingehe Und während ich drin bin Pass auf Ah, das war zu früh Wofür Effekt Okay So, komm mal zu viel Ich auch machen So Jetzt wieder freigeben Warte mal, wie war das? Keule freilassen Danke, bitte Ja, ja, genau So Oh Du kannst das alles da reinballern quasi. Boah, das wird Zeit fürs Bett, glaube ich. Ja, ich glaube, ich bringe den Drachen auch, oder? Sonst knallst du mir gleich die Augen zu, ey. So, 6, 12, 13. Naja. Moment, Moment, Moment. Hm. und solche fuhren wie gerade eben habe ich weiß es nicht mehr vier oder fünf stück glaub fünf stück machen müssen für die wand außenrum und dann aber auch aber dann zusätzlich auch noch mal stein weil diese wände davon dem von dem geschloss die kosten stein und metall und metall stein metal und zement das heißt ich musste zwischen ich habe dann ich musste dann zwischendurch auch immer noch die bieber dämme abfarmen mit zement da muss stein besorgen musste metall besorgen und das ganze 45 mal nur für die wand außenrum das heftig ja das wird beschäftigt und dann musst du bedenken dann ging das halt nicht so schön wie gerade eben weil wenn einen zweiten mann hast sondern wenn du allein bist dann musst du halt dann dann tut er die ersten paar schläge wenn er unten dran hängt macht er noch alleine manchmal manchmal packt es auch aber meistens macht das alleine aber der macht sich dann nur so ungefähr halb voll dann hört er auf damit und dann musst du jedes mal absteigen dich draufsetzen schlagen absteigen wieder auf dem agentar bist das ding wieder grabben zum nächsten stein schmeißen und das ganze dann ständig wieder zahlern saunervig aber aber das stimmt und dann muss das selber ja zwischendurch noch das rausschmeißen dann auch noch machen ja es ist es geht aber ist wesentlich umständlicher wenn du zu zweit wie wenn du zu zweit bist mir drückt es auch gerade die augen zu ich merke es ja jetzt jetzt haut es gerade rein ja jetzt mache ich jetzt machen wir feierabend ja dann hätte ich gesagt ich gehe jetzt auch in die base ich beende mal den stream ich sag danke leute fürs reinschauen danke fürs dabei sein danke für den support macht es judy einen schönen abend eine gute nacht besser gesagt oder einen guten morgen haut rein so was neun zuschauer hängen hier noch drin was ist da los